Hallo ihr zuckersüßen Dinos und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich bin Zari und wir zocken heute wieder Deponia Doomsday, unseren wunderschönen Point-and-Click-Simulator, der vierte Teil der Reihe und ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich heute erzählen wollte, bevor wir ins Spiel starten. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, deswegen erstmal Hi und Willkommen! Wir hatten ja gestern das unglaubliche Vergnügen, straight zu spielen und das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Deswegen werde ich nächste Woche den Streamclime ein bisschen umstellen. Das heißt, die Tage, an denen wir die Spiele spielen, werden sich ein bisschen verschieben, damit wir halt Stray so ein bisschen vorziehen und das nicht immer nur Donnerstag spielen, weil ich habe da gerade einfach mega Bock drauf. Ich will dieses Spiel spielen, ich will alles erkunden. Ich weiß noch nicht, ob ich die 100% schaffen werde, aber wir gucken mal, wie lange ich Lust am Erkunden und Rumlaufen habe und wie lange das Spiel überhaupt dauert. Und ja, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall ein Spaß mit Stray. Und sobald wir das durch haben, gehen wir dann wieder den gewohnten Ablauf nach, also spielen Fire Emblem und Ark und ich wollte jetzt gerade schon Tunic sagen. Und Deponia spielen wir auf jeden Fall weiter. Und für die Woche drauf überlegen wir uns dann noch was. Ähm, nächste Woche wird sich wahrscheinlich der Stream... Ne, diese Woche, dieses Wochenende wird sich wahrscheinlich der Streamplan ein bisschen... Ich meine nächste Woche, ich bin doof. Nächste Woche wird sich voraussichtlich der Streamplan ein bisschen verzögern oder früher kommen. Vielleicht stelle ich den einfach schon Freitag rein, weil ich bin Freitag, Samstag und Sonntag. Ich bin nächste Woche Freitag gar nicht da. Ich muss den Streamplan noch umändern. Hallo, ich bin Jok. Ähm, ja, also ich, äh, ich, äh, ich, äh, wie ihr hört, bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss nochmal ein bisschen Zeitplanung durchgehen, weil ich glaube, ich bin nächste Woche Freitag schon gar nicht da. Ähm, also Freitag, Samstag und Sonntag bin ich unterwegs. Und, äh, den Montag werde ich dann zum Erholen brauchen und das heißt, übernächste Woche geht's erst Dienstag weiter. Aber das erfahrt ihr dann, wenn's soweit ist. Lang genug ist es, ist es noch hin. Ich klär das nochmal ab, weil wenn, wenn ich jetzt sage, hey, wir spielen am Freitag das und das und ich bin am Freitag gar nicht da, ist das irgendwie blöd. Klär ich nochmal ab. Jetzt hab ich's mega kompliziert gemacht. Hi und Hallöchen. Hallöchen Chok, Hallöchen Minaski, Hallöchen Lord of Titans. Äh, ich, ich würde mal sagen, sowas wie, wie Zeitplan stellen wir erstmal hinten dran. Keine Freitag-Streams. Genau. Ähm, sagte sie am Freitag, während sie streamt. Sehr gut. Also, wir lassen nächste Woche erstmal nächste Woche sein. Ich hab grad gefühlt irgendwie noch 20 verschiedene Sachen im Kopf, die ich machen will. Aber ist gar kein Problem. Wir spielen jetzt erstmal Deponia und ich würde sagen, am besten gehen wir einfach direkt rein ins Spiel. Ehrlich im Park steht es, ob du dabei bist. Na? Wie geht's dir? Wie geht's euch allen? Ich hoffe, ihr habt bisher die Woche gut überstanden. Und jetzt haben wir erst schon Freitagnacht. Das heißt, das Wochenende ist da. Yippie! Außer für die armen Kärchens, die am Wochenende arbeiten müssen. Aber ansonsten ist das Wochenende da. Und ich würde sagen, ich klicke mal auf weiterspielen und gehe gleichzeitig... Oh nein. Oh doch. Oh doch, oh doch, oh doch, oh doch. Ja. Genau. Der Titel stimmt ja überhaupt gar nicht. Wir gehen ja gar nicht zurück in die Zukunft. Wir sind ja zurück in die Vergangenheit gereist. In der wir die Zukunft geändert haben. Oder so. Ich hoffe, wird sich erstmal nötnöt. Weiß nicht, ob ich Temtem kaufen soll. Das kommt am 6. September auf der Xbox raus. Kostet einfach 45 Euro. Was für ein Pokémon-Klon schon echt teuer ist. Äh, Minasuki, dann mache ich mal ganz kurz Fremdwerbung. Sofern du nichts dagegen... Also wenn du sagst, du möchtest erstmal ins Spiel reingucken, bevor du es dir verkaufst, der gute Kedos, K-E-D-O-S, hat auf YouTube vor einiger Zeit mal ein Video darüber gemacht. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber er war sehr begeistert davon. Deswegen schau dir gerne an, äh, was, was bei ihm draus geworden ist. Vielleicht steckt es dich an. Vielleicht sagst du, ja okay, kann ich mir auch schenken. Vielleicht hilft dir das. Möp, möp. Da ist G's auch da. Hallihallo, Hallöchen. Also, ich hatte tatsächlich komplett vergessen, wo wir waren. Und als ich diesen Yamag gesehen habe, habe ich für eine Sekunde vergessen, dass wir ja hier in die Vergangenheit gereist sind. Und dachte, ach du Scheiße, er hat nicht gespeichert. Aber nein, wir wollen ja hier sein. Ich habe Nixomon und Nixomon einen Extinction auf Xbox schon gekauft und fand die super geil. Mal gucken. Ah, Ehrendeiske. Ja, wir brauchen noch so ein Ausrufezeichen Deiske loben. Leute, schreibt es mir auf die Liste. Und Amazement Zone. Auch dir natürlich. Hallöchen, Hallöchen. Okay, wir sind in die Vergangenheit gereist, um einen Anzug und einen Ring zu stehlen. Allerdings nicht für uns, sondern für den Großvater oder Vater von McChronicle, unserem zeitreisenden Kollegen. Das Problem ist allerdings bei seiner Zeitmaschine, dass man die Zeitlinie nicht verändern darf. Das bedeutet, wir müssen alles so hinterlassen, wie wir es vor drei Folgen auf dem Jahrmarkt vorgefunden haben. Oh Gott. Äh. Time Talk ist immer wieder schwierig. Okay. Die Frage ist, was brauchen wir alles? Die Kristallkugel war auf jeden Fall... Ruf aus. Keine Solo-Gänge für dich. Ich rede doch gerade. Also die Kristallkugel war auf jeden Fall nicht da. Der Seher hatte nämlich keine Kristallkugel, als wir hier angekommen sind. Und er sieht mit diesem Rohr hier für mich aus dem Augenblick die ganze Zeit über aus, als hätte er eine Axt im Kopf und das irritiert mich die ganze Zeit. Okay. Hallöchen, Herr Seher. Ja, schon wieder. Tja, es muss eben alles so sein, wie es schon immer gewesen hätte sein tun sollen. Genau, Minasuki, wie es schon immer gewesen worden wäre. Können wir uns die Kristallkugel mal ausladen? Die hatte er doch vorhin noch nicht. Oder vielmehr nachher nicht mehr. Genau, die hatte er nachher nicht mehr. Und deswegen müssen wir ihm die irgendwie abluchsen. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Da ist es ihm einfach wurscht. Ja, da können wir ja gar nichts gegen machen. Also dadurch, dass wir so sauber hier eingeparkt haben mit Vince, ist es uns nicht möglich, da hinten hinzugehen. Das heißt, wir können uns nur noch hier vorne umgucken. Mir tut es nicht leid für das ganze Gespammen mit den Clips. Das habe ich sehr gerne gemacht. Auf jeden Fall danke ich dir dafür. Das ist mega gut. Ähm, Boy, das hast du doch vorhin nicht gemacht. Und diesen Anzug hat... Diesen Anzug hattest du vorhin nicht an, mein Freund. Mit dem Hut hätte ich ihn fast nicht erkannt. Im heutigen Hutmode-Ranking ist er damit definitiv Top 5. Eine traurige Bilanz. Nicht nur das. Er heißt jetzt Totengräber. Und hier war scharfkantiger... Hier war kein scharfkantiger Müll. Hier war ein Grab. Und zwar genau dieser Grabstein hier. Der stand hier. Und die Leiche war da auch nicht drin. Aber das Laken, das hier liegt, das hatte er an. Oh Gott. Also ich sehe schon, was der Plan ist. Was gemacht werden muss. Ich muss nur herausfinden, wie... Du darfst auch nur ein Foto machen, wenn er eine Vorhersehung hatte, damit es eine Fotosession wird. Oh ja. Und da stand Rufus drauf. Auf dem Grabstein? Oh stimmt, da stand unser Name drauf. So, Hallöchen, ihr schlafende Schrottritter. Habt ihr uns was zu sagen? Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Da hat er allerdings gar nicht mal so Unrecht. Ich frage mich zwar, wie die bei dem Krach schlafen können, aber hey, zur Not funktioniert einfach alles. Wozu brauchen die Leichen Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeiner davon heute noch auszugehen. Ja, hoffen wir mal das nicht. Äh, stopp. Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Ja, aber, 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 aber. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Stimmt, wir stürzen genau da rein. Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall den Schrott weg tun. Ansonsten war es das mit dem Loop. Wer sich selber eine Grube gräbt, ist bereits hineingefallen. Ja. Oder hat ein Grubengrabgerät, wie zum Beispiel einen Spaten. Hey, stopp. Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Jetzt stell dich da doch mal nicht so an. Ich bezweifle, dass er das noch benötigt. Ach so, aber das ist okay. Ja gut. Hallo, Herr Totengräber. Wie wär's denn mit einer neuen Mode? Ich hab auf jeden Fall die Lizenz, doof zu sein. Okay. Das ist natürlich auch eine legitime Lizenz. So, wie, was hatten wir letztens irgendwo gesagt? Deiske hat ein Depilom in One-Stream-Zachriismus. Hallo, Fremder. Falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Warum bist du dann überhaupt davon ausgegangen, dass ich ein Kunde sein würde? Wenn das sowieso nicht vorkommt. So, du kommst mir bekannt vor. Kann ich mal dein Zeug ausleihen? Cooles Outfit. Ich verschwinde. Wir nehmen mal alles. Er wird sowieso Nein sagen. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau. Aber Totengräber werden immer gebraucht. Eigentlich traurig, aber wahr. Oh, Pax, weißt du das denn her? Das hier war ultra süß. Oh, wie putzig. Propheten aber auch. Ja, Propheten braucht man eigentlich auch immer, weil die Menschen wollen immer irgendwas, das ihnen Hoffnung gibt. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Ja, machen wir ihm doch mal ein bisschen Mut. Wahrscheinlich sogar noch heute. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Wir könnten ja tauschen. Oh ja, lass mal tauschen. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann einen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Ah, dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grabschaufel? Ha, meine leichteste Übung. In der Tat. Ja, dann kann ich mir dein Zeug doch sicherlich ausleihen, oder? Ich war mal Poet. Oh, wie süß. Also, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wobei, wenn du sagst, ich war mal Prophet, dann vielleicht eher nicht mehr. Priesterin Zaris Predigten sind immer die Beste. Bedenke die Metapher von der Ziege und der Heuschrecke. Immer wieder großartig. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Geduld, mein Freund. Noch bist du kein Totengräber. Zeig mir, was du an der Schaufel kannst und bring mir ein Propheten-Outfit. Dann können wir weiterreden. Easy. Ich verschwinde. Tüdenlü. Tüdenlü. Ja, dann heben wir doch mal unser eigenes Grab aus. So, Schaufel. Hast gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Genau, ist wichtiger. Hofos arbeitet tatsächlich mal. Später. Bravo. Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Propheten-Outfit und wir können die Jobs tauschen. Wie wär's denn, wenn wir noch ein bisschen was Weiches da reinlegen? So als Polsterung oder so. Poet, nicht Prophet. Schreiben fällt mir seit Jahren echt schwer. Kann dir mal meine alten Werke im Discord schicken. Das darfst du immer gerne machen. Mir fallen dann schwer Worte dazu ein, aber lass dich nicht aufhalten. Hussah, er gräbt jetzt sein Graf. So, der Herr. Wie wär's denn mit einem Laken als neue Arbeitskleidung? Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Na sowas. Es sitzt perfekt. Es betont die Schultern. Und kaschiert dein Cellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Ja, easy. Du warst das verdient. Dann müssen wir jetzt nur noch die Kristallkugel loswerden. Das mit dem Schreiben, das das Schwer fällt, kann ich verstehen, Prax. Ich habe tatsächlich früher mal versucht, ein Buch zu schreiben und bin so ungefähr beim, nach dem ersten Drittel irgendwie stecken geblieben. Meine Lehrerin pflegt immer zu sagen, also meine Deutschlehrerin, das Wichtigste, das vielen Menschen als Inspiration für Schreiben dient, ist Verzweiflung. Und sobald du anfängst, dein Leben nicht mehr zu verfluchen und zufrieden zu werden, fällt dir das Schreiben auf einmal schwer. Irgendwie sad und irgendwie schön. Bevor die Augen zufallen, nochmal bei Zari reinschauen. Hallöchen, Dettelbob. Hallöchen, heute spielen wir auch extra nicht straight. Verzweiflung, genau mein Thema. Oh Gott. Entschuldige, Türtel. Das wollte ich nicht. Okay, Leute, wir müssen uns noch kurz überlegen, wie wir die Kristallkugel wegkriegen. Husser und Sohn, Müllplanet. Husser, der Müllplanet. Uh, das mache ich auch gerade. Denn auch dir noch Hallöchen und, äh, willkommen und Dankeschön, dass du noch reinschaust, Ferrari. Ich bin so müde. Dann geh doch schlafen, ist doch gar kein Problem. Aber ich freue mich, dass ihr zwei trotzdem nochmal reingeschaut habt. Das ist so lieb von euch. Aber keine Sorge, ich bin lieber eine Böse, wenn er hier im Chat nicht erscheint oder, oder im Stream nicht erscheint. Also ich, ich gucke sowieso nicht nach, wer gerade aktiv im Chat ist und wer nicht und wer, wer, wer dabei ist, ist dabei und wer nicht kann, der wird seine Gründe haben und da, da zählt kein Bock. Genauso wie, ich mag das Spiel nicht, genauso wie, ist halt nicht meine Zeit. Ich schreibe an einem Buch und die Inspiration kommt immer nur, wenn die Psyche gerade im Eimer ist. Siehst du, genau was ich gesagt habe, Menschen brauchen zum Schreiben einen gewissen Grad an Verzweiflung. Aber gräme dich nicht, du hast keinerlei Zeitdruck. Es ist nicht so, dass das Buch irgendwann, was weiß ich, entweder das ist in drei Wochen fertig oder du darfst das nicht mehr weiterschreiben. Und wenn du jetzt zehn Jahre Pause machst, ist auch in Ordnung, dann schreibst du in zehn Jahren weiter. Wie, keine Anwesenheitspflicht. Ja, keine Anwesenheitspflicht hier. Erstmal State-by-Modus für Ferrari. Ja. Erstmal Batterien aufladen. Ich schreibe kleine Texte eigentlich. Habe ich früher auch. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich probiere es mal mit einem wirklichen Buch und naja, bisher ist es noch nicht so krass geworden. Aber mal gucken. So, Sarri, wichtige Frage. Auf einer Skala von zehn bis zehn bis Oh Gott, wie niedlich. Wie findest du Stray? Alles davon und vor allen Dingen ja. Der gute Diceke hat sich heute die Mühe gemacht, auf den gesamten Stream von gestern nochmal Minute für Minute durchzugehen und jede Stelle rauszuklippen, die er irgendwie cool fand. Und ich glaube, es sind irgendwie gefühlt 20 Clips geworden. Es ist einfach mega cool. Mir wird so oft auf Twitter dann immer ungefragt geschrieben, ja, also das Spiel geht ja nur so und so lange. Das kann man eigentlich schon mal in einem Abend schaffen. und ich bin dann so, hey Leute, ich bin jetzt wahrscheinlich in Kapitel 2 oder Kapitel 3 oder so. Ich habe noch nichts von dem Spiel gesehen, weil ich einfach alle paar Minuten anhalte und das Spiel eigentlich gar nicht spiele, sondern nur, guck mal hier, ich kann mich da hinlegen und da können wir ein bisschen Musik hören und da kann ich den Teppich zerkratzen und da kann ich rumlaufen und warte mal kurz, warum waren wir nochmal genau hier? Und oh, guck mal, ich putze mich. So, und so geht das die ganze Zeit. Liebe, das Game so hart, das ist so toll. Ja, wirklich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für Leute, die mit Katzen nichts anfangen können, ein echt ätzendes, nerviges Spiel ist, was einfach nur so ein Walking Simulator ist, wo du halt durch die Gegend läufst und fertig ist das. Aber ansonsten, für alle Katzenliebhaber ist Stray einfach, es ist einfach zu gut. Und ich habe heute auf Twitter gesehen, Turtlepop, die Synchronstimme von unserem Stray-Kätzchen heißt Lala. Und ich habe heute ein Foto von ihr gesehen, weil die Entwickler das gepostet haben und ich fand das voll süß. Wie, was, wo, was ist mit mir? Ich habe gesagt, du hast heute ganz viele Clips gemacht und das war toll. Da sagst du, was fünf Minuten lang Musik hören und schnurren und schnurren da liegen. Beste Leben. Ja, wirklich. Einfach in so einen Haufen Plüsch reinlegen und ein bisschen Musik hören. Super gut. So, also, wir müssen noch ganz kurz hier die Kristallkugel kaputt machen. Hast du es retweetet? Ja, habe ich. Findest du also bei mir. Ein Katzen-Voice-Actor. Ja, in der Tat, also, die gesamten Katzenlaute, die in Stray vorkommen, sind von Lala eingesprochen, dem süßen kleinen Kätzchen der Entwickler und ich finde das einfach nur mega cool. So, okay, wir müssen eine Kristallkugel verschwinden lassen. Standen die Pins später auch schon da? Wir haben bestimmt die Pins, die wir nicht sehen weil hier eine Tür im Weg ist mit der Kristallkugel abgeräumt. Ich habe das gerne gemacht dass du heute einen ruhigen Stream-Tag hast und ich dir so auch was abnehmen konnte. Trotzdem darf ich sagen vielen lieben Dank dafür da ist geessen. War eine enorme Hilfe. Ansonsten hätte ich das nämlich heute oder morgen gemacht. So habe ich mich heute darauf konzentriert endlich mal wieder die ganzen YouTube-Thumbdays zu basteln damit ab morgen auch endlich wieder YouTube-Videos kommen auf dem Kanal. Falls ihr es nicht wisst ich habe einen YouTube-Kanal der mir als Stream-Archiv dient und was ist das denn für ein riesen Viech? Mein Gott! Leute, ich glaube ich muss mal kurz was erschlagen gehen. Das ist ja ekelhaft. Ja, na voll süß. Ja, wirklich. Leute, ich bin mal sofort wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm, Moment, Moment. Das war, glaube ich, in Florida oder so war das gewesen. Da darfst du deine Graffe nicht an einen Hydranten binden. Das ist verboten. Äh, aber nee, das ist mehr so... Das sind mehr so Fahrtsachen gerade. Also mehr so Straßenverkehrsdinger. Oh, in Nevada darfst du kein Kamel auf dem Highway reiten. So, bei Zari kann man gut wohnen, wenn man eine Spinne ist. Im Moment ja. Ich habe es heute ins Discord geschrieben. Meine Spinne Sophie hat jetzt meine Freunde eingeladen. Und die dürfen jetzt auch beide hier wohnen. Und ich habe die zweite, also die dritte habe ich erst bemerkt, weil ich die zweite genau dahin setzen wollte. Wo soll ich meine Graffe denn dann anbinden? Auf jeden Fall nicht an einen Hydranten. Wie wäre es mit einem Baum oder einem Fahrradständer in der Nähe? Auf dem Flughafengelände von Bourbon dürften keine Schildkrötenrennen mehr abgehalten werden. Arme Schildkrötenlis. Ach man, stellt euch vor, da macht jemand illegales Schildkrötenrennen und dann werden die einfach von einem landenden Flugzeug überrollt. Die Armen. In Ordnung. Wir gehen mal wieder zurück ins Spiel. Entschuldigung. Jetzt natürlich erst recht. Wir wollen die Kristallkugel. Ach ja, das weckt Erinnerungen. Kein Dirtelpop-Rennen mehr. Nicht auf der Start- und Landebahn. Vielleicht kann man die Graffe ja auch an einen Hundständer binden. Das fände ich auch sehr sinnvoll, Pax. Dann kannst du den nämlich auch einfach mitnehmen, nimm Zweifel und dann wieder woanders abstellen. So, können wir mit dem Seher einfach reden und ihn um die Kristallkugel bitten? Am Giraffenständer. Ja. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Bäh, obwohl, das kommt ja erst noch. Oh oh. Warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht. Ja, nicht. Wir müssen den Seher dazu bringen, uns zu vergessen. Wir müssen ihn einfach mit der Kristallkugel ein Schädel-Hirn-Trauma verpassen, damit er vergisst, dass wir jemals existiert haben. Ich bin mit meinen Giraffen immer am Hotdog-Stand fest. Ey, das ist so smart, Minas. Okay, dann haben die direkt was zu essen. Aber Giraffen sind Vegetarier. Die können doch die Brötchen essen. Außerdem gibt es ja heutzutage in jedem Hotdog-Stand auch vegetarische Hotdogs. So, Keine ist nochmal weg. Bis später, falls ich nie einen schlafe. Alles klar, Keine, bis später. Und ich hoffe, du hattest heute einen fantastischen Tag. Denn ich habe mich gerade daran erinnert, dass du heute ja einen ganz besonderen Tag hattest. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir Wurscht. Mist. Schade. Können wir ihn nochmal ansprechen? Nicht das Pfeifenkopf-Männchen, der Schlang. Nur, nee, nicht so, dass er stirbt, Turtle. Nur so weit, dass er sich nicht an mich erinnert. Wir brauchen ihn lebend. Am Hotdog-Stand habe ich schon Ärger wegen der Giraffe bekommen. Oh, schade. Dabei ist das doch so ein... Boah, das nächste Mal musst du einfach fragen, ob du an der Giraffe so ein Schild anbringen kannst. Im Sinne von der Hotdogs hier. Beste Hotdogs hier. Einfach vorher fragen. Und mit denen wer wir den aushandeln, dann müsst ihr auch keine Parkgebühren zahlen. Ähm, kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach, komm schon. Es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Nur ein leichter Schädel, Hirntraum, okay, dann gerne. Sehr gut, sehr gut, dann sind wir uns einig. Ähm, wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Wirst du vergessen, dass ich hier war? Welches City-Hoot-Trends in Zukunft? Wir fragen mal alles. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Na, ne? Seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Weißt du, die Giraffe trägt schon eine Werbeschabracke? Eine Werbeschabracke? Ich kenne, ich... Ich kenne ehrlich gesagt Schabracke nur als Schimpfwort für Frauen. Was ist denn das eigentlich? Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe das immer so akzeptiert. Hoffentlich bindet man mich nicht am Hotdog-Slandfest. Hast du so einen langen Halspacks oder eine blaue Zunge? Ansonsten unwahrscheinlich. Rachen dürfen frei rumlaufen. Oh, sehr gut. Okay. Dörteln geht mal die Äuglein zumachen. Alles klar. Schlafstelle und träumen was Süßes. Ich habe Bracke. Ist der Überwurf beim Pferd? Ah. Lol. Ne, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich kenne das tatsächlich nur als Schimpfwort für Frauen. Meine Wüffern lasse ich immer frei fliegen. Die mögen das. Oh, schön. Solange sie dich dann wiederfinden, ist ja alles gut. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Deine Kristallkugel ist einfach kaputt. Oh je. Nehmen wir es doch mal zu. Deine Kristallkugel ist einfach kaputt. Wenn du, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Oh mein Gott, das ist eine Vodafone-Kristallkugel. Jetzt habe ich es. Jetzt ergibt alles Sinn. Ja gut, dann kann ich dir auch nicht helfen, Junge. Das tut mir leid. So, ich habe letztens ein Pferd auf einer Koppel gesehen. Die hatte eine Schabröcke mit Zebrastreifen. Ich habe erst mal meine Augen nicht getraut. Ja, glaube ich. Du denkst natürlich erst mal, hä? Wieso hat das mittendrin andere Streifen? Mein Blick muss klasse gewesen sein. Immer noch besser als eine 1&1-Kristallkugel. Da hätte die einfach nie empfangen. Aber dann würde er sich auch nicht wundern, dass er keinen Empfang hat. Die Leute gehen ja trotzdem zum Vodafone, obwohl sie eigentlich wissen, wie häufig das Schmuh ist. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet Nein. Mist. Nein. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Murmel. So ein Kadauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Was solltest du denn jetzt die Frage? Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Die Kugel hat gesprochen. Die Antwort lautet... Turbanen. 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 Ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ich leih mir die mal ganz kurz und lasse den einfach mal arbeiten, ne? Denn er hatte ja einen Turbanen, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Aber Unity Media, bevor die von Vodafone geschnuppt wurden, hatte ich nie Internetprobleme. Jetzt häuften sie sich. Zufall? Ich glaube nicht. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich seit Jahr und Tag bei der Telekom bin und bisher nur äußerst selten Probleme hatte. Ich hatte mal eine Zeit gerade, als ich mit dem Streamen angefangen habe, als mir jeden Tag um dieselbe Uhrzeit das Internet ausgefallen ist. Und das war so unfassbar nervig. Weil wenn du gerade versuchst, dir was aufzubauen, wo du das Internet zum Arbeiten brauchst und du dann kein Internet hast, mitten im Stream, das ist halt Kacke. So. Hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Dam, dam, dam. Ja, wie frech. Also was sagt man dazu? Das Pfeifenkopf-Männchen ist ein Hochstapler. Ja, wenn es ein tragbares Zeitportal ist, nehmen wir es doch einfach mit. Dann machen wir die gar nicht kaputt. Dann klauen wir die jetzt einfach. Ja, dann können wir ja gehen. Meine Eltern haben ständig Probleme mit dem Internet, wenn ich hinkomme. Und das ist echt schade. Meine Mutter wurde damals von der Telekom verarscht. Seitdem meide ich die. Kann ich verstehen? Kann ich dann sehr verstehen? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass wir in Deutschland so unfassbar die Möglichkeit hätten, uns digital irgendwo weit nach vorne zu katapultieren. Mit vernünftigem Internet für alle. Mit keinen Funklöchern mehr in Deutschland. Aber nein, wir entscheiden uns einfach dagegen. Und mit wir, meine ich halt in erster Linie dann wieder die Regierung, aber die wählen wir also letztendlich. Wir entscheiden uns dann wieder dagegen. Man muss sich doch nur einmal irgendeinen Behördengang angucken, wo es dann heißt, nee, also sorry, wir, wir, sie müssen das leider von da holen, wo sie geboren worden sind. Das können wir hier nicht machen, weil wir haben keinen Zugriff auf die Datenbank von unseren Kollegen drüben in der anderen Stadt. Nerf! Der Informant, als wir hier über den Anzug gesprochen haben, hat er mit seinem Informanten geredet. Und dieser Informant ist der Wahrsager. Das ist ja frech. Und juhu, wir haben jetzt einen Bohrer. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben einen. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen, aber hey. Und wieso können wir immer noch mit ihr interagieren? Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Ah, sehr gut. Ja, dann haben wir doch eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Ach nee, wir brauchen ja noch einen Ring. Wo bekomme ich denn einen Ring her? Und für dich brauchen wir noch einen Hammer und einen Meißel, kann das sein? Wozu brauchen Leichen-Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeiner davon heute noch auszugehen. Und außerdem brauchen wir ja den Eimer auch nicht. Also, den braucht er ja jetzt nicht mehr. Denn wir sind jetzt der Totengräber. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was der Punkt ist, den ich gerade verpasse. Hallo. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Sehr gut. Wir können auch nicht mit dem Grabstein interagieren. Der ist uns also tatsächlich herzlich egal. Hm. Die wollen wir schlafen lassen. Tja, Vince, können wir dann wieder zurückgehen? Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss so hergerichtet sein, wie du es nachher vorfinden wirst. Ich denke an nichts anderes. Genau. Aber was fehlt uns denn dann? Der Kamera geht's gut. An Vince kommen wir nicht vorbei. Stör mich nicht. Es gibt hier eine interessante Kolumne über die richtigen Wickelpraktiken. I see. Können wir jetzt die Kristallkugel kaputt machen? Oh, können wir wirklich? Wir machen wirklich eine Bowlingkugel. Gut. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir tun es einfach mal. Das Spiel... Das Spiel gibt mir eine Bowlingbahn und eine Bowlingkugel an die Hand. Was soll ich anderes machen? Leichter Schädelgewirr. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Hm. Dann eben so. Schnell, Vince. Wir sind hier fertig. Gib Gummi. Ja, perfekt so. Ähm. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Ich erahne eine Hochzeit. Na nun? Was ist denn jetzt kaputt? Rufus! Hier drüben! Ich erahne furchtbar, was das... Na endlich! Wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so. Dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil. Ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik. Ich deizel das schon. Beeil dich bitte. Ja, wir kriegen schon irgendwo einen her. Aber vor allen Dingen, guck mal, dieses süße Schnabeltier schläft hier immer doch. Ist das nicht süß? Das Zeitreise-Klo ist Vince, nicht der in Porta Fisto auf dem Klo steckt? Äh, nee, tatsächlich haben wir... Wegen Hochzeitsvorbereitung. Okay. Tatsächlich haben wir den auch schon getroffen. Der saß nämlich auch im Deiner auf dem Klo fest. Da hat er allerdings keine, ähm, Temporal-Diarrhoe, so wie im dritten Teil, sondern litt an einer, ähm, äh, Temporal-Verstopfung. Und deswegen mussten wir ihm Abführmittel geben, damit er weiter in die Endzeit reisen konnte, wo wir ihn dann im letzten Teil getroffen haben. Smarterlich, smarterlich. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass sie mir hier ein bisschen zu lange, orangefarbene Haare hat für die Küchenbedienung. Wie hieß sie noch gleich? Rika oder so? Rita? Ich glaube, Rita war ihr Name. Jetzt kommt alles zusammen. Ja, wirklich. Also hier, hier sind einige Sachen, die so tun, als ob sie irgendwie, ähm, als ob sie erst jetzt erklärt werden, aber eigentlich die ganze Zeit über geklärt waren. So, wir erfinden Probleme und lösen sie dann. Okay, können wir jetzt bei ihm hier einbrechen? Können wir nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. Das violette Schnabetier ist einfach Zucker. Ja, wirklich. Das ist einfach unglaublich süß. Voll süß. Jetzt will ich ein Deponia Schnabetier-Simulator spielen. Au, ja. Okay, gucken wir mal, ob wir da unten noch was finden. In Richtung Zukunft. Na toll, der Architekt ist auch futsch. Wer verklickert mir denn jetzt, wo ich diesen dämlichen Ring herbekomme? Es sei denn natürlich, ich fände einen Weg, mir sein mysteriöses Insider-Wissen anzueignen. Wie zum Beispiel, indem wir unseren Kopf in das Portal stecken und selber den Insider befragen? Challenge-Sim. Sage für acht Minuten nach jedem Satz überrascht und fragend. Katze? Wir können den Ring hier klauen. Katze? Moment, ich muss mir noch einen Timer dafür stellen. Katze? Mal gucken, wie lange es dauert, bis meine Katze darauf reagiert, denn sie fühlt sich bei dem Wort Katze bereits angesprochen. Katze? Okay, wir klauen uns hier den Einhornring. Katze? 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 Okay, ein Ring. Katze? Dann bringen wir den mal zurück. Oh ja, du hast dich sehr schön umgezogen, Rocco. Katze? Und? Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn? Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. Katze? Okay, willkommen zurück in der Zeitmaschine. Und dann lass doch einfach mal random diesen Knopf hier drücken. Katze? Ein Ring. Katze? Sie zu knechten. Katze? Sie ins Dunkel zu treiben. Katze? Katze? Und für ewig zu binden. Katze? Schön. Ich hoffe, es gefällt euch so. Katze? Aha, jetzt haben wir mehr als nur das eine Zeitreise-Portal zur Verfügung. Katze? Was haben wir denn? Portal random. Katze? Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Belastend. Katze? Mega gut sagen. Das freut mich. Katze? Ha, Schwamm drüber. Auf geht's. Mal gucken, wo uns das hinbringt, ne? Wird schon schief gehen. Katze? Oh, das ist ein bisschen ausgelaufen. Iiiiih. Iiiih. Unser Zeitportal ist ausgelaufen. Iiiih. Katze? Unser Zeitportal ist ausgelaufen. Iiiih. Katze? Entschuldigung, ist das Wall-E? Katze? Armbrust? Katze? Ich erkenne doch eine Armbrust, wenn ich eine sehe. Katze? Erklärung für den Ring, der macht das Herr der Ringe, klingt sehr ähnlich zum Hochzeitsring. Katze? Hier subbt die ganze gute Tachionen-Schlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Ja, wirklich. Katze? Katze? Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Und in Deponia zumindest. Katze? Das sind jetzt meine Katze. Die Wüste der Zeit. Hier wohnen die Bronze-Drachen. Katze? Das mit Katze. Das habe ich übrigens von dem Film Oben. Oh, den habe ich tatsächlich nie gesehen, Pax. Katze? Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen Abend, Taler Hunter. Katze? Übrigens, bitte nicht wundern, ich habe gerade eine Challenge am Laufen, bei dem ich hinter jeden Satz das Wort Katze binden muss, deswegen Katze. Die Bronze-Drachen-Katze. Man kennt sie. Katze? Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Versteht ihr? Eigentlich hat er ja alle Zeit der Welt, um irgendwelche Leute kennenzulernen. Denn er kann ja am Ende der Zeitmaschine einfach dahin zurückreisen, wo er noch alle Zeit der Welt hat. Katze? Schau schon eine Weile zu. Dann weißt du ja Bescheid. Katze? Hallo, Fremder. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir mennen dieses Land. The West of Dalm. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist Mömed. Ich gehöre zur Einheimischen Region. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde an und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Öhren zu tun hat. Zu tun hat. Katze? Ich glaube, das ist der Janow-Synchronsprecher. Das kann sein, aber der Sprachfehler ist auf jeden Fall ein anderer. Das von Moment klingt mehr wie ein Dialekt. Und ich finde auch, dass Moment vom Namen her so ein bisschen wie Moment klingt. A moment of time. Katje? Aber ich muss schon sagen, ein Land zurückzuerobern, von dem ihr wisst, dass das nur noch eine Wüste ist und deswegen Krieg zu führen und irgendwie tausende Dode jeden Tag zu riskieren, halte ich schon für relativ sinnlos. Aber ich war auch noch nie in so einem, in so einer Situation, dass ich mir da irgendwie ein Urteil bilden könnte. So. Mom ist ja auch Moment in den englischen Abkürzungen. Das stimmt. Katje? Genau, dann können wir die Armbrust haben. Moment. Katje? Armbrüste haben eine fast durchgängige Top-100-Platzierung auf der Liste meiner Lieblingsbrüste. Moment, Moment, Moment. Katje? Also ich verstehe, Armbrüste sind toll. Definitiv. Kann man gar nicht gegenargumentieren. Katje? Aber warum gibt es eine Top-100? Also so viele verschiedene Arten Brüste kenne ich jetzt nicht. Außer er zählt jedes einzelne Paar, das er jemals gesehen hat, einzeln auf dieser Liste auf. Und dann ist eine Top-100, auf der noch eine Armbrust zu finden ist, auch wieder besonders aussagekräftig. Katje? Aber ja, das Verstörende daran ist, dass Rufus eine Top-100 seine Lieblingsbrüste hat. Definitiv. Katje? Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenruhe. Ja super, dann brauchst du sie ja nicht. Ich weiß zwar nicht, wozu wir sie brauchen könnten, aber hey. Katje? Gehen wir mal zum Berg. Moment. Wenn der Prophet nicht zum Berg will, muss der Berg eben zum Prophet. Gab es nicht so ein Sprichwort? Katje? Was machen wir hier oben? Siehst du jetzt, wenn hier was mit der Armbrust? Oh. Das war es leider mit der Katje. Aber ganz für euch am Ende nochmal Katje? Challenge accepted und challenge cleared. Ich habe das challenge accepted übrigens vergessen. Können wir die Uhrenzeiger als Pfeile benutzen für die Armbrust? Uhrenzeiger als Armbrust-Munition? Tja, warum nicht? Und jetzt greifen wir an. Daraufhin werden sie denken, also wird Momet denken, dass die anderen die Waffenruhe gebrochen haben. Und deswegen wird der Krieg wieder von vorne losgehen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum wir das machen. Ich nehme einfach nur die Rätsel, wie sie kommen und das Ergebnis schauen wir uns dann am Ende an. Übrigens finde ich es sehr süß, dass er hier versucht, mit Pfeilern in den Sand ein Zelt zu stabilisieren. So funktioniert Sand nicht. Wie sind die da überhaupt gelandet? Das sind die Lände ihrer Vorfahren. Nein, nicht nach vorne. Halt, stopp. Wir müssen doch hier irgendwas abschießen können. Das Zeltlager. Das ist nicht so weit weg. Das ist genau unter dir. Jetzt stell dich nicht an. Mensch. Was bist du denn für einer? Mensch, Hufus. Du hast eine Armbrust, mein Freund. Probier jetzt mal einfach ein Kram aus. Miau. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Moment. Temporaler Heckenschotzer. Temporaler Heckenschotzer. Und damit Hallöchen und Willkommen. So näher. Einen wunderschönen guten Morgen dir. Und Dankeschön für dein Zap. Elf Monate. Jetzt schon sieben davon hintereinander. Ja, unfassbar. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Und Hallöchen auch dir, Sweet Keo. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Und ich hoffe, dir auch. Ich hab gar kein Abo mehr. No, Sweet. Jetzt musst du auf die süßen Emotis wieder verzichten. Tragig. Wenn du deine Chancen erhöhen willst und nicht das Geld hast oder die Lust hast, selber zusammen entweder Twitch Prime benutzen, das funktioniert nämlich ohne, dass du was extra zahlen musst, oder du hoffst nächste Woche Samstag darauf, da machen wir nämlich einen Sabaton, bei dem ihr die Streamlänge mit Subs und Sub-Geschenken verlängern könnt. Und vielleicht kannst du da mit etwas Glück ein bisschen, äh, einen schönen Sub, mit einer Sub-Bombe getroffen werden. So, das wollte ich sagen. Geiler Sabaton. Ein Zari-Ton. Ein Sabaton. Ja, da sabbern wir um die Wette. Gääh. Wer zuerst sein Glas voll macht, hat gewonnen. Gääh. 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 Da stand diskret. Äh, wo? Bei, bei deinem Abo wolltest du das eigentlich geheim machen? Entschuldigung. Dann, dann, dann tut mir leid zu näher, dann, dann versuche ich mich dran zu erinnern, bei dir ab sofort nur noch Dankeschön für den, äh, für den Sub zu sagen. Okay, dann, ich, ich gebe mir alle Mühe ab sofort nur noch zu sagen, Dankeschön für den Sub und nicht mehr wie lange schon oder sonst was. Und wenn du möchtest, kann ich auch versuchen, mich dran zu erinnern, das dann einfach zu ignorieren, wenn du sagst, dir ist das so unangenehm. Sagt Bescheid, weil ich, ich möchte ja auch, dass ihr, dass ihr das gerne macht und dann nicht hinterher denkt, bäh, hätte ich mal nicht gemacht. Okay. Oder er fragt ganz nett. Ja, Speed kann natürlich auch einfach nett fragen, das funktioniert auch. So, jetzt haben wir Zeitreise-Gift-Pfeile. Können wir damit jetzt auf dich schießen? Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Achso, ich dachte genau, das wäre der Plan. Alles gut? Okay. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Puh, Stillstand ist Rückschritt. Okay. Wir werden das natürlich tun. Wir sind ja lieb, aber was könnten wir denn sonst noch hier machen? Können wir einfach wieder gehen? Na super, das Time-Port sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Lang lebe, die Dino-Queen. Spaß für die Dino-Queen. Na super, das Time-Port sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Hm, ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Ich verstehe, ich verstehe. Twitch hat mich doch verraten, nicht du. Das stimmt natürlich. So, wir können jetzt genau wie das letzte Mal mit dieser pinken Grütze einfach auf das Portal schießen. Wisst ihr, das ist zu weit weg, aber das da ganz hinten noch drei Sandhügel weiter, das geht. Ja, dann wollen wir mal. Natürlich. Ha, Treffer. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Ja, dann. Bye-bye, Moment. Warum waren wir jetzt überhaupt da? Ah, um Zeit zu überbrücken. Aber, 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 also, ich war jetzt gerade für die erste Sekunde bei, oh, ist das süß. Die beiden sind zusammengekommen und der Ring ist immer noch an ihrem Finger und sie sind einfach gemeinsam hier auf der Terrasse, haben ihren Lebensabend genossen. Und sind gemeinsam hier gestorben. Aber da steht Rita. Die Frau, die ihr heiraten sollte. Und ich hab euch doch gesagt, dass sie ein bisschen zu lange orangefarbene Haare für Rita hat. Ich glaube, der hat uns unsere Goal weggesnackt. Jetzt gibt's erstmal Chili con carne, während Zari das Zeitgefüge versucht zu reparieren und Rufus alles kaputt macht. Ja, das ist die perfekte Beschreibung, Midaski. Je mehr ich versuche, hier alles wieder fit zu machen, desto mehr macht Rufus alles kaputt. Das Portal ist doch direkt drüber. Ich glaube, die Perspektive ist einfach komisch. Das kann sein, dann war das Zeitportal einfach sehr klein. Also, aber wen hat er dann geheiratet? Hat er uns wirklich unsere Goal weggesnackt? Ich muss kurz zu meiner Dino-Armee mal schauen, was meine Anführung macht. Er ist noch ein Baby. Das klingt so gut. Dieser Ring hat mir bislang nichts als Ärger bereitet. Tja, Rita, was machst du denn hier? Rita? Rita, du lebst. Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon. Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber, das kann nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber, das hieß sie ja. Goal ist tot. Alle sind tot. Oh, ist das traurig. Also, nicht nur haben wir versehentlich Rita jetzt Hoffnungen gemacht und die dann für immer zerstört. Rocco hat uns unsere Frau weggeschnappt, weil wir wegen der Zeitanomalie so irrsinnig lange weg waren, obwohl es für uns nur ein paar Sekunden waren. Und für Rufus ist das Traurigste doch eigentlich, dass, ich meine, schaut sie euch an. Die beiden haben sich wirklich geliebt. Die hatten ein erfülltes Leben zusammen. Ist das nicht sad, dass sie am traurigsten war, als sie nicht mit uns zusammen war, sondern uns einfach ignoriert hat? Leute, ich erzähle hier gerade was Trauriges. Da könnt ihr mich doch nicht einfach erschrecken. Zeit ist schon was Wildes. Ja, Zeitparadoxen sind immer wieder krass. Es erinnert mich gerade ein bisschen an Steinskate. Übrigens, falls ihr den noch nicht geguckt habt, hervorragender Anime. Sehr verwirrend. Am Anfang ein bisschen trocken, weil halt viel Theorie um Zeitreisen erklärt wird. Aber super lohnenswert. Äh, Steinskate. Also so wie das deutsche Wort Stein mit S hinten dran. Und dann ein Semikolon und dann Gate. Guckt ihn euch an. Der ist super. Rufus selbst ist das größte Paradoxon. Ja, wirklich. Und das violette Schnabel, die ist auch weg mit der Sigi, du hast recht. Oh. Es ist halt so traurig, dass das Beste, was Goal passieren konnte, war, dass wir weggegangen sind. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. So. Nicht nur geiler Anime, noch viel geilere Mischo hin, Doppel. Oh, Steinskate. Sorry, ich liebe dich. Steinskate ist richtig geil. Und wir nehmen einfach die Spitze von dem Einhornhorn als Nadel für die Jukebox. Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast eine alte Frau. Die Datasetten-Sammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Ach, Rufus, du kannst einfach alles nur verschlimmbessern. Selbst wenn du wirklich helfen willst, machst du immer noch alles kaputt. Das habe ich jetzt gerade wirklich nicht kommen sehen. Ich habe damals auch alle School-Days-Endings gemacht. School-Days habe ich komplett geskippt, weil mir von Anfang an quasi gesagt wurde, was so der Twist ist. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Aber Steinskate fand ich immer cool. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Und mitnehmen kannst du ihn trotzdem nicht mehr. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Wo? Nachher. Gut, können wir noch irgendwas anderes machen? In Richtung Zukunft können wir auch nicht mehr gehen. Der Typ mit seiner Zeitmaschine ist nicht abgehauen. Aber der hier, also Vince mit seiner Zeitmaschine ist scheinbar abgehauen. Und lebt jetzt woanders. Ja, dann gehen wir doch mal nach draußen gucken, oder? Oh, hier haben wir immer noch so ein Zeitportal. Gehen wir da einfach hin? Guten Tag. Willkommen hier zu Besuch. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Äh, eingefrorene Rufus? Ach so, weiß ich. Weil in der Zeit alles so viel langsamer läuft als hier. Also eine Minute hier sind zehn Jahre oder so in der anderen Welt. Deswegen, wenn wir von der Welt hier reinkommen, bewegt sich quasi alles für uns in Ultra-Slow-Mo. Die Tech-Cave ist supergeil. Warte, ich will eine witzige Mannschaft sein, so spät die Tech-Cave auffressen. Auf Alpha wollte eben nur geknuddelt werden. Ja, ist das süß. Ich mag es auch immer, wenn die Fleischfresser dann irgendwie so bären wollen. Und creepy wird es immer, wenn deine Babypflanzenfresser auf einmal Fleisch möchten. Und du denkst dir so, okay. Okay, du. Dann, 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 dir dein leckeres Steak. Komm ja nicht auf den Geschmack. Und bei Skull ist mir den Anime geguckt, weil ich damals die Vision Novel hatte. Und habe Steinskate, die Novel auf meiner PS Vita. Ah, ja, ich habe tatsächlich keine PS Vita. Deswegen, ich benutze... Das Viech lebt wieder. Es hat sich erholt. Ähm. Blub, blub. Jetzt habe ich ins Licht geguckt. Jetzt flimmern meine Augen. Äh, Steinskate, die Vision Novel. Genau, ich habe keine PS Vita. Und, äh, ich hatte eine Zeit lang, in der ich super gerne Vision Novels gespielt habe. Zum Beispiel The Fruit of Grisaia ist mein absoluter Favorit. Da kann ich den Anime auch zu empfehlen. Uah. Sekunde. Und, äh, ich habe Hunger. Wir machen Hunger. Okay, der Käfer kam zurück, ist vor meinen Füßen gelandet und ist jetzt tot. Was hat er davon? Er hätte ein ruhiges Leben führen können, indem er sich nicht nochmal mit mir anlegt. Ich dachte, er hat seine Lektion gelernt. Hat er nicht? Pech gehabt. Dalla, gute Nacht, schlafstimmend und träumt was Süßes. Okay, meine Katze frisst ihn. Das ist in Ordnung. Jetzt wüsste ich nur gerne, wie der hier reingekommen ist, weil ich habe eigentlich überall Insektennetze an den Fenstern. Da muss wohl irgendwo ein Riss drin sein. Apropos Riss, wir hängen ja immer noch in so einem Riss drin. Weg zum Overseer macht immer wieder aufs Neue Angst, aber ist geil. Vor allen Dingen der Giga. Der Giga steht häufig so, dass du den einfach in die Lava locken kannst. Also ich gehe da eigentlich immer mit meinen... Meistens gehe ich da mit T-Rexen durch. Oder ist das neueste mit den Shadow Lines. Shadow Mains. Ach, die 4D-Brille können wir uns jetzt klauen. Deswegen hatten wir die danach nicht mehr. Meine 4D-Brille. Ich hatte mich schon gefragt, wo ich die hingelegt hatte. Es hilft also wirklich, dahin zurückzugehen, wo man sie zuletzt gesehen hat. In der Tat. Die brauche ich dringender als er. Ich habe gedacht, er kommt jetzt zurück, um ihn zu paddpadden. Feini, Feini. Okay. Neu, wir können tatsächlich auf wen schießen. Aber auf wen? Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Das Portal ist schon offen. Wer wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Schließen wir doch einfach mal nach draußen. Und treffen die Ziege. Okay, was können wir denn hiervon treffen? Seltsame Nupsis. Ein Profi wie ich überreist sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Klar. Dafür brauche ich nur meine Finger und immer zwei Fingerbreitfeter im Tank. Mhm. Gut, was haben wir noch zur Auswahl? Ganz da oben ist noch was. Eine Bohnendose. Warum sollten wir eine Bohnendose abschießen? Also Leute, so langsam wird es echt weird. Ich mache das jetzt nur, weil ich es kann. Und nicht, weil ich das irgendwie muss. Der Giga geht eigentlich, der ist saudum und läuft in die Lava. Mikroraptor und Pulvis sind zum Kotzen. Bei dir wurden zwar Pullover draus gemacht. Aber du meinst die Purlovia. Diese Viecher, die dich vom Mount runterholen. Ja, die sind ätzend. Ja, Kairi, da war ein Käfer, ja? Wir sind ja gar nicht aufgegessen. Du hast ihn ja nur rumgeschmissen. Ihhh, erfressen gefälligst. Katzen. So, dann Bohnendose, würde ich mal sagen. Okay. Und nochmal. Oh, wir sind einfach so gut. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Na, nachher. Tote Hose, offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ähm. Ach, guck mal, wir haben sie doch. Du bist, was du isst. Demnach wäre McCronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Hehe, er ist ein Lauch. Ja, ich sollte mich wirklich gesünder ernähren. Verdammt, warum habe ich das gemacht? Jetzt komme ich da doch nie wieder ran. Mein Gott, sie ist doch hier. Damit können wir auch nichts machen. Was haben wir denn noch vor hier? Der Rest ist doch gut. Pack die mal wieder weg. Können wir mit der Bohnendose die Nupsis treffen? Ein Profi wie ich überreißt die sein. Eine Dose ist also kein Nupsilator. Ist eine Dose auch ein Nupsilator? Nein, Patrick, eine Dose ist kein Nupsilator. Aha. Ist Mayonnaise ein Nupsilator? Der Shadow gehört nicht nach der Island. Der frisst alles auf. Er ist viel zu OP. Aber jeder, wie er will. Hey, ich habe meine Shadow Mains auf 20 Ausdauermutationen, 20 HP-Mutationen, 40 Damage-Mutationen und 20 Gewichtsmutationen gezüchtet. Den benutze ich jetzt auch. Das war eine scheiß Arbeit. Der ist irgendwie Level 700, schlag mich tot. Nupsi. Okay, Madame, sie hat noch Hunger. Ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Ja, wenn du so Hunger hast, dann isst doch einfach die Bohnen. Dainonicus, auch sau OP. Dainonicus wurden bei mir im Stream verbannt, nachdem ein Freund von mir mir helfen wollte. Und ein, äh, Moment, kurz ausholen. Er hat einen Giga mit einem Dainonicus getötet. Nein, stimmt gar nicht. Er hat einen Dodorex. Einen von euch gespawnten Dodorex. Also von Chattler, glaube ich, oder von Kart. Äh, hat mein Kumpel Shio mit nur einem Dainonicus getötet. Und dann hieß es, okay, die sind viel zu OP, die werden gebannt, die darfst du nicht mehr im Stream verwenden. Schade für mich. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Belastend. So, dann wirst du den Overseer aufs Gortzscherf wiederfinden. Der haut doch ab und rennt bis nach Hyperation. Ja, das glaube ich auch. So, haben wir hier noch was anderes? Aha, ich sehe Potenzial. Aha. Potenzial erkannt. Er meint mich damit. Und zack. Der Blutungsschaden von Dainus ist schon krass. Das Portal, das in Mac Chronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Ein weiter Weg. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wie wir das Garagentor wieder aufbekommen können. Na, ob das noch funktioniert? Aha. Aha. Unser altes, gutes Butterfass. Allerchen, Zeit arrangieren, dass du da bist. Na? Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachionenkäse verwandelt. Muss sie Milch gewesen sein. Dann sammeln wir das mal auf mit der Dose. Das muss ich nicht Tachionisieren. Nicht, solange ich eine viel lässigere Methode kenne, Portale zu öffnen. Na gut. Dann weiß ich zwar nicht, warum wir das brauchen, aber wir wissen jetzt schon mal, dass es für später da ist. Äh, ansonsten haben wir hier nicht wirklich was zu tun. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Hier, Rita, hast du noch was zu sagen? Saitra, ein Nöht, Nöht! Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Ach ja, stimmt. So, jetzt nochmal ohne, dass Rufus zwischenlabert. Nöht, Nöht! Für Saitra! Und entschuldigt dieses ätzende Geräusche im Hintergrund. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Zari influenzt richtig krass. Was influenze ich denn schon wieder? Machst du jetzt auch Erdnussbutter mit deinem Motor? Irgendwie bezweifle ich, dass es sich durch Drohungen einschüchtern lässt. Tja. Und nun? Wir können hier noch... Wir können hier trotzdem irgendwie mal rangrabbeln. Wir können da jetzt Bohnen anpflanzen. Dazu müsste ich sie erst einmal aus dieser Dose bekommen. Dann mach auf, Junge! Das ist ein ganz anderes Kaliber. Okay. Wir öffnen die Dose mit dem Ring. Jawohl. Und wir haben genau eine Bohne. Eine. In der ganzen Dose gefunden. Eine furztrockene Bohne. Gut. Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So. Und nun heißt es... Warten. Okay. Wir warten. Das ist Jacks Bohne. Oh, warte. Können wir nicht die Zeit beschleunigen, indem wir hier kurz durch das Portal gucken? Guten Tag. Ist hier noch was zu tun? Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Nee, wir können immer noch nicht mit den Nupsis interagieren. Gut. Ja, tschüss. Tja, wie warten wir denn jetzt am besten auf die Bohne? Jetzt pflanzt sie da wieder ein. Wie wär's, wenn wir einen Zeitpfeil draufschießen? Wie wär's, wenn wir so einen tollen Pfeil da draufschießen? Ich schon. Hä? Doch, natürlich siehst du den da. Deswegen haben wir doch die Bohne da angepflanzt. Was bist du denn für einer Rufus? Doch, hier wächst eine Bohne. Wir müssen die Bohne in die Butter halten. Also, ich hatte die richtige Idee, aber die falsche. Ich hatte es richtig, aber ich hatte es falsch. Das muss ich nicht tachionisieren. Doch, das musst du. Nicht, solange ich eine viel lässigere Methode kenne, Portale zu öffnen. Hufus, hör doch einfach mal auf mich. Ah! Das ist ein ganz anderes Kaliber. Aber du willst doch, dass die... Du willst doch, dass die Bohne schnell wächst. Warum tachionisierst du sie dann nicht? Hufus, warum hörst du nicht auf mich? Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. So, wenn du hier wirst und über Nöt-Nöt hörst, irgendwann auch rum Nöt-Nöt hörst, dann wurdest du Influenzen. Das stimmt natürlich. Ich finde es gut, dass sich das Nöt-Nöt verbreitet. Spread the Nöt-Nöt! Okay, da kommen wir nicht hin. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Sobald die Bohne gewachsen ist, werden wir da dran hochklettern und durch das Portal kommen können. Die Frage ist allerdings, wir bringen mir die Bohne dazu. Und warum... In welcher Art und Weise stellt es sich vor, dass wir hier einfach warten? Wir können hiermit nicht interagieren, wir können mit ihr nicht weiter interagieren. Wir können mit der Musikdatasette nichts mehr machen. Wir können mit dem Motor nichts mehr machen. Ich verstehe es nicht. Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachionenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Ich verstehe es nicht. Wieso können wir denn die Butter nicht einfach benutzen? Aha, meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachionenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Okay, das ist auch alles, was er hier entdeckt. Und wir haben auch nur diese beiden Gebiete zur Auswahl. Aber es kann doch nicht sein, dass Warten tatsächlich alles ist, was ich hier tun muss. Also komm schon, Spiel. Du kannst mir doch nicht sagen, dass ich jetzt hier einfach nur fünf Minuten rumstehen und nichts machen muss. Und dann geht das Spiel weiter. Das wäre doch die schlimmste Lösung von allen. Kann doch nur bedeuten, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also wir können nicht auf die Nupsis schießen. Ein Profi wie ich, die eine. Kein Nupsilator. Er wüsste Bescheid. Dafür brauche ich und ich. Was geht auch nicht? Das Portal ist. In dem sieht er kein Potenzial. Mit mehr können wir nicht interagieren. Ha. Wir dürfen auch nicht hier drauf schießen. Ich darf aber auch nicht die Bohne... Also ich kann die Bohne wieder entfernen. Das ist der Punkt, der mich so sehr irritiert. Weil es hat was von... Du hast vergessen, etwas mit der Bohne zu machen. Aber ich darf die Bohne weder mit den Pfeilen bestücken, noch, dass ich sie in das Butter... Also in die Tachionen... In die Tachionen-Käse reiben. Damit er schneller wächst. Aber denkt dran. Oh, 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 oh. Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Tja. Was ist dann der Sinn? Ich kann die auch nicht hier einfach wachsen lassen. Ein Profi wie ich die... Es ist auch kein Luxilator. Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Ich kann sie ihm auch nicht in den Mantel geben, damit sie dann bei mir eine ausgewachsene Pflanze ist. Dafür brauche ich... Und ich... Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp. Wir geben sie einfach ihm. Aha. Und jetzt können wir durch das Portal. Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur. In der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Goal, McChronicle und Rüsenunfall? Nun? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Hm. Kennen wir oder kennen wir nicht? Einmal Punkt. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Na ja, die Lupsis. Was sind das für Dinger? Das sind Tachionventile. Ach ja? Und warum sind die mir vorher nicht aufgefallen? Keine Ahnung. Müssten sie vielleicht eine Brille tragen? Ja je, du klingst schon wie mein Optiker. Okay, wir brauchen ein Tachion-Nupsi-Gerät. Haben wir hier einen Nupsi-Lator? Denkt nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Hm. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn sie sich beeilen, könnten sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen. Und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerd-Gefasel übersetzen? Ach so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachion-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachion-Ventilschlüssel. Dein Pass. Damit sollte es gehen. Natürlich gibt's einen Tachion-Ventilschlüssel, den nur der kleine Nerdbird hat. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Ja dann, bis vorhin. Und das sagst du mir und verplemperst währenddessen meine Zeit. So, dann drehen wir mal ein bisschen auf. Wir drehen auf, wir stehen auf, wir halten fest zu sein. Au. Ja, wirklich. Wann sollst du denn sonst aus dem Portal wiederkommen? Als nachdem du durch das Portal gefallen bist. Macht doch Sinn. Okay, heißt das jetzt, wir können jetzt einfach ein neues Portal öffnen? Und wann sind wir jetzt? Bevor ich aber gehe, eure Leistungen in diesem Semester waren nicht übel. Ich sag mal, zwei Minus mit reichlich Luft nach oben. Ich hasse Abschiede. Au. Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Aber wann? Miau. Guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts peinliches machen. Okay. Mimi, Hallöchen. Einen wunderschönen Unterlöchen Mike, Unterlöchen bei der Sun, bei der Ridos. Miau. Unterlöchen, ihr Zuckersüßen. Warte, ich mache eben den Shoutout fertig. Äh, Shoutout. Für Lighthouse Space. Ha, funktioniert wieder. Oh, es gab Stardew Valley. Habt ihr nur Stardew Valley gespielt? Oder zwischendurch auch andere Sachen? Und viel wichtiger. Hattet ihr den Spaß eures Lebens oder einen wunderschönen, entspannten Stream? Hallo. Hallo, du hübsche Na. Wie geht's dir? Etwas fertig vom Stream? Es ist ja auch ein Uhr früh. Oh Gott, für euch ist ja schon voll spät. Ha. Willkommen an alle Raiders. Ja, Saitara, äh, ja, wusste ich. Ich habe auch mittlerweile einige Worte eingefügt, aber das Problem ist, wenn du da irgendwo ein X zwischendurch reinpasst, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Deswegen habe ich den jetzt vorübergehend so eingestellt, dass den nur Subs benutzen können. Ähm, das wird aber auch wieder freigegeben, keine Sorge. Das ist jetzt eine Sache von ein, zwei Wochen und dann kriegt ihr den wieder zurück. Ich bin auch wegen James noch im Gespräch mit dem Entwickler, um James reparieren zu lassen. Das ist nach viel wichtiger, habe ich nicht gehört. Nein! Ich habe gesagt, viel wichtiger. Ich hoffe, ihr hattet wahnsinnig viel Spaß und konntet einen wunderschönen, entspannten Abend genießen. Das kam nach viel wichtiger. Also, da die Welle gespielt und vorher drei Stunden Vollgeist mit Kusa zusammen, den kennst du ja auch quasi. Ja, dann nachträglich liebe Grüße an ihn. Auch wenn ich ihn jetzt verpasst habe. War so schön und entspannt. Aber klar, sehr gerne. So, dann sage ich mal, willkommen bei Deponia. Jeder, dessen Hirn schon brei ist wegen der späten Uhrzeit, möchte ich nur gesagt haben, wir haben es hier mit jeder Menge Zeitparadoxen zu tun. Und wir versuchen gerade zu verhindern, dass die Liebe unseres Lebens einen anderen heiratet, weil wir sie einfach für Jahre im Stich gelassen haben. Was nicht unsere Schuld ist, denn wir waren in einer anderen Zeitlinie gefangen. Sehr paradox. Paradox? Da siehst du dich, ja? Wie schön, das passt ja. Mein Hirn ist tatsächlich schon sehr breiig. Oh, Mann. Mimi, dann lurk hier gerne noch ein bisschen rum. Oder wenn du müde bist, bin ich natürlich auch kein bisschen böse, wenn du sagst, du gehst jetzt einfach schlafen. Das hat man sich nach einem Stream auch immer reglich verdient. Ich wollte halt das Dummdeppelieb zum Joke reinposten, aber der wurde mir versperrt. Husa 3 ist so viel D-Rack. Was, D-Rack? Oh nein, es war zu klein für mich zum Lesen. Ähm, aber ich weiß, ihr benutzt den Text für Speedspot vernünftig. Es tut mir leid, dass du den, dass du den nicht abspielen konntest, Saitara. Demnächst wieder, ja? Fest versprochen. Ähm, ich hab eigentlich auf die Blacklist nur ganz, 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 ganz schlimme Worte gesetzt, aber vielleicht ist der, der Schimpfwortfilter gerade ein bisschen krass eingestellt. Das tut mir leid. So, ich lurk auf jeden Fall noch ein bisschen. Dankeschön, das ist super lieb von dir. Okay, dann, dann probiere ich mal ein bisschen zurück in Richtung Spiel zu gehen. Also, wir sind Rufos, unser, unser lässiger, wahrscheinlich liegt es an dem Wort Depp. Das kann sein, das ist ja jetzt der, der Hauptworte beim Lied des Dumm, beim Lied vom Dummdeppen. Ähm, wir, wir sind Rufos, dieser lässige Typ hier. Und wir versuchen gerade über verschiedene Zeitparadoxen dafür zu sorgen, dass wir am Ende mit unserer Freundin zusammenkommen. Denn, wir, wir hatten zuletzt die Wahl, entweder die Welt zu retten. Rufos is love, Rufos is life. Exakt. Wir hatten zuletzt die Wahl, entweder mit unserer Freundin zusammen noch ein, ein paar kurze Augenblicke zu erleben, bis die Welt untergeht. Oder die Welt zu retten. Und wir haben uns dafür entschieden, ähm, uns selbst zu opfern, damit die Liebe unseres Lebens ein langes Leben führen kann. Und bei dem Versuch, das zu ändern, weil wir sind dann doch manchmal so ein bisschen egoistisch und wollen sie halt doch so ein bisschen für uns haben, ähm, haben wir jetzt versucht, ein Zeitparadoxum aufzuführen. Das heißt, wir sind gerade mit unserer Freundin zusammen. Wanna become famous, then follow Zaresia in Uget famous. Dankeschön, Minasuki. Ich war gerade ganz kurz irritiert. Weil diese Wanna become famous Dinge, damit hatten wir in letzter Zeit viele Probleme. Ähm, Moment. Genau, also, die Liebe unseres Lebens. Wir haben sie gekapert, bevor sie uns kennengelernt hat. Das heißt, sie hat keine Ahnung, wer wir sind, aber wir haben sie mal entführt und sie wird sich schon wieder in uns verlieben. Das Problem ist, sie findet uns eigentlich so gar nicht toll. Ähm, und er sitzt gerade dabei, wen anders zu heiraten. Und das werden wir verhindern, denn unsere große Liebe liebt natürlich nur uns. Rufus ist der neue Jack Sparrow. Aber ist er dann nicht der alte Jack Sparrow? Denn Rufus war vorher, war er überhaupt vorher da? Ich glaube, die sind ungefähr zeitgleich rausgekommen. Du hast deine große Liebe zehn Jahre im Stich gelassen und hast die faule Ausrede, die Zeit hat dich gefangen. Okay, das Spiel ist vorbei, du hast allein sein verdient. Danke, Sonea. Ähm, im Prinzip hat es bisher noch kein Szenario gegeben, in der wir glücklich mit unserer Freundin waren und die Welt nicht untergegangen ist. Wir hatten immer nur, entweder die Welt geht unter oder wir müssen die Liebe unseres Lebens loslassen, um ihr ein glückliches Leben zu ermöglichen. Und Rufus möchte das so ein bisschen nicht einziehen. Hussau, die Hochzeit wird gecrasht. Hussau, die Hochzeit gecrasht. Ich liebe unseres Lebens, tell me more, tell me more. Allöchi Daniel, schön, dass du da bist. Das nenne ich doch mal Timing. So, wir gehen jetzt eine Hochzeit crashen. Stopp die Hochzeit! Pufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenn die schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Außerdem hab ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Mett-Torte wird bereits kalt. Iiiiih! Damit wäre die Hochzeit für mich schon abgesagt. Iiiih! Mett-Torte? Wirklich? Dein Ernst? Baaah! So, also zum Glück hab ich das vorher noch mal erklärt. Ansonsten wär das Ganze jetzt mit Warum ist sie so verdammt sauer auf uns irgendwie ein bisschen, äh, untergegangen. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Sie ist sauer auf uns, weil wir sie erst vor unter 24 Stunden aus ihrer Zeitlinie entführt haben. in der Hoffnung, dass sie sich sofort in uns verlieben wird. Und, ja, offensichtlich gelingt uns das eher so semi-gut. Hossa, das Mett-Torten-Mett. Hossa, die Mett-Torte wird kalt. Und der Sterbett hier lebt wieder. Okay, Goal, jetzt beruhig dich erst mal. Du erinnerst mich gerade ein bisschen an meine Ex-Freundin Toni. Das ist nicht ihr Party-Gesicht, so viel steht fest. Nicht wirklich. Hallo. Oh, Goal. Hau ab! Kapier endlich. Es ist zu spät für uns. Hä? Nein. Das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam. Okay? Ich wohne seit über zwei Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay, ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachionenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal! Nicht! Hier gibt es... Oh, mal. Oh, belastend. Ja, also ich meine natürlich nicht belastend. Wir wollten die Hochzeit ja crashen. Ich mag Toni. Toni ist so toll, Minasuki. Ich liebe sie. Ja, also wir könnten jetzt natürlich nochmal zurückgehen und Bescheid sagen, aber hey, wir retten sie erstmal, oder? Brauchst du einen Delorean? Oh ja. Toll! Wo ist das Time-Pod? Och nö. Wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Ich glaube, das fragt sie sich auch. Und ich glaube, sie wird nicht begeistert sein, dich zu sehen. Ja, verständlich. Irgendwann hilft nur noch wegignorieren. Miau! Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen! Das machen die besser mal unter uns. Äh, machen wir besser mal unter uns. und sowas. Da, da, Moment, ganz recht. Mike, danke schön noch für dein Follow. Danke schön, danke schön. Willkommen in unserem wunderschönen Dino-Gefolge. Und bitte nicht beißen. Jetzt darfst du die Moment heiraten. Ha! Okay, wir können hier mit nichts wirklich interagieren. Wir gehen mal zum Berghinter. Da war ja vorhin gar nichts. Vielleicht ist hier jetzt irgendwas. Wenn der Berg nicht... Nee, wenn der Berg nicht zum Berg will, dann muss der Berg eben zum Prophet. Okay, vielleicht wollen wir dieses Mal die Waffenruhe ja auflösen. Ja, lösen wir mal wieder einen Krieg aus. Das ist... Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Das ist nicht zu weit weg. Das ist genau unter dir. Komm schon, du kannst mir nicht erzählen, dass du bei dem Höhenunterschied mit einer armen Brust nicht treffen kannst. Mit den Deppen hast du doch schon mal so ein Spiel gezockt, oder? Äh, mit welchen Deppen? Mit Rufus und Goal? Ja, da haben wir schon drei Spiele gespielt. Aber das weißt du doch. Äh, warte, manche Animationen sehen nicht rudimentär aus, aber sonst super geiles Spiel. Ja, wirklich. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das halt ne Indie-Firma ist. Mittlerweile hat sie sich ein bisschen gebessert, aber trotzdem, letztendlich, ist das halt ne kleine Firma. Also zumindest auch damals noch gewesen. Kannst du meiner Braut ausrichten? Okay. Ich könnte hier ein bisschen... Wie sagte ich? Gut. Wir können auch sonst nichts weitermachen. Im Lager der Feind zu. Er sagt zwar, es ist zu ruhig, aber trotzdem will er nichts machen. Können wir hier Portale finden? Aha, ich sehe Potenzial. Aha. Okay, ich wette mit euch, das Zeltlager war zu weit weg, aber den Portal hier, das Portalpotenzial hier, das können wir erreichen. Drei Spiele? Sind es nicht sogar vier? Also wir spielen jetzt im Moment den vierten Teil von Deponia. Ja, auf das will ich hinaus. Von Gronkh gesponsert. Ja, okay, aber warum denn nicht? Weißt du, wenn er und Poki sich so fantastisch verstehen? Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon... Okay. Dann nehmen wir das da hinten. Das ist ja nur noch weiter weg. Hier geht es weiter. Aber ich gehe nicht ohne Goal. Wer weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Dann sagen wir mal unserer Braut, dass das Portal geöffnet ist. Genau, Deponia. Wir sind im vierten Teil von Deponia. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Weddingcrasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Schose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sag mal nicht, alle guten Himmel sind vier. Ja. Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaube. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Was schwierige an der Gölkösnesernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Im Rest erledigt die Schwerkraft. Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Meine den Rufus. Meine den Rufus. Während du hier Zeit mit singen verplemperst, Rufus, vergeht in der Zwischenzeit schon wieder wahnsinnig viel Zeit. Der war gut. Ja, also. Merkt euch, das Schwierige an der Kokosnussernte ist es, die Frau auf die Palme zu bringen. So, das Problem an Rufus ist, weil er, äh, dass er einfach sehr selbstverliebt ist. Oh ja. Habe jetzt neue Augen und Edna bricht aus. Das ist auch supergeil. Das ist alles von den gleichen Machern. Die habe ich da davor gespielt. Für den Fall, dass dich das interessiert, mir das okay und du das sehen möchtest, fändest du auf meinem YouTube-Kanal. Genau, das sind wie die vorherigen Teile von Deponia. Rufus spricht sehr oft in der Ich-Ich-Ich-Ich-Ich-Form. Ja. Rufus ist ein Super-Egoist, der sich ganz am Ende dann letztendlich immer darauf besinnt, das Richtige zu tun. Nur um fünf Minuten später zu denken, eigentlich wäre ich lieber Egoist geblieben. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Go! Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Ah! Probleme? Kuh will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge. Das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Haha, stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Ich hätte es verstanden, wenn sie ihn einfach wieder zurück ins Portal geslappt hätte. Boogie. Boogie. Okay, hallo, Rocco. Und sie hat dich schon dreimal gedatet. Napfsülzen, auch ein gutes Wort. Ja, finde ich auch. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow, das ist dein Plan? Pst, ich würde ja gerne. Aber ihr steht mitten im Fuel-Lock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Das hat so gut funktioniert, Rufus. Am besten, wenn es bei der Frau nicht funktioniert, einfach nochmal selber machen. Wir können mit gar nichts interagieren. Hallo? Hallo? Guten Tag. Tja, jetzt stehen wir hier oben. Wir haben hier Goal. Und ansonsten haben wir hier nichts. Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Ja, verstehe ich. Ich meine, sie wären immer noch glücklich zusammen, wenn er nicht dazwischen gegangen wäre. Und wir haben ja gesehen, dass sie bis zu ihrem Lebensabend wirklich glücklich miteinander waren. Eigentlich sind wir hier schon wieder dabei, ihr Leben zu zerstören, weil wir sie unbedingt für uns haben wollen. Weil Rufus einfach nicht akzeptieren will, dass sie ohne ihn besser dran ist. Nur finde ich, dass Sütze immer aussieht wie Nassfutter von Hunden. Ja, ich, ich... Mir fällt das auch total schwer, das zu essen. Okay. Ich habe absolut keine Hinweise mehr. Haben wir hier irgendwelche Portale? Aha, ich sehe Potenzial. Aha, deswegen können wir also da oben raus. Ich bin ja froh, dass sie Goal heißt und nicht Goat. Stimmt, sie ist ja auch keine Ziege. Sie ist das Ziel. Deswegen heißt sie ja Goal. Denn sie ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, auf eine Portale sind das Januar-Motiv, die Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Damit kommen die Fuellogs. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, äh... Moment. Was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Äh, genau. Genau. Genau, ähm... Ja, dann schieß uns doch über den Haufen. Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Okay. Goal, wie wär's, wenn du schießt? Und, hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann... Nein, Rufus. Einfach nein. Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los. In Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut. Ich geb dir das Signal, wenn ich soweit bin. Aha, gut, gut, dass wir den Plan jetzt mitbekommen haben. Willst du auch mal? Später vielleicht. Lass uns erst mal weiter. Okay. Goal! Jetzt! Nein, Goal, tu's nicht! Was zum... Oh. Ich hab's grad mit der Hand zugehalten. Moment. Immer diese Leute mit dem Blei in den Fingern. Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch? Okay, jetzt! Nein! Stopp! Das war's dann mit dem Vio, die... Ja, das war, ähm... Schwierig. Aber zensiert. Das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hierbleiben? Aber Goal, das hatten wir doch schon. Anfangs hab ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Ja, das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Äh, Goal? Probleme, Gefahren, Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Oh, oh. Überraschung! Oh, oh. Ronny! Moment, Kai, ich bin gleich bei dir. Bist du etwa für die ganzen Fuel-Locks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bodin-Sitten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jedenmal dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lock losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsanarm! Sicherheitsanarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny, du musst damit aufhören. Die Fuel-Locks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahn. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armer geht an. Und dank dieser Zeitschleifen-Kiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Hahaha! Ich hab ja gesagt, wir müssen Ronny auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Ich liebe Ronny. Ich kann mich null daran erinnern, dass das je passiert ist. Und Leute, ich setz mich mal wieder anständig hin, oder? Moment. Ich wollte nur warten, bis die ausgequatscht haben. Und dann wollte ich noch eben kurz... So, nein, das war zu hoch. Ich habe gar keinen Unterkörper. Jetzt habt ihr es alle erfahren. Jetzt kennt ihr die Wahrheit. Ah. Bin auch mal da. Ihr kennt doch so Fragen, die einen vor dem Schlafen... Äh, die einen vom Schlafen abhalten. Könnt ihr da helfen? Aber sicher. Wir helfen immer gerne keinen. Und die Frage ist... Kann man mit einem Veganer Beef haben? Nur Beef-Ersatz leider. Aber da soll es gute Möglichkeiten geben, von der Rügenwalder Mühle. Aber wenn dich das beschäftigt, du hast die MET-Hochzeitstorte verpasst. Man kann mit einem Veganer auch kein Hühnchen... Wobei, natürlich kann man mit einem Veganer Hühnchen rupfen. Er muss es ja dabei nicht essen. Danke, jetzt kann ich schlafen. Das nächste Mal kein Versuch, einfach statt Beef mit ihm zu haben, ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Das klappt besser. Das klappt nämlich auch ohne Essen ganz gut. Und du hast hinterher ein geiles Brathähnchen. Na gut, Ronny. Wieso ist Ronny eigentlich so schlau? Weil er eine KI ist. Und wir alle wissen, dass es die KIs sind, die eines Tages die Menschheit ausrotten werden. Muahaha. Da bin ich als V-Tuber ja fein raus. Muahaha. So, du bist verrückt, Ronny. Was hast du mit uns vor, damit ist jetzt Schluss? Ich hab dir nichts weiter zu sagen. Das klingt irgendwie, als ob alles auf dasselbe hinausläuft. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja. Der mir beigebracht hat, wie man Few-Locks herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Few-Locks zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Ja, das klingt ja fantastisch. Eines meiner Lieblingswörter ist Brathering. Oh, weil das immer allen als Brathering gelesen wird. Oh ja, fühle ich. Fühle ich sehr. Ich gebe es zu, ich sei Roni. Ich reise mir die Macht unter den Nagel. Oh mein Gott! Du warst also niemals, Norbert! Du warst in Wirklichkeit die ganze Zeit über Roni! Dum, dum, dum! Okay, Leute, jetzt wissen wir, wie unsere neue Text-to-Speech-Stirme heißt. Sein Name ist Roni. Das Alt-Bauch-Arm. Achso, Alt-Bauch-Charme. Ha! Jetzt hast du mich auch gekriegt. Ha! Hat mich bekommen. Das ist genauso wie die Blumento-Pferde. Die kenne ich auch. Oder die Kuli-Fumpenteich. Ja, der alte Baucharm, man kennt ihn doch. Oder tschechisches Streichholzschächtelchen. Ihr habt aber auch Worte, ne? Das ist fast so wie der Ersatz-Post-Katzen-Kasten-Putzmittel-Ersatz-Sack. Okay, Roni, du, du trägst überhaupt keinen Hut. Du trägst aber keinen Hut, Roni. Hatz, Schnitzel! Du hast recht! Warte! Das muss ich sofort korrigieren! Schnitzel. Oh, dann nehmen wir uns den einfach. Der Hut ist voll dämlich. Ja, nimm mal wieder ab. Oder Bauzentrum? Ein Bauzentrum verstehe ich jetzt noch nicht, was da die Schwierigkeit ist. Alter? Was ist Alter? Alles nur Nullen in der Roni-Familie. Wenn du Blätter statt Händen hast, nicht einmal Papierflieger, krieg ich richtig hin. Hui! Au! Oh, sorry! Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Und deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen, macht Spaß. Deine Augenlider einzeln mit einer grünen Zange umzudrehen. Spaß! Ich schlag dir deine Zähnelein mit einem kleinen Hammer ein und steck dir Nadeln bis zum Anschlag Mitten in die Augen. Ähm... Ich säge deine Knochen an und lasse kleine Egel dann an deinen blanken Nervenbahnen saugen. Denn Spaß ist, ja Spaß ist, ja Spaß ist, ja Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Und jetzt alle! Nein bitte nicht! Nein, 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 nein reicht! Darf ich? Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch! War ja klar. 50 Jahre Herzmagazin. Die besten Hüte aus fünf Jahrzehnten. Na, wenn das kein trauriger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenpitze geschafft? Moment, auf Platz 1 ist die Melone, Obsthüte auf Platz 2, Sombreros auf dem dritten Platz, Aluhürte auf den vierten, das sagen wir immer lieber nicht. Als letztes in der Top 5 sind auch tatsächlich noch Warnhütchen vertreten. Ähm, okay. Hauptsache keine Aluhüte. Außer wir bekommen dann welche. Oh nein, Flucht! Ronny ist der Beweis für Spaß. Nee, also, auf den Spaß verzichte ich. Das Einschlaflied ist fast so gut wie das Schlaflied von den Ärzten. Wir starten mal mit den Top 5. Gute Nacht, kein Schlafchen und träum was Süßes und träum bitte nicht von dem, wovon Ronny singt. Ich hoffe, du kannst jetzt trotzdem sehr gut schlafen. Als letztes in der Top 5 sind doch tatsächlich noch Warnhütchen vertreten. Eine hervorragende Warn. Ich glaube, ich habe noch eines an der Kartbahn gesehen. Super! So singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagebitten auszuziehen. Ronny, Ronny! Hä, was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Mit seinen 10 Augen schaut es dich an. Äh, waren es nicht 12? Dann kommt er an dein Bettchen ran. Ach, das war das, ähm... Dann kann auch das Monster hinein. Mit seinen 12 Augen. Schaut es dich an. Wenn du es nicht kennst, bitte erst morgen hören. Nimm den Tipp bitte ernst. Moment. Achso, das Einzleiflied von den Ärzten. Äh, ich meine mich grob daran zu erinnern, aber ich höre es mir gerne nochmal an dann. So, jetzt haben wir Schluss. Och, kommt schon. Schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Hut aufhabe. Wird das Abenteuer niemals enden. Die Frage ist, müssen wir ihm den Aluhut geben, damit er sich daran erinnert? Aber würde ihn das in irgendeiner Art und Weise davon abhalten? Ich meine, vielleicht war ja seine Festplatte, also seine Sicherheitsprotokolle, auch einen Aluhut aufhaben. Und Minus und Minus ergibt Plus. Es sind 11 Augen. Ich bin ein Riesenärzte-Fan. Okay, dann waren es 11 Augen. Dann waren wir beide um einen daneben, Minasuki. Damit können wir, glaube ich, leben. Ha, jetzt aber auf ins Bett mit dir, Kai. Nein. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein verrückter Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat, hm? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Pappala-Pups. Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Nö. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Okay, was wäre, wenn wir ihm einen Aluhut geben und ihm den Hut dann wegnehmen und den Goal geben, damit immerhin sie sich an alles erinnert? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Ach, halb so wenig. Spaß, Spaß, Spaß. Wann wieder? Rode verläuft zyklisch. Hm. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Okay, vor der Lulz machen wir den Rest. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir den Aluhut brauchen werden. Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahn. Da müsste sich das fastnes Abvorheißbrunnen finden lassen. Oh, sehr gut. Tochi, so singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel, Eischen aus dem... Ronny, Ron. Hä, willst du... Dein Hut... Ja, er hat Melone sehr wörtlich genommen. Alles kommt noch, wann weht Mode verläuft. Also. Ich hab mich schon gefragt, ob es eine Melone oder eine Melone wird. Obsthüte sind auf Platz 2. Eine hervorragende Wahn. Da kann ich mir bestimmt was vom Nachmittagsbefehl stebitzen. Aber eine Melone ist doch auch Obst. Schnicke, nicht wahr? So singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel einzeln aus dem... Hä, was willst du noch was? Ja, bitte. Dein Hut? Find, oh, alles kommt Mode. Also. Dann nehmen wir noch den Sombrero. Und legen den dritten Platz. Davon gibt's reichlich im Eselgehege. Was die alles haben. Ha, einfach fantastisch. So singt es sich doch gleich viel entspannter. Melonen sind Kürbensgewechsel. Das wusste ich nicht. Ne, Fingernägel einzeln aus dem... Hä, was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Melonen sind Nachtschattengewechsel. Na, was denn jetzt? Oder sind Kürbisse Nachtschattengewechsel? Ich dachte, Tomaten sind Nachtschattengewechsel. Dein Hut. Alles Gute. Also. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten vierten Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so ein Urherr? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. Ah, und damit werden seine Sicherheitsprotokolle wieder aufgenommen. Ja, dann... Kein übler Schuss. Äh... Da stoßen wohl selbst meine geheime Ninja-Kräfte an ihre Grenzen. Die Tür können wir nicht. Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Ah! Na, dann schopsen wir ihn doch einfach, oder? Goal, jetzt! Das ist hier die allererste Zwischenwelt, bevor hier was war. Hallo? 4D-Brille. Aha! Ich sehe Potenzial. Aha! Kaping! Oh, wir haben das Lager vernichtet. Puh, das war stark. Können wir das nochmal machen? Wie denn? Die Pugh-Loks versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Äh, kommt sofort. Ja, denn jetzt sind wir endlich an dem Portal dran und wir haben den uralten Krieg in der Wüste geklärt. Endlich kein Krieg mehr. Ist das nicht schön, Leute? Wir haben den Krieg ein für allemal vernichtet und eine Oase in der Wüste kreiert. Also, wenn wir heute nicht der Held sind, dann weiß ich ja auch nicht. Deppendave aus Plant vs. Zombies sagt, Melonen sind Nachtschattengewächse. Okay. Dann hat Deppendave da bestimmt recht. Oh nein, haben wir jetzt Rita weggespült? Cool. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genau so. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Aber warum ist es deprimierend? Also, so wissen, dass man stirbt, ist nicht deprimierend. Du musst doch nur mit deiner Zeit das Bestmögliche anfangen. Und wenn du weißt, dass du ein erfülltes, glückliches Leben an der Seite deines Mannes führen oder an der Seite eines Partners führen kannst. Was ist daran deprimierend? Was ist daran deprimierend? Das verstehe ich nicht. Meekplay, Hallöchen! Und ein wunderschön, wunderschön und Wassermarsch kommt sofort. Also an dieser einen kurzen Stelle muss ich wirklich sagen, ich verstehe Goal hier überhaupt nicht. Weil die Aussicht darauf, ein wunderschönes Leben gehabt zu haben, ist doch eigentlich was Schönes. Also, es ist deprimierend, weil es keinen Mettkuchen mehr gibt. Okay, Minasuki, Punkt für dich. Also, ganz im Ernst, sterben müssen wir alle irgendwann. Das ist was, wo du nicht rauskommst und wo du dich nicht von deprimieren lassen musst. Dann kannst du dich auch davon deprimieren lassen, dass du gezwungen bist zu atmen. Nee, das verstehe ich nicht. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die mit der Vorstellung des Todes nicht klarkommen. Aber der gehört nun mal dazu, dass da kommt keiner raus. Nur der Zeitreiserufus stirbt nie. Der stirbt auch irgendwann. Es wird nur immer einen anderen Rufus geben, der gerade in der Zeitlinie irgendwo unterwegs ist. Ich finde, sie nimmt das alles ganz gut auf. Am Ende steckt doch noch eine richtige Goal in ihr. Zumindest haben wir das Few-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge. Ich bringe uns von hier weg. Beeil dich. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Okay. Nichts Neues zu erkennen. Nichts Neues. Übrigens sind unsere Armbrustpfeile nicht mehr pink. Das heißt, ich will die mal ganz kurz hier in die Butter tauchen, was wir nicht können. Ob das noch funktioniert? Aha. Ich will die mal ganz kurz hier in die Butter tauchen. Einfach nur, weil ich eben schon gesehen habe, im Inventar, dass die nicht mehr pink sind. Das mit den Kürbissen stand übrigens auch nur im Roman der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Was für ein interessanter Titel. Diese Autogeräusche. Kairi, ich sehe nichts, wenn du da stehst. Einmal kurz ein Stück hinsetzen. Einmal kurz mein Mikrofon schlagen. Das sind so Sachen. Macht man einfach manchmal. So, Kairi, jetzt kannst du neben mir liegen. In Streichelreichweite, aber trotzdem nicht im Weg. Okay. Hm, das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft. Oder wie das hier heißt. Oder wir sind in... Achso, weil das hier jetzt auch schon eingestürzt ist. Haben wir noch ein Portal? Hm, nichts Neues zu erkennen. Okay, was wäre, wenn ich hier einfach durchschieße? Nein? Schade. Hm. Ich finde es auch interessant, dass ich mittlerweile die Tipps deaktiviert habe. So, dass ich nicht mehr per Leertaste gucken kann, wo ich noch mit Sachen interagieren kann. Das heißt, ich muss jetzt wirklich so gucken. Aber scheinbar gibt es hier wirklich nichts weiter zu tun, außer das Garagentor, das wir nicht aufkriegen. Ja. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Okay, ich würde sagen, wir speichern mal ganz kurz. Und jetzt... Lol. Deswegen funktioniert die Leertaste nicht. Wisst ihr noch, dass wir vorhin so ein Disconnect-Geräusch hatten? Meine Tastatur hat die Verbindung verloren. Ich bin sofort wieder bei euch. Ja. Gold. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha! Da habe ich den Fehler gefunden. Meine Katzen haben so viel an den Kabeln rumgezogen, dass sie die Tastatur rausgezogen haben. Großartig! So, für das Tor brauchen wir einen Dosenöffner oder Bud Spencer. Terence Hill würde aber auch gehen. Puh, das hier zu kriegen dürfte schwierig werden. Miau! Guck mal, so viele neue Leute! Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Oh, Riesen-Raid-Alarm! Schakko! Schakko, du Süßeste! Hallöchen und willkommen! Da habe ich vor lauter Freunden meine Katze verjagt. Hallöchen, ihr Süßena! Hallöchen, Janus, Sani! Frau, wie spricht man sich aus? Äh, G-Asher? G-G-Asher? Klär mich gerne auf! Hallöchen, natürlich auch Schakko! Und alle anderen Raiders und Raiderinos! Oh, danke schön! Da ist es für den Shoutout! Ha! Ein wunderschön, wunderschön, ihr alle! Na, wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen Stream? Es gab... Oh, ihr habt Stray gespielt! Oh! Oh, ich muss ja sagen... Also, please... Das ist ein Überfall, Hände hoch! Okay, warte! Warte, warte, warte! Das kann ich, das kann ich! Ihr seht kurz Pixel! Moment! Ja, hallo! Software, please, mitmachen! Äh, Einstellung! Allgemeine Einstellung! Und jetzt? Sind sie so gut? Ist das so in Ordnung? Moment! Hände sind oben! Das könnte auf Dauer ein bisschen unbequem werden, aber... Hallo! Meine Hände sind oben! Was ist denn das für eine Müllhalde da? Räumt ihr doch mal auf! Hallöchen, Knorki! Hey, wir wohnen hier auf einem Müllplaneten, bitte! Ich habe gehört, dass ein Käpt'n da aufräumen will! Ja, oder ein Cowboy! So, also, die Hände sind oben, ich hoffe, ihr wollt mich loben! Kannst wieder runternehmen? Oh, danke schön! Das ist sehr lieb von dir! Das ist zu großzügig! Moment! Ui! Blub! So! Ärmchen wieder unten! Und ich glaube, ich habe die Kamera ein bisschen falsch kalibriert! Warte, ich gucke! Ich gucke aber so arg weit nach links gerade, habe ich das Gefühl! Ähm, machen wir mal so! Hallo! So! Ist die Zache oben, wird man sie loben! Ja! Gut, dann einmal Lob für die gute Technik, Fee! Und erst mal Hallihallo-Hallöchen nochmal! Ich hoffe, ihr hattet wahnsinnig viel Spaß in Stray! Ähm, ein wunderschönes Spiel, in das ich gestern auch schon die ersten fünf Stunden reingucken durfte! Und ich habe wahrscheinlich zehn Minuten gespielt und ungefähr 90 Minuten Blödsinn gemacht! Moment, ich wechsle mal eben kurz den Bildschirm, ich glaube, so ist es gerade angenehmer! Hallo! So, bei Ausgraden der Tonne sieht es ungefähr so aus! Lebst du dann in einer Mülltonne? Besser, Sunny! Wir wohnen auf einem Müllplaneten! Denn wir spielen gerade das Spiel Deponia! Streng genommen spielen wir sogar den vierten Teil! Und, äh, deswegen Spoilers ahead! Und ihr seht neben uns, also wir sind dieser lässige Typ in dem Anzug hier! Und neben uns steht unsere angetraute Holde-Jungfer, die wir schon mehrfach aus den Fängen des Bösen gerettet haben! Mit einem rückwärts fließenden Wasserfall! Mit einem rückwärts fließenden Wasserfall! Wartet mal ganz kurz, ich muss mal eben meine Katze aus dem Kabel befreien! Ah, was tust du denn? Bitte erhänge dich nicht selber, nur weil du schmusen willst! Ah, Katzen! Rufus, der Lässigste räumt die Erde auf! War das nicht Wally? Okay, ähm, ja, ich will zwar leider überhaupt keine Spoiler von Stray, aber ich hoffe, ihr hattet wahnsinnig viel Spaß! Und ich hoffe, du zerdepperst genauso gerne, ähm, Blumentöpfe wie ich in Stray! Okay, habt ihr denn heute zum ersten Mal gespielt, oder hattest du vorher schon einmal einen Stream zu Stray gehabt? Es war wundervoll! Alles wurde zerstört! Jawohl! Erstes Mal heute! Sehr schön, sehr schön! Dann dürften wir wahrscheinlich so ungefähr gleich weit sein! Oh, ich habe bisher jede einzelne Minute in dem Spiel genossen, das ist absolut fantastisch! Ich laufe die ganze Zeit nur rum und finde einfach alles süß! Es ist einfach großartig! Ich kann mir niemanden vorstellen, der Katzen mag und dieses Spiel nicht genießen kann! Ah, fühle das sehr gut, Jaco! Dann weiß ich ja, dass du das Spiel auf dieselbe Art spielst wie ich! Sehr schön, sehr schön! Das freut mich sehr! Also, aua! Während meine Katze gerade versucht, meine Hand zu bespielen, ähm, die hat heute schon einiges mitgemacht! Wir hatten heute einen Käfer in der Wohnung, der inzwischen nicht mehr an der Stelle liegt, wo ich ihn erschlagen habe! Das heißt, meine Katze hat ihn vermutlich wirklich gegessen! Mir sind ein bisschen zu wenig Hunde drin! Komisch, warum gibt es in einem Spiel, in dem es um streunende Katzen geht, wenig Hunde vorhanden? Haa! Wahrscheinlich wollte man keine Klischees bedienen! Aber vielleicht machen sie ja dann als nächstes Stray die Hunde-Edition! Oh, Entschuldigung! Jetzt habe ich über den Text-to-Speech-Bot drüber gelabert! Nein! Das ist derzeit unser neuer Text-to-Speech-Bot, dessen Text ich noch nicht einsehen kann! Das ist alles ein bisschen schade! Ähm, ich würde gerne den anderen auch wieder benutzen, aber der ist leider im Moment in Reparatur! Aber Chaco geht jetzt erstmal ins Bettchen! Alles klar, du Süße! Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Gute Nacht! Schlaf schön und träum was Süßes! Und nochmal viel, 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 der Fidderate! Ich freue mich sehr! Und viel Spaß weiterhin auf jeden Fall mit Stray! Ich träume ein bisschen von süßen Katzilis! Oh, aber eine Frage muss ich noch stellen! Hast du allen zu Beginn einen Namen gegeben oder bin ich damit alleine? Ich konnte nicht widerstehen! Ich habe jeden einzelnen einen Namen gegeben! Was? James ist in der Klinik? Armer James! Mit Ausrufezeichen James ist alles erklärt, was mit James ist! Miau! Was glitzert denn da? Leider keinen Namen! Macht ja nichts! Muss ja nicht jeder machen! Man kann das ja auch einfach so akzeptieren! Hey, was ist denn mit meinem Bot los? Wieso akzeptiert der Ausrufezeichen James nicht mehr? Hey? Ist mein Bot abgestürzt? Bot ist eigentlich noch aktiv? Kommando Ausrufezeichen James hat sich gelöscht! Großartig! Hä? Ach, weil das gar kein Ausrufezeichen Befehl ist, sondern so ein Ding, was über Zeit kommt! Moment, Moment! Ich mache das eben auch als Ausrufezeichen Befehl rein! Dann läuft das nicht mehr nur über Zeit, sondern immer! Sobald ihr möchtet! Moment, Moment! So, jetzt funktioniert das Ganze! Jetzt könnt ihr endlich die Wahrheit erfahren! So, ich verteile Kekse, den wir möchten haben! Oh, Kekse nehme ich immer! So! Sehr schön! Also, Leute, macht euch keine Sorgen! James ist in einem Land aus Kuchen! Und er wird bald zurück sein! Und jede Menge von Kuchen erzählen! Okay! Ich... Oh! Das war die Musik für... Ey, Mädel, warum hängst du hier die ganze Zeit rum? Spiel gefälligst das Spiel! Und natürlich, nochmal Pax, vielen Dank für die Bits! Ich bin vor lauter Erzählen noch gar nicht dazu gekommen! Dankeschön für die Bitties! Dankeschön! Ähm, so. Also, für diejenigen, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal dabei sind bei Deponia und noch gar nichts wissen. Bei Deponia handelt es sich um einen Planeten, der nur noch aus Müll besteht. Jetzt so ein bisschen wie bei Wall-E, nur, dass wir alle darin leben. Und ich möchte jetzt nicht alle Spiele vorwegnehmen, aber jetzt, da wir es nur um den vierten Teil haben, fasse ich es mal so grob wie irgend möglich zusammen. Ähm... Wir haben... Moment, ich geh mal kurz wieder in den Screen rein, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Also, wir sind dieser lässige Typi hier. Das ist Rufus. Rufus ist ein, ähm, selbsterklärter Frauenversteher. Und das da links ist, ähm, das Mädchen Goal. Und wir haben, ähm, also wir wissen, aufgrund der vorangegangenen Teile, dass Goal unsere Traumfrau ist. Und deswegen haben wir jetzt ihre Hochzeit sabotiert, damit, also und sie entführt, damit sie begreift, wie sehr wir beide zusammengehören. Ist das nicht wundervoll romantisch von uns? Wir, wir sind sowas von süß. Ich, ich kann, ich kann nicht glauben, wie süß wir sind. Ähm, Minasuki würde sich lieber für eine andere Frau namens Toni entscheiden. Die steht hier aber leider nicht zur Auswahl. Und ich sehe gerade, ich müsste nochmal ganz kurz hier zack machen, damit ich nicht mehr immer so komisch aus dem Bild gucke und mich vielleicht noch ein Mühe nach links setzen. Also, äh, ja, wir, wir haben die Frau entführt, damit sie endlich begreift, dass, dass wir ihr Lebensinhalt und ihr Traummann sind. Nachdem wir eine vergangene Version von ihr in drei Teile gesägt haben, in ein Kind verwandelt haben, äh, sitzen gelassen haben und noch ganz andere Dinge mit ihr angestellt haben. Äh, äh, letztendlich schuld an allem ist er ein rosafarbener Elefant. Und jeder, der jetzt auch nur ansatzweise noch was sieht vor lauter Fragezeichen über dem Kopf, sage ich, holt euch die Deponia-Reihe, die ist immer mal wieder im Angebot und absolut fantastisch und lohnt sich einfach immer wieder zu spielen. Deswegen, für alle, die jetzt vor lauter Fragezeichen lieber schlafen gehen, wünsche ich eine gute Nacht, schlafen und träumen was Süßes. Und für den Rest, ähm, freut euch, wie wir jetzt hier versuchen, vielleicht mit dem nach oben fließenden Wasserfall wieder von hier zu entkommen. Wir befinden uns nämlich gerade auf der Innenseite eines Zeitportals. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Welt zwischen den Welten, in der, ähm, die Zeit stillsteht. Im Gegensatz zum Rest der Zeit. So, gute Nacht, seht ihr raus. Falls du es nicht einfach nur so in den Chat geschrieben hast, sondern geschrieben hast, weil du ins Bett gehst, wünsche ich eine gute Nacht, schlafst du, wenn du Trömmersüßes. Usha, jetzt cache doch mal rein. Warte, wer soll rein cachen? Wo? Okay, wir, also wir haben die Möglichkeit, entweder wir kriegen das Garagentor auf, mit dem Wasser können wir nicht mehr interagieren, okay. Ähm, wir können jetzt, da meine Tastatur wieder funktioniert, zu Glück haben wir die gerade eben noch repariert bekommen, ähm, können wir wieder die Leertaste drücken, um interagierbare Objekte einzusehen. Wir können hier ein Brecheisen mitnehmen. Endlich mal was Nützliches. Vielleicht ist es doch noch nicht so spät, die Laufbahn des Zeitbanditen einzuschlagen. Oder wir erschlagen ein paar Headcrabs damit. Moment. Das erlauben wir, gar kein Problem. Deponia ist aber auch nicht um einen blöden Transwitz verlegen. Äh, Deponia ist sich allgemein, also, Deponia ist eine einzige Anleitung, wie man nicht mit Frauen umgeht. Hufus ist also der Typ, auf den die Frauen fliegen. Tatsächlich ist es so, dass sehr, 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 sehr viele Frauen sich letztendlich in Hufus verlieben. Achso, auf den die Frauen nicht fliegen, sondern einen Fliegenpilz essen. Ja, wenn du einmal mit Hufus unterwegs warst, wünschst du dir, du könntest stattdessen einen Fliegenpilz essen. Das ist deutlich gesünder für dich. So, brechen wir mal das Tor auf. Es handelt sich hierbei übrigens, wie ihr seht, um ein Point-and-Click-Adventure. Das heißt, wir zeigen mit dem Mauszeiger und klicken und benutzen Gegenstände in unserem Inventar miteinander und mit Objekten hier. Deponia ist ein super lustiges Spiel, eher so ein 90er, Early-2000er-Humor. Und wenn man mit dem Humor nicht kann, ist halt RIP. Ja, also ich hatte hier auch schon einige Szenen, bei denen ich mir dachte, meine Fresse, wie konnte das jemals als Spiel durchkommen? Da muss ich große Bitte-nicht-nachmachen-Disclaimer aufstellen. Aber ja, es ist halt eine gewisse Art Humor. So, bei Sunny Donald ist, oha, bei mir ist heute zum Glück alles ruhig und mit 29,1 Grad sogar noch relativ kühl. Der Palmspruch vorhin war super. Oh ja, um euch ein Bild des Deponia-Humors zu geben, vorhin gab es den schönen Spruch, das Schwierige an der Kokosnuss-Ernte ist es, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Ich habe schon alles getestet, funktioniert genauso gut wie ein Deponia. So, so. I doubt it. So, wir können mit unseren wunderschönen Tachionen-Armbrust-Pfeil-Maus-Näh-Uhren-Zeigern nämlich Zeitportale öffnen und gerade versuchen wir, eine Zeitlinie zu finden, in der die Welt nicht untergeht. Miau, guck mal, so viele neue Leute. Jetzt aber bloß nichts Peinliches machen. Moment. Okay, sie haben ausgeredet. Hallöchen, Ska. Schön, dass du da bist. Ein wunderschön, wunderschön. Und Hallöchen, Raiders und Raiderinos. Hallöchen. Du hast den Witz zerstört. Ich habe den Palmenwitz zerstört. Entschuldigung. Wieso denn? Was habe ich falsch erzählt? Der war verklickt, Eiske. Der war verklickt. Oh, wie süß. Hallöchen, Ska. Und Hallöchen, Raiders und Raiderinos. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Moment. Wir machen mal noch den für Ska. Hier, nimm die Horde. Hallöchen, Horde. Ah, guck mal. Doppelt hält besser. So, bei Ska gab es coole Sachen wie Minecraft. Habt ihr nur Minecraft gespielt oder auch das? Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was habt ihr Schönes gemacht? Ja, äh, 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 ansonsten, ich hab gerade vor, vor zwei Minuten, nein, eigentlich hab ich vor 30 Sekunden damit geendet, zu erklären, was wir hier gerade tun. Aber jetzt kann ich's ja gleich nochmal erklären. Das war ein Dice-Gelost-Moment. Macht nichts. So näher bekommt auch Lob. So, hab ich noch irgendwas Krasses verpasst im Chat? Es wurde nichts gemeldet und auf einmal ist hier Gewitter. Oh no, Sunny. Gewitter. Ganze fünf Stunden Minecraft. Jawollo. Da kann man aber auch mal ein bisschen müde sein. Und irgendwann mal den Stream beenden. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Feierabend, Ska. Und ich hoffe, du kannst gleich ein wunderschönes Wochenende genießen. Ja, ich bin müde, hab ich mich hierbleiben. Das verstehe ich, Sweet. Aber besser, du schläfst jetzt und bist dann ausgeruht. Wir werden nach heute, äh, nächste Woche Dienstag wieder streamen. Und dann voraussichtlich schon nachmittags ab 16 Uhr. Ansonsten, äh, ansonsten, Ska. Ja, wann, wann sieht man dich denn das nächste Mal? Hier, wenn man, wenn man mich erst am Dienstag wieder sieht, vielleicht ist Ska einfach vorher schon da, dann könnt ihr einfach zu ihm gehen. Außer er ist so müde, dass er sagt, nee, du, lass mal stecken, ich geh lieber ins Bett. Mein Kanal nennt sich auch Schwarzer Kanal, weil da einfach nichts passiert so näher. Macht ja nichts. Es gibt ja durchaus auch sehr, sehr viele Leute, die Twitch einfach als Zuschauer konsumieren. Davon lebt die Plattform, ja, dass es beides gibt, die Zuschauer und die Streamer. Wenn wir alle streamen, dann gibt es irgendwann keine Zuschauer mehr. Nächste Woche Spätsommer, arme Zari. Ha, dann ist der Sommerschalt vorbei. Mich ehre, voraussichtlich Sonnvergeig ist. Also Leute, dann behaltet den Sonntag im Auge. Und wenn ihr sagt, boah, ich vermisse Zari so sehr, ich wünschte, Zari würde jetzt streamen, dann schaut doch einfach mal, ob Ska am Sonntag gerade da ist. Der ist mindestens genauso gut wie ich. Ke Clou, Hallöchen, einen wunderschönen, wunderschönen. Machst dir bequem, gönn dir ein Getränk deiner Wahl und machst dir bequem. So, danke für den Shoutout, aber immer noch, aber immer noch. Bald ist wieder früher dunkel, oh nö. Nachts ist kälter als draußen. Also mein Lieblingsspruch ist immer noch aus der Abiturzeit. Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen. Danke Clou, auch dir natürlich Dankeschön für den Follow. Dankeschön, Dankeschön. Einen wunderschönen, wunderschönen. Gut, warte kurz, voraussichtlich wieder Sonntag. Du spielst Arvorion. So näher hat schon mal die Zukunft vorausgesagt, was Ska voraussichtlich spielen wird. Ich sehe, ich sehe. Dann lässt sich mal ein Follow da für den Ska. Jawohl, Sweet, so muss das. Sehr schön, sehr schön. Also, versuchen wir mal so ein bisschen hier die Geschichte zu erklären. Für all jene, die sich nicht auskennen, wir sind gerade im vierten Teil einer Spielereihe. Das heißt, es ist schon super viel passiert vorher. Ich werde euch jetzt nicht alles erzählen, weil sonst nehme ich euch ja die ganzen coolen Spiele vorweg. Vielleicht möchte Skadi ja auch irgendwann mal spielen. Und die sind einfach großartig und lohnen sich. Sagen wir einfach, wir versuchen gerade, mithilfe unserer Nicht-Freundin hier drüben, sie trägt ein Brautkleid, aber sie ist tatsächlich nicht unsere Braut. Bitte nicht verwechseln. Tatsächlich haben wir ihre Hochzeit sabotiert und sie von ihrer eigenen Hochzeit entführt und dafür gesorgt, dass ihr Mann, das ist nämlich der gute Kerl hier, eine andere Frau geheiratet hat, nämlich sie hier und mit ihr seinen Lebensabend verbracht hat. Ein bisschen belastend für sie. Deswegen ist sie gerade vielleicht nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Aber wir versuchen, das alles wieder hinzubiegen. Das war letztendlich irgendwie Absicht, aber irgendwie auch aus Versehen. Ich blicke, was du nicht blickst und das ist definitiv nicht das Zeitreiseparadox im Rundum der Podium. Ihr Mann hat es mit der Diät etwas übertrieben. Ja, das Problem ist, wie ihr seht, sind wir hier in so einer Art Endzeitszenario. Und ja, die sind vielleicht alle ein bisschen verhungert. Schade. Aber es ist ja nicht mehr ihr Mann. Also es ist ja nie ihr Mann gewesen, sozusagen. Das haben wir ja erfolgreich verhindert. Also und jetzt versuchen wir, eine Zeitlinie zu finden, in der sie glücklich werden kann. Im günstigsten Falle mit uns an ihrer Seite, anstelle von irgendeinem komischen Skeletttypen. Der sich nicht mal mehr an sie erinnert, wenn sie vor ihrer Zeit, bevor sie sich kennengelernt haben, zu ihm kommt. Also es ist auch schon ganz schön frech von ihm. Fangkuchen, Fangkuchen, nur eins, Lottie 25. Waren das nicht Teigtaschen? Der sieht aus wie mein Bruder. Der ist auch nur so ein Strich in der Landschaft. Hat der auch immer eine Frau an seiner Seite, der ein Bein fehlt? Oh, warte, das klingt fieser als ich wollte. Das sollte so nicht rüberkommen. Ähm, ich glaube, wir ignorieren den letzten Satz und springen einfach in das Zeitportal und gucken mal, was passiert, oder? Geronimo! Das hier ist das Land, in das wir das Wasser gebracht haben. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verbanken wir nur, euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeugt. Und? Gibt's jetzt ne Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon ausgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal, danke. Oh, wir sind einfach so gut. Also, für diejenigen, die erst jetzt hier sind, das hier war bis gerade eben noch eine Wüste, bevor wir aus diesem Portal geschwemmt worden sind, mit Hilfe, also mit jeder Menge Wasser. Und durch dieses Wasser haben wir das Feindeslager komplett überschwemmt. Und gleichzeitig scheinbar dafür gesorgt, dass hier jetzt wieder eine üppige Vegetation entstanden ist. Und zwar in so kurzer Zeit, dass Moment nicht einen Moment gealtert ist. Krasse Sache. Toll, Sari, jetzt vergraust du schon die Raider. Oh nein. Ich bin so schlimm wie das, okay? Ich bin so schlimm. Wie, kein Krieg. Ne, kein Krieg mehr. Und keine tausenden Toten. Der Dude hat sicher Trabi-Ersatzteile. Hier gibt's sicherlich alles, wenn du nur lange genug danach suchst. So, dann würde ich mal sagen, reden wir mal mit ihnen. Ha, reden wir mal mit ihnen. Die Raider sind mich gewohnt, da ist Sari ja noch eine ganz liebe Gegend. Mwahaha. So schnell lassen die sich nicht vertreiben. Wenn die sich bei Scar eingenistet haben, dann hauen die hier schon nicht ab. Finde gut, dass du Arborion spielst und streamst. Ich habe nichts mitbekommen. Tja, Scar, wie kannst du es wagen, so näher einfach nichts davon zu erzählen? Wie frech. Hallöchen, Pax, der wird nochmal geknuddelt. Willkommen zurück dir. So, wer hat auch so Angst vor Gewitter? Äh, ich habe tatsächlich gar nicht so krass Angst vor Gewitter. Ähm, ich bin nur immer nervös, wenn so Ultra-Gewitter über mir ist. Und ich dann, äh, ich bin so jemand, ich stecke dann immer alle technischen Geräte ab. Weil ich dann doch nochmal Schiss habe. Außer halt so ein Tiefkühler und ein Kühlschrank, weil das muss halt. Aber ansonsten habe ich dann nicht so Schiss vor, obwohl vor einigen Jahren hat es mir mal in der Wohnung in die Decke reingeregnet bei einem Gewitter. Das war echt nicht schön. So, da hat die Queen recht, muss ich sagen. Ja, wirklich. Dann einmal Migplay hat sich noch ein Wassermarsch gewünscht, kommt auch sofort. Und dann spielen wir auch gleich weiter. Ein Hoch auf die Knubbi Queen. Wuhu! So. Knubbi, jetzt zeitweise auch mit Katzenohren. Nur jetzt gerade nicht, aber in der Theorie möglich. Gut. Also, wir haben tatsächlich mal etwas Gutes vollbracht. Ansonsten geht alles, was wir anfassen, immer nur schief. Das ist doch mal was Schönes. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Danke. Tausendmal. Danke. Na dann, wir haben hier gar nichts mehr zu sagen. Dann mal auf zum Berg und zum nächsten Portal. 1.500 Punkte für Katzenohren, Knubbi. Ja, ich glaube, dafür könnt ihr mir entweder das Catgirl-Outfit geben direkt oder für 3.000 könnt ihr, glaube ich, frei bestimmen, wie ich aussehen soll. Ska, die Punkte zusammen. Catgirl-Modus wird aktiviert. Eine Sekunde. Ich gehe mal eben kurz in den Umziehbildschirm. So geht natürlich auch. Hallöchen, da bin ich wieder im Catgirl-Modus mit Katzenöhrchen und Pferdeschwänzchen. Und dazu hat unser Knubbi auf dem Kopf jetzt auch zuckersüße Katzenöhrchen. 13.000 Punkte sind noch auf Lager für genügend Dodos. Oh Gott, ich hatte letztens einen Dodo-Regen, der ging über 2 Minuten, Ska. Ich habe hinterher noch 3 FPS gehabt. Ich spiele sonst mit zwischen 30 und 50 FPS arg. Ich hatte noch 3 FPS, weil so viele Dodos um mich herum waren. Wo war ich denn da? Ich hätte mitgemacht. Keine Ahnung, wo du am Mittwoch warst. Kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich hast du selber gespielt. Es waren ein paar Leute online. Die Dodos waren nicht durch mich. Nein, Daisuke würde nie Dodos beschwören. Also Daisuke doch nicht. Nein, bitte denkt so nicht von ihm. Nein, nein. So etwas würde Daisuke nie tun. Hört ihr? Niemals. Niemals. Okay, gehen wir mal durchs Portal und gucken, wo uns die Zeit als nächstes so hinkreift, oder? Irgendwann werden wir doch wohl eine Zeitlinie finden, in der wir leben möchten. Heiliger Dodo, der du kommst vom Himmel geregnet. So, jetzt ist hier oben kein Wachposten mehr. Das heißt, jetzt ist niemand mehr da, der die Zugbrücke für uns runterlassen kann. Tatsächlich sind wir jetzt wieder in genau demselben Ort, in dem wir eben gestartet haben, als ihr durch den Raid alle dazugekommen seid. Nur ungefähr 80 Jahre vorher. Aber da wir auch hier wieder nicht über die Zugbrücke kommen, gehen wir auch hier einfach wieder durchs Portal. Was sagst du dazu, Bowen? So, hallöchen Dom, hallöchen die süßen Biesen. Kannst du noch, klar. Weiter geht's. Uns geht's gut. Wir versuchen gerade eine Zeitlinie zu finden und werden deswegen durch so viele Portale wie möglich gehen. Und da haben wir noch eine Runde Fuji-Musik. Kommt sofort. Mittwoch. Maybe war ich in der Woche nie lange wach, weil mein Arbeitskollege krank ist und alleine einfach mehr als genug zu tun ist. Völlig legitim. Völlig verständlich. Keine Sorge. Von mir gibt es da keinen Vorwurf, wenn irgendjemand nicht da ist. Wir haben hier keine Anwesenheitspflicht. Meine Challenges waren gut. Es steht jetzt 1 zu 1 zwischen Tari und mir. Buah, ha, ha, ha. Fuji-Fahrstuhlmusik. Jemand einwende. Keklu hat sie sich schon gewünscht. So, Goal. Komm ran, Mädchen, komm ran. Gibt es hier keine Einträge ins Klassebuch, wenn jemand nicht da ist? Äh, nee, gibt's tatsächlich nicht. Ausnahmsweise mal ist das bei uns tatsächlich völlig legitim. So, und hier hat jemand eine Leiter ins Portal gestellt. Hier hat übrigens das ganze Abenteuer angefangen. Mein Gott, hier ist die Eiscreme-Maschine. Und da ist der Sternenhimmel. Wir sind endlich am Ziel unserer Wünsche angelangt. Aber bevor wir durchgehen, gönnen wir uns noch ein dummes Gesetz für Scar of Man. Denn der hat sich das gewünscht. Wisst ihr noch? Ähm, ich hol mal ganz kurz ein bisschen aus für dieses. Oh Gott, wie soll ich denn Futschi und Fahrstuhlmusik kombinieren? Oh, Futschi und Fahrstuhlmusik kann ich gar nicht kombinieren. Denn sobald ich eins davon abspiele, wird das andere automatisch ausgebremst. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du das zurückziehen. Dann kriegst du die Punkte dafür zurück. Gar kein Problem. Ich kann die leider nicht parallel abspielen. Die Software lässt das nicht zu, weil die kommen aus dem selben Soundprogramm. Und sobald ich einen davon abspiele, wird der andere pausiert. Würden 25.000 Punkte für einen Gigaregen reichen. Leider nicht so näher. Äh, der ist leider nur und ausschließlich für Bits verfügbar. Aber da würde das funktionieren. Da könntest du alle, du könntest sogar, gewaltige Dodo-Regen-Massen beschmören lassen von den anderen. Und die dann mit Hilfe von Bits in Gigas verwandeln. Dann hätte ich einfach eine Armee aus einer Milliarden Gigas gegen mich. Und jetzt immer dieses Lachen. Moment, Moment, da habe ich irgendwo einen Satz verpasst. Äh. Also immer die, weißt du, immer diese Lachen-Streamer. Ach so, du meinst, weil ich das verzeihe, wenn jemand nicht da ist. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich wieder da. So. Dann nehme ich die Fahrstuhlmusik in 20 bis 30 Minuten oder so. Das ist ein guter Plan, Skat. Dann einigen wir uns darauf. So. Und jetzt sage ich euch noch, dass jegliche sportliche Betätigung in North Carolina unter das eigene Risiko des Ausübenden fällt. Niemand darf im Fall der Verletzung vom Staat Hilfe oder eventuelle finanzielle Unterstützung erwarten. Und weil das so unglaublich sad ist, machen wir noch was Lustiges hinten dran. Ähm. In Omegon darf man kein Mais aus Dosen als Köder verwenden. Richtige Maiskolben sind aber völlig in Ordnung. Ich habe aber keine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen Dosenmais und... Pardon. Also und Kolbenmais. Darüber könnt ihr gerne diskutieren, was der Unterschied ist. So. Möchtest du eigentlich hierbleiben, Goal? Ich meine, technisch gesehen ist das hier deine Heimat. Kannst du noch... Na, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Auf ins nächste Portal. Wer hat eigentlich hier die Leiter reingestellt? Guten Tag. Ein Schnabeltier. Ein Schnabeltier. Oh, jetzt sind wir doch wieder hier. Das ist doch genau der Ort, wo wir vorhin waren. Das ist die Wüste, bevor es eine Wüste wurde. Hier war der See und hier war das Zelt von Momet. Wie merkwürdig. Und hier ist ein Wombat. Täglich grüßt das Mometier, taucht immer wieder hier auf. Und aus irgendeinem Grund steht der Entwickler dieses Spiels total auf Schnabeltiere. In jedem einzelnen Neponia-Teil findet man permanent Schnabeltiere. Der Chaos Creator hat keinen Gigaspawn. Der Chaos Creator hat einen Gigaspawn. Garantiert. Eine Sekunde. Der heißt vielleicht nur ein bisschen anders. Ich glaube, der heißt Turn all wild Dinos into Gigas. Der existiert wahrscheinlich nicht unter der Kategorie Spawn, sondern unter der Kategorie Hurt. Sekunde, Sekunde, wir machen sofort weiter mit dem Spiel. Ähm... Dö, 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 dö. Da! Äh, und unter der Kategorie Hurt findest du Turn nearby wild Dinos into Gigas. Das gilt für alle wilden Dinos in der Nähe. Das heißt, je mehr Dodos vorher gespawnt werden, desto mehr Gigas sind dort. So, solche recht spezifischen Gesetze gibt's ja immer aus irgendeinem Grund. Da hat sich sicher einfach mal jemand mit einer ganzen Dose als Köder gehangelt. Ja, wahrscheinlich. Und dann hat sich der ganze Mais über den ganzen See ergossen. Und dann wurde gesagt, nee, machen wir nicht mehr. 5K-Bits preisig. Ja, das ist super teuer, Minas. Okay, das liegt aber daran, überlege mal, wie unbewohnbar ein Ort wird, wenn da 5000 Gigas rumstehen. Weil ich dann diesen Ort für sehr, sehr lange Zeit nicht mehr bewohnen kann und auch kein anderer, der auf dem Server spielt, ist das sehr teuer. Wenn ihr das aber machen wollt, lasst euch den Spaß nicht entgehen. Shadler hat es schon ein paar Mal gemacht, es geht es mal ultra witzig. Und ich versuche auch immer noch, dann dort wieder zu spawnen und per Hand von dort wegzukommen. Choose your type of death. Genau das ist der Chaos Creator. Also für diejenigen, die es nicht kennen und nicht wissen, worüber wir hier reden, ich spiele einmal wöchentlich das Spiel Ark Survival Evolved. Das ist ein Survival Game mit Dinosauriern. Und da habe ich die Twitch Extension Chaos Creator für, die ihr auch unten in der Infobox findet. Und da könnt ihr, während ich Ark spiele, Events triggern, die dann bei mir ausgelöst werden. Und die dann halt lustig oder hilfreich oder halt tödlich sind. Wie viel Geld wären 5k Bits? Oh, ich muss noch mal gucken, ob ich die Preise anpasse, weil mir wurde ja letztens gesagt, dass Bits teurer geworden sind. Da hast du völlig recht. Oh, als ich das eingestellt habe, waren das 40. Okay, da muss ich safe drüber gehen. Auch 70 ist ein bisschen heftig. Ähm, Bitpreise prüfen. Bitpreise prüfen für Chaos Creator. Okay, steht ganz oben jetzt auf meiner Liste. 5500 Bits für 95 Euro. Gut. Dann, äh, dann werde ich die Preise nochmal anpassen und alle ungefähr um die Hälfte reduzieren, weil das ist mir dann doch ein bisschen sehr zu viel. Vielen Dank, dass ihr mir das mitgeteilt habt, weil ich schaue nie nach Bitpreisen und hätte das deswegen gar nicht mitgekriegt. Vielen, vielen Dank. Chatlock hat richtig Kohle. Chatlock arbeitet, äh, als, äh, äh, warte. Chatlock hat auf jeden Fall einen sehr guten Beruf, ist alleinstehend. Keine Kinder, keine Freundin. Ich glaube, der hat Geld. So. Warte, wir versuchen mal auf derselben Seite zu bleiben. Was habe ich da noch Feines für euch? Ähm, in Alabama ist das verboten, an einem Sonntag Domino zu spielen. Bam, bam, bam. Nicht das Domino. Das, das ist einfach viel zu gefährlich. Ich habe einen guten Mitarbeiterbonus bekommen. 5000 Gigas fallen vom Himmel. Oh Gott, please don't. Okay, ich werde aber vorher die Preise anpassen zu näher. Keine Sorge. Und dann könnt ihr euch mal, auch mal ein, ein Boss beschwören zwischendurch. Oder einen Subboss. Das ist dann meist so der Dodorex oder, ähm, der Dodowivern. Ansonsten gibt es mit den großen Fleischfressern auch noch die Möglichkeit, einen Giga zu spawnen. Es könnte aber auch ein Wibbern sein. Da kann einiges bei rumkommen. In der Stadt Urbaner in Illinois ist es Monstern verboten, das Stadtgebiet zu betreten. Tut mir leid, liebe Monster. Ihr seid da leider nicht willkommen. Okay. Sweet home Alabama, aber keine Domino's. Okay, damit haben wir, glaube ich, wieder genug dumme Gesetze gehabt. Ich würde mal sagen, wir testen mal, wo es jetzt hier weitergeht. 4D-Brille, weise uns den Weg. Rufus darf da nicht rein. Nein, Rufus darf da nicht rein. Warte mal, dann habe ich mit meiner Strom. Das ist ja auch ein Problem auf deinem Server. Potenziell ja. Ich versuche aber, wenn ich weiß, wo irgendwelche Bauten sind, mich davon fernzuhalten und zu näher. Ich kann dir sehr gerne einmal off-stream einen Gegenstand hinsetzen. Der beeinflusst dein Baumenü nicht. Aber ich kann damit verhindern, dass in deiner Nähe Events getriggert werden können. Dann hast du überhaupt kein Problem. Ich würde ja einfach Mesh bauen. Ich kann dir auch einfach einen Anti-Chaos-Creator-Pillar hinsetzen. Dann können in ihrer Nähe keine Events getriggert werden. Und ich weiß von vornherein, okay, da muss ich weg. Das ist gar kein Problem. Das einzige Problem daran ist, dass das nur der Streamer setzen darf. Das heißt, ich muss deine Wohnung halt vorher einmal finden. Ich will Rufus in Arc für 150 Euro, weil der wäre so die Hölle. Oh ja. Ich war gerade auf eine Switch für Monster Hunter Rise. Uh, das klingt schön. Okay, Leute, wir setzen mal eben die 4D-Brille auf. Weiße uns den Weg in die vierte Dimension. Aha, ich sehe Potenzial. Aha. Jetzt können wir entweder wieder zum Berg oder hier das Portal öffnen. Aber wie sollen wir hier hinkommen? Wahrscheinlich hier überall ist drüberklettern. 350 Euro, das heißt schon teuer. Ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Genau, nämlich. Jetzt werd mir hier nicht so rührselig. Verlieb dich gefälligst in mich, Mädchen. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer. Und ja, Gold fällt schon wieder auf Rufus rein. Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert. Na dann, auf zum Stadtkern. Nein, Gold lernt es einfach nicht. So, schon wieder 5000. Keine App und Danke ist damit verarkt. So muss das. So muss das. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ja, ich bin's wohl. Wir wohnen schon ewig hier. Und wir haben keinen Platz für irgendwelche nachhergelaufenen Babasöhnchen. Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit. Das bedeutet Krieg. Toll, wir haben den Krieg überhaupt erst ausgelöst. Wo sind wir wieder? Gold, Rufus. Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Gold. Wir sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Gold? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon. Es ist hier nicht sicher. Okay, wir haben doch dafür gesorgt. Lass nicht, beilen wir uns. Wir haben doch... Oh, es geht noch weiter mit der Katzin. Ich rede später. Fuelog Alarm! Bringt euch die Sicherheit! Puh. Das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Hm. Was ist denn das jetzt hier für ein Minispiel? Oh, wir machen hier den MacGyver. Okay, Leute. Wir gehen mal in Richtung Tisch oder so. Du nicht in den Tisch. Okay. Das ist AT. Okay, ich wollte noch kurz anmerken. Erstens. Diese junge, nette Dame hier ist sie hier aus der originalen Zeitlinie. Also, ich habe ja gesagt, wir haben sie entführt und wir haben sie entführt, bevor sie uns kennengelernt hat. Nachdem sie uns kennengelernt hat und wir quasi Teil 1, 2 und 3 gespielt haben, ist das hier passiert. Also haben wir jetzt mit zwei Goals zu tun. Und MacChronicle, das ist der Ned Flanders Verschnitt hier. Der Ned Flanders Cosplayer hier ist derjenige, dessen... Also er ist das Kind von Rita und Rocco, die gerade mit der Zeitmaschine abgehauen sind. Und damit ist alles erklärt. MacChronicle, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Okay, nehmen wir doch erstmal die Sachen auf dem Tisch. Oder schubsen sie weg. So, du kannst nichts tun, Omi. Schnapp dir eine Heugabel. Kurz erklärt, es ist viel passiert. Es ist kompliziert. Nimm dir mal die Zange. Okay. Wo können wir als nächstes was tun? Ich suche noch, ich suche noch. Wir können hier den Lichtschalter drücken. Ha! Damit kann das Ohmchen jetzt werkeln. Schraubendreher. Was wurde denn aus Toni? Äh, 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 äh. Toni? Toni redet nicht mehr mit uns, seit wir ihre Mutter für einen riesengroßen rosa Elefanten gehalten haben und danach mit einer... sie an den Füßen aufgehängt haben und wie eine Piñata mit einem Baseballschläger auf sie eingedroschen haben. Äh, außerdem haben wir ihre Lieblingskristallgläser zerbrochen und irgendwie redet sie seither nicht mehr mit uns. Es ist ein links- oder ein rechts-drehender Schraubenzieher. Moment. Es ist ein stechender Schraubenzieher. Die, die ganz neue Variante. Schraubenzieher. Nehmen wir noch ein bisschen Tape und, und ne Muffe. Aha. Aha, aha. Mehr Tape, mehr Tape hilft immer. Jetzt ist es ne Knarre und kein Fernrohr mehr. Dann schnappen wir uns noch die Reifen. Oh, was kann ich mehr? Der braucht ne Pause. Äh, Mechanical packt man mit an. Da ist noch ne Schraubschlüssel. Verschiedene Werkzeuge. Okay. Da hinein. Im Motor. Alter, was tun wir hier? Genau, lassen wir einfach ein Loch reinsägen ins Metall. Währenddessen nimmt sich Rufus einen kalten Schluck Dr. Paprika. Und währenddessen packt die Omi nochmal mit an, würde ich sagen. Chips gibt's auch. Oh, geil. Oh, ich hätte jetzt auch gerne Chips. Hm, im Idealfall retten wir gleich die Welt. Tja. Erhoffen wir mal. Rufus macht irgendwie Sau auf Pause. Pssst. Das ist alles wichtig. Er sammelt Energie für den bevorstehenden Kampf. Okay, die Omi muss schweißen. Dann haben wir noch den Hammer. Jeder macht irgendwas. Okay, das war die coolste Episode des A-Teams ever. Und jetzt hinkt noch mal was. Dankeschön. Nach rechts. Wir müssen nach rechts. Schrei mich nicht an. Ich kann hier unten kaum etwas sehen. Ja, darum sag ich's dir doch. Rechts. Rechts. Stopp, hier muss es sein. Müssen wir jetzt ballern? Wir zerlegen uns sonst noch. Nicht hetzen. Jawohl. Ohne zu wissen, wo ich hinzielen muss, macht das keinen Sinn. Okay, dann. 4D-Brille. Aktivieren. Aha, ich sehe Potenzial. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Schub. Was heißt denn? Piu, piu. Meine Schuld. Wir zerlegen uns hier schon das Fragestell. Was ist? Kommt hoch. Das geht nicht. Mein Bein ist eingekleppt. Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein. Entweder es gehen alle oder keiner. Ach, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wärt. Geht schon. Ja, na gut. Aber wo? Na, auf die Tür. Der Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Okay. Bescheuert darf er maximal sein? Im Anbetracht unserer Lage? Ja. Wir sind grenzend bescheuert. Nur grenzend? Da kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! So, Moment. Falls du meine Nachricht nicht gelesen hast. Nee, habe ich dann zufällig verpasst. Entschuldige. Moment. Lese ich sofort. In den Schorthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Wir sind wirklich der Elefant. Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Kronokar rumkurbelt. Und es verhindern. Richtig? Richtig. Aber Vorsicht. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind. Oder anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Okay. Machen wir es sofort. Kann sein, dass ich jetzt durch die ganzen Katzins ein paar Nachrichten überlesen habe. Oder durch dieses A-Team geballert. Wegen den Events und natürlich wegen der Dino-Queen bin ich auf deinen Server gekommen. Keine extra Behandlung. Das wäre keine extra Behandlung, so näher. Das bekommt jeder, der mit auf dem Server spielt und keine Events haben will. Und nicht will, dass seine Base von irgendwelchen Gigas zerpflückt wird. Das ist völlig in Ordnung. So, zwar ein Problem mit Fleischfressern. Keiner ist unter Level 120, aber ich kann gut rennen. Also später soll es mal... Also die Entwickler arbeiten daran, dass man mithilfe dieser Türmchen nicht nur einfach sagen kann Events an, Events aus, sondern man sogar explizit sagen kann, welche Events stattfinden dürfen und welche nicht. Dann könnte ich quasi alles, was bösartig ist, für euch ausschalten und sowas wie Dodo-Regen noch anlassen. Genau, der Tribe von Scar ist auch mit auf dem Server und die haben auf ihrer Basis auch einen solchen Anti-Chaos-Creator-Turm. Deswegen, das ist absolut kein Aufwand, das kostet ein Stroh, das Ding. Es darf halt nur derjenige, der den Chaos-Creator hat, setzen. Genau, Zidane ist auch ab und zu auf dem Server und meine Schneiderin Nani ist auch ab und zu drauf und Flecken ist auch ab und zu drauf und ein Freund von mir ist noch ebenfalls ab und zu mal drauf und dessen Freunde sind dann wieder mit drauf, also ist gut voll. Immer mal wieder. Dann ist es mal wieder ein bisschen leerer, verschmankt der Zeit. Okay, bevor Goals sich noch das Kleid kaputt fummelt, wir sind jetzt wieder in Kuwak, das heißt wir sind jetzt ganz zu Beginn des Spiels, also nicht der Spielerei, sondern des vierten Teils. Einen wunderschönen guten Morgen Flecken, na, konntest du nicht mehr schlafen oder hast du noch nicht geschlafen? Aber wenn du guten Morgen schreibst, hast du wahrscheinlich schon geschlafen. Dann einen wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Minaski hat gar kein PC, schade. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also wir sind am Anfang des vierten Teils und ich befürchte, dass wir beide tatsächlich der rosa Elefant sind, den wir von Anfang an jagen. Ich habe es euch zwischendurch gesagt, dass ich die Befürchtung habe, dass wir selber der rosa Elefant sind und es ist wirklich so. Wir sind der rosa Elefant. Flecken kann schlafen. Oh, stimmt sie dann, das ist ja ein Gerücht, dass Flecken schlägt. Stimmt. Ich habe gerade mit Plum und Josie Fassbo gespielt. Uh. Dann hoffe ich mal sehr, dass es Spaß gemacht hat. Okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja, wir sind gerade weggegangen. Das hier ist die Knickerfolie, die ich benutzt habe, um den Toilettensitz hier heil runterfallen zu lassen. Mit dem Toilettensitz haben wir die Falle für den rosa Elefanten gebaut, womit wir dann letztendlich nur die Mutter unserer damaligen Freundin gefangen haben und damit dafür gesorgt haben, dass unsere Freundin uns überhaupt erst verlässt. Weswegen wir dann überhaupt erst frei waren für Goal. Komplizierte Sache. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir es schaffen können, Tonys Mutter zu befreien. War mega. Oh, das freut mich. Guten Tag. Oh, verdammt, die hassen uns doch gerade. Status, es ist kompliziert. Das ist es immer bei Rufus. Hallo, Menschenmenge, die mich hasst, weil wir gerade ganz Kubak im Brand gesteckt haben. Ähm, ich, ich, ich kann das erklären, ähm, ähm, das ist schlecht, Goal, wir sollten vielleicht gehen. Sie sind abgelinkt, sehr gut. Jetzt ist es wirklich wie früher. Okay. Okay, wir sind doch nicht der Elefant. War das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knickspox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Ja, wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unser Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch, aber wie bedient man das Gerät? Hm. Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Hm. Wie war das? Ganz falsch. Rufus nicht. Das ist er. Das ist er. Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Das Time-Pod? Nicht direkt. Hm. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha. Also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Hm. Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja. Das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten. Nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet. Und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein, 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 nein. Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Ähm, okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Hm. Na gut. Aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxopoxo. Moxopoxo? Alles nur das nicht. Okay, gut. Gespräch beendet. Ich darf auch wieder reden. Huh. Das waren eine Menge Infos auf einmal. Also ja, es waren von Anfang an die Elefanten gewesen. Und wir waren nicht der Elefant, sondern die beiden offensichtlich. Moxopoxo. Wahrscheinlich sowas wie Mausetot. Aber lassen wir das mal einfach so im Raum stehen. Moxopoxo willst du definitiv nicht sein. Zeitreisende Elefantenmenschen. Ja, wer kennt sie nicht? Okay. Ähm. Alles bleibt so, wie es ist. Ob wir hier sind oder nicht. Nein, ob wir hier sind und nicht. Gut. Ähm. M-m-m-m-m. Okay. Also waren die Elefanten diejenigen, die die ganze Zeit über die Zeit zurückgedreht haben, damit wir irgendwann keine andere Wahl haben, als zu sagen, hey, wir müssen mal wieder dahin zurück und herausfinden, wer die ganze Zeit über die Zeit zurückdreht. Das Problem, das sie haben, ist, dass wir irgendwann angefangen haben, uns selber aus dieser Zeitlinie rauszunehmen, in der wir mit Goal auf Reisen waren und letztendlich Elysium, was ihr übrigens da rechts oben sehen könnt, das Raumschiff zu starten. Wir haben damals den Start verhindert und dadurch konnten sie weiter ihr friedliches Leben führen. Jetzt haben wir die Zeitlinie aber annulliert, indem wir eine Zeitreise gemacht haben und deswegen zum Zeitpunkt, als unser Abenteuer gestartet ist, gar nicht da waren. Und dadurch haben wir überhaupt... Ich werde nun schlafen gehen. Ich wünsche euch einen schönen guten Nacht. Ganze Zeitparadoxum zustande. Sunny, eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träum was Süßes. Immer diese Zeitreisen, den Elefanten. Wenn es die nicht geben würde, oh, dann wäre unsere Welt eine bessere. Wer hat an der Zeit gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So, das heißt... Nein, ihr Leute, mit der Zari ist noch lange nicht Schluss für heute. Okay. Und Pax geht auch in den Lörg über und versucht wahrscheinlich noch ein bisschen zu schlafen. eine gute Nacht schlafen und träumen was Süßes. Merkt ihr das, Nerdbird? Merkt ihr das, Nerdbird? Das kommt in der Prüfung dran. Kommt da auch Moxo-Poxo drin vor? Vokabeltest, Fufnu und Moxo-Poxo. Weißt du eigentlich, was du tust? Na, hör mal. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Also nicht. Nicht so richtig, nein. Sehr gut. Wir wissen schließlich nie, was wir tun. Utopianer. Also sowas. Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das nur glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Verdammt. Warum dauert... Okay. Wir können den Linken nicht ansprechen. Na dann... Können wir jetzt kurbeln oder können wir jetzt den Nilbord benutzen? Ich bekomme trotzdem noch alles mit. Also lieb sein. Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Das war die ganze Zeit hier? Damit können wir bestimmt die Zeitmaschine drosseln. Irgendwie. Verdammte Kiste. Ich weiß zwar nicht wie, aber das geht bestimmt. Welche Prüfung? Oh Gott. Der Eisgier bekommt schon wieder Angst zustände. Dafür brauche ich nur meinen Finger und einen richtig guten Plan. Sehr gut. Äh... Katze, ich sehe nichts. Aber ich habe gerade hier was leuchtend sehen. Verstärkungsglied. Das tauschen wir doch mal kurz aus. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Bestimmt. Wir werden jetzt nämlich die Zeit nicht mehr ganz so sehr zurückdrehen. So. Fertig. Na endlich. Jetzt wird alles so bleiben wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau. Aufgepasst. Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Okay. Ihr seht links oben, wir haben nur begrenzt Zeit. Ähm... Entweder wir... Die heben jetzt gerade ab. Komm, den kriegen wir noch. Kriegen? Wie kriegen? Komm! Und jetzt volle Kraft voraus! Tschüss! Aua! Aua! Ups! Das war dann wohl die Punch-Show. Äh, der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsmause ja... Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Aua! Aua! Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Rufus! Rufus! Sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? McChronicle? Schau mal, Goal. Es ist McChronicle. Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Na ja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Time-Pod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Na ja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und der Pony ja von Fewlogs überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein! Ich bin ein Monster! Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was so ordentliches gelernt? Okay, jetzt sind wir wieder bei unserem wunderschönen McChronicle, der sich darüber ärgert, dass er auch seinen Vater hätte hören sollen. Aber diesmal haben wir keine Zeit, dass du in Depressionen versinkst. Wir brauchen dich. Sag mal, wenn ich auf deinen Server alle Huhnen bekomme und ich den Erfolg auf... ...wird der Account... ...der Erfolg auf den Account geschrieben oder nur auf den einen Char... Leider nur auf den einen Char... Und du kannst deinen Charakter leider nicht mit zu mir rübertransferieren, weil dafür dein Server bei mir im Cluster sein müsste. So. Tja... Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht! Ihr habt so recht! Verzeih mir, Vater! Okay, das war jetzt ein bisschen Drama-Queen-mäßig. Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Ja, aber wir haben jetzt eine Zeitmaschine. Mit einer Kurbel. Tja, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Sie könnte ruhig mal lächeln. Wir haben es endlich geschafft. Glaube ich. Wir haben es geschafft. The Chronicle wird niemals in Kuwak eintreffen. Die Zukunft ist wieder hergestellt. Bist du dir sicher, dass wir nichts übersehen haben? Na ja gut, es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch groß schief gehen sollte. Hoffen wir, dass du recht behältst. Gut. Dann hoffen wir das mal und probieren das einfach mal, oder? Kann ja gar nichts schief gehen. Das wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Ohne Mac Chronicles Ankunft müsste der Kreis durchbrochen sein. Vielleicht haben wir endlich wieder eine Zukunft. Jetzt müssen nur noch wir beide irgendwie hier weg, oder? Nein, Skada, das Spiel ist jetzt gleich vorbei einfach. Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Haha, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fewlocks. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Hm. Stimmt auffallen. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur schnoffofo. Was sind Fewlocks? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen acht Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fewlocks genannt. Aber in der nächsten Auflage. Haha, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Mongolfiere gearbeitet. Und was zum Kehricht ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger. Und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja. Warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Schinschuma-Clux dabei, der uns befähigt, eure Schinschumas zu verronungeln. Was? Niemand verronungelt meine Schinschumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay. Es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an einen Ocelot. Ocelots sind voll bescheuert. Ocelots sind voll süß. Ruhe jetzt, wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behakt. Umso besser. Es kann sowieso nur einer verronungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Goal zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber. Nicht du. Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist kalt machen. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Och nö. Alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Goal kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus. Während Kugu noch nach einer passenden Sicherung sucht. Ja, wo haben wir uns da denn jetzt wieder rein manövriert? Wer ist denn jetzt der Typ da links? Der Typ da links ist Bruder Tuck. Der kam nur ganz 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 am Anfang der Geschichte vor. Der trägt einen Aluhut, weil er zu irgendeiner Aluhut-Sekte gehört. Und kann sich daher an alles erinnern, das nach einer Zeitreise passiert. Das heißt, mit ihm können wir vielleicht nochmal gewinnen. Er ist derjenige, der eigentlich mit uns auf die Suche nach dem rosa Elefanten gehen sollte, bevor wir das ganze Zeitschleifending gemacht haben. Der ist bestimmt unser Retter. Ja, das glaube ich auch. Der wird uns bestimmt helfen. Das Bruder Tuck aus Robin Hood. Genau. Da ist er erinnert sich. Ah, die Aluhut-Fraktion. Ja, man kennt sie. Warte, dann können wir ja gar nichts von ihm erwarten. Ach, verdammt, wir sind verloren. Das ist doch Tuck, der gute alte Tuck. Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf, bevor mir noch versehentlich der Vorderhof ausrutscht. Okay, okay. Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, meine Schinschum aus Ferronungel zu bekommen, aber vielleicht immer noch besser als gebusackt zu werden. Verloren? Ich habe gerade einen Dingsbums vom Controller verloren. Oh nein, er ist gerade Nupsi verloren, Daniel. Was machst du mit deinem armen Controller? Die muss man doch sorgfältig behandeln. Ja, Controller. Hey, für den Chat für Controllerchins. Zari, kann ich mir mal kurz eine Sucherkatze von dir leihen? Oh, das tut mir leid. Meine Katzen sind ganz schlecht darin, Nupsis zu finden. Und, und. Also, du müsstest sie ausleihen, die Suche aufgeben und dich schlafen legen. Und dann nach so ungefähr zwei bis drei Stunden, dann musst du wieder aufwachen, weil du Geräusche hörst und dann haben sie den Nupsi. Aber sie rennen sofort weg, wenn du aufstehst. Also musst du vorher über dein Gehör genau orten, wo das Ding sich befindet. Nicht die Controller-Nupsis. Aber Daddy, ich hoffe, du findest die wieder. Sorgfältig? Du meinst entsorgen. Ist was Größeres vom Akku, die Hülle ist abgefallen und joa. Och nooo. Kann man da neue einfach bestellen, sodass du nicht den ganzen Controller wegschmeißen musst, sondern nur quasi den Akku neu holen? Entschuldigung, da war Luft im Strohhalm. Ich werd nachher einfach das Gebäude anzünden. Dann aber bitte vorher rausgehen, Daniel. Ich hab gehört, das wäre von Vorteil. Und, auch ganz wichtig, sorg dafür, dass man dir hinterher nichts nachweisen kann. Also, beginn am besten nicht in deiner Wohnung. Außer du lässt es absichtlich wie Brandstiftung aussehen. Dann fang mit deiner Wohnung an, weil dann bist du das... Derjenige, der, der gebrannt stiftet wurde und damit sehr unwahrscheinlich der Täter. Sein Xbox 7W6-Controller, Akkus sind alle separat. Ja, dann kann man den ja einfach neu bestellen, oder nicht? Okay, können wir das Ding einfach umkicken. Hey, was soll das? Du Trottel hast das Schinschumak-Lux umgeworfen. Hohoho, na sowas. So ein Fuffnex. Keine Faxen. Verstanden? Okay. Während er dran rumfummelt... Hm, Zari, warum weißt du so viel über Feuer und Niederbrennen? Ah, also Wissen wäre da zu viel gesagt. So, mal versuchen einzuschlafen. Einen wunderschönen Abend noch. Gute Nacht, schlaf schön und träum was Süßes, Janus. Schon wieder. Hoppla. Mit Böse wie immer grinsen. Der schubst dich nur rum, Kugo. Das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ach, ich bin das gewohnt. Du kannst dir vorstellen, wie es mir mit diesem Namen auf dem Schulhof erging. Kugo frisst Xonugo. Kugo frisst Xonugo. Ach, Kinder können so grausam sein. Der schubst dich... Dann wär' ich dagegen. Ach. Gibt es denn keine andere Lösung? Nein. Okay. Das funktioniert so noch nicht ganz... Ich finde, du solltest dich kalt machen lassen. Ach, meinetwegen. Da musst du den ganzen Scheiß nochmal durchmachen. Um dich am Ende doch wieder in den Tod zu stürzen. Ha. Lass uns Streichhölzer ziehen. Hast du Streichhölzer? Meine hat Toni einkassiert. Meine auch. Wow. Wir haben so viel gemeinsam, ey. Okay. Ich hab's. Ich denke an eine Zahl zwischen eins und zehn. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Ist sie größer, machst du alles nochmal. Okay. Bereit? Eins. Verdammt, die hatte ich auch. Ah. Solche Dummbatze. Neubestehen. Sorry, es ist doch nur eine Abdeckung. Das ist so wie die Kühlschranktür ist offen, direkt neu kaufen. Man kann ja auch die Tür zumachen, aber nee, man muss neu kaufen. Okay, Entschuldigung, Dani. Ich dachte, wenn sie so weggefasst ist, ist sie vielleicht auch einfach kaputt. Es tut mir leid. Dann hoffe ich einfach, dass du sie finden kannst und einfach wieder zumachen kannst. Aber geile Dummbatze. Ja, wirklich. Minasuki gewinnt mit minus eins, aber es musste doch eine Zahl zwischen null und zehn sein. Oder eins und zehn? Zwischen eins und zehn, glaub ich. Ein bisschen Klebeband drüber, dann passt das schon. Geht es dir gut? Super. Ich werde gleich kalt gemacht. Du hast wenigstens die Wahl. Tolle Wahl. Hast du etwa vergessen, wie unser Abenteuer ausgeht? Auch wieder wahr. 0,000000000000000000001, somit habe ich gewonnen. Aber wenn ich noch eine Null mehr dran hänge, dann habe ich ja wieder gewonnen. Okay, was können wir damit tun? Was können wir hiermit erledigen? Ein Versuch. Hey, Tuck. Verstehst du mich? Klar und deutlich. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Das ist bestimmt, was er denkt. Nicht doch, du beschämst mich. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Du musst Hilfe holen, du musst die Utopianer überwältigen. Wie kommst du durch die Tunnel von hinten an die Fesseln ran? Oh, das wäre das Sinnvollste. Hilfe holen wir natürlich auch cool. Einfach den Mob runterholen und sagen, hey Leute, die in eurer Stadt wirklich niedergebrannt haben, sind hier unten. So quasi, hey, ich habe Rufus gefunden. Oh, warte. Das geht vielleicht nicht gut für uns aus. Das hier muss diese Mann-Frau-Kommunikation sein, die so selten funktioniert. Ja, Kommunikation ist halt etwas Kompliziertes. Du weißt doch, das Geheimnis einer langlebigen Ehe ist die Kommunikation. Zu viel Kommunikation. Nein, warte. Da ging es nicht um das Geheimnis einer langlebigen Ehe, sondern es ging darum, warum sich alle anderen Paare streiten. Die Ursache eines jeden Problems in der Ehe ist die Kommunikation. Zu viel Kommunikation. Ich habe dir eine Anfrage in Epic geschickt, dass wir Freunde sind wegen Fallgeist. Dann kann ich beim nächsten Mal mitspielen. Cool, ich versuche demnächst noch dran zu denken, die anzunehmen. Ansonsten spätestens, wenn ich das nächste Mal Fallgeist spiele, werde ich eh reingucken. Hey, ich habe zwar Ringe, okay, aber wann ist unsere Augenhochzeit? Daniel, ich werde deine Augenringe nicht akzeptieren. Nein! Du musst Hilfe holen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Obwohl ich so eine Flasche bin. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tuck. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Und los! Abbruch! 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 Es ist so still hier. Ich wittere einen Hinterhalt. Oh, oh. Gut beobachtet. Dann müssen wir eben härtere Geschütze auffahren. Hä? Hä? Okay, okay, okay. So, jetzt darf ich auch mal wieder. Made my day. Deine Augenringe werde ich nicht akzeptieren. Freut mich. Der kam auch schön trocken rüber. Und Minaski und Deiske haben mir beide jemals einen Ring noch aus einem Kaugummi-Automaten angeboten. Ich weiß ja gar nicht, wie er auf diese Idee kommt, aber solange da kein Einhorn-Kopf drauf ist, wird der nicht akzeptiert. Ansonsten kann ich den ja gar nicht für mein Grammophon benutzen. Neunfach geschmiedeter Ring aus Drachen-Dinoseen mit dem Gesetzeimer gebunden, nie wieder verschmunden, wieder in den Kühlschrank, macht die Tür zu und kauft dann einen neuen. Macht die Tür nicht zu und kauft dann einen neuen. Ich akzeptiere nur den Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden, in die Horde zu treiben und ewig zu Dinos zu binden. So, kommst du an die Fässern ran? Wir nehmen mal das. Weil ansonsten wird das, glaube ich, hier noch lange dauern. Ist eine lange Geschichte, Daniel. hat mit dem Ring aus dem Kaugummi-Automaten zu tun, der hier in dem Ponia benutzt wird. Schauen wir uns später bei Instagram zum Thema der eigenen Ring. Ich werd nachgucken, ja. Toll, wo ich grad einen Einhorn-Ring aufgetrieben hatte. Komisch, Deiske, wo hast du den denn her? Ja. Okay, wir nehmen mal kurz die Tunnel. Kommst du durch die Tunnel von hinten an unsere Fesseln ran? Schwierig. Ach ja, klar, natürlich hat er den aus dem Kaugummi-Automat. Zum Glück weiß ich genau was zu tun nicht. Ich bringe das zu Ende. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht. Lasst mich einfach zurück. Ich mag noch die zu den Seitenheb immer mit, du weißt ja, wie das geht. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Und los! Abbruch, Abbruch! Ich fürchte, wir werden mit dieser Idee baden gehen. Tja, schade. Gut beobachtet. Dann müssen wir eben härtere Geschütze auffahren. Sir, Sir und ihre Sir-Rigkeit, Sir. Na gut, dann, mit der Elefantenwurm, die Utopianer überwältigen. Du musst die Utopianer überwältigen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Du schaffst das, Tuck. Lass meine Freunde bei den Strom umkehren. Warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Sir, Sir. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe... Okay. Ja. Du schaffst das, Tuck. Es war mir eine... Ja, ja, ist okay. Wir haben es jetzt ein-, zweimal gehört. Und los! Abbruch, ab! Ich habe keine freie Schusslinie. Okay, ich kümmere mich darum. Warte einfach auf das Signal. Immerhin haben wir schon mal den Plan. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. Bestimmt. So. Passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Ha! Jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Ähm, Mia, aber vorher den Stromumkehrer einsetzen. Mir! Nein, Mia! Nein, Mia! Ich habe es zuerst gesagt. Ich habe es zuerst gesagt. Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach, ähm, dich. Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinschuma-Clux aufgeladen ist. Na dann? Haha. Und jetzt? Ach, du kannst gucken. Können wir nicht nochmal? Ich kann. Aber du kannst offenbar nicht zuhören. Schon wieder. Ja. Was können wir noch machen? Ich finde, du solltest. Ach, da musst du um dich. Okay. Wir können auch nicht mit den beiden über den Plan reden. Hast du schon? Meine hat meine auch. Wow. Okay. Ich denke, wenn da ein Bock war noch. Okay, okay, okay. Verdammt. Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht? Jetzt! Glaub nicht, dass deine eingeschränkten Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tuck! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du, Holax, da ist ja noch einer. Jetzt was? Egal jetzt. Um den kümmern wir uns gleich. Es heißt, jetzt werfen! Jetzt! Und... Energie! Wirf schon, wirf! Zu spät! Haha. Oh no! Okay, wir müssen das Spiel leider von vorne spielen. Tja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ohne die Erinnerung an seine Abenteuer jenseits der Zeit, ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los und fiel. Bis plötzlich. Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Ach, da ist sie hin! Na los! Nimm meine Hand! Schnell! Moment! Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Ja okay! Nehmen wir ihre Hand, oder? Lassen wir uns doch mal von ihr retten! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen gewesen sein! Das konnte ich nicht zulassen! Ach, aber Haare abschneiden, das geht! Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen! Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist! Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren! Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht! Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen! Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen! Also, zum letzten Mal! Lass ihn los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer! Aber ich glaube, sie blöffen nur! Ihr blöfft nur! Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze! Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht! Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher! Also los jetzt! Hoch mit dir! Hochziehen! 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 Aha! Na wer sagt's denn? Ich habe es geschafft! Dieses Mal habe ich dich gerettet! Sieht so aus, als wären wir Quint, was? Tja, mh, sieht so aus! Leider hat die Sache einen Haken! Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblöfft! Hä? Belastend! Was zum... Hey! Wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben! Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein! Nicht doch! Goal! Goal! Sad! So kam die letzte Welt zustande! C-Bord Akkus auf Tiefstand! Gefahr! 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 Lebensmittel aufbrauchen! Oder Akkus Neuladen. Puh. Was... was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Sie wollten uns kalt machen. Das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung. Warnung. In 512 Meilen Entfernung. Oder ein Plasma-Sprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktionen verbreiten sich mit 5-facher Schallgeschwindigkeit über dem Planeten. Dann hätten sie uns schon erreicht. Die Kontrolle der Integrität der Schraubkruste wird in einer Minute versagen. Warnung. Warnung. Ihr Gefrieregut ist in Gefahr. Moment mal. In einer Minute geht die Welt unter? Und ich Trottel habe vergessen, die Post abzubestellen. Belastend. Aber haben wir doch die Welt gerade gesprengt, weil wir nicht mit Gold zusammen sein konnten. Aaaaaah. Und wie ganz so Weltvoll-of-you-Looks ist. Also, jetzt... Jetzt macht endlich alles einen Sinn. Jetzt haben wir es endlich geschafft, für eine ganz kurze Zeit das Mädchen und die Planetenrettung zu kriegen. Ungefähr eine Minute. Also, eigentlich haben wir nichts gekriegt. Sie taut langsam auf. Jetzt können wir doch nochmal zusammen die Welt retten. Müssen wir den Timbensko aber auch mitnehmen. Wieso? Hast du einen Plan? Hetz mich nicht. Noch ist die Minute nicht um. Okay. Nur noch kurz die Welt retten, Leute. Vielleicht noch ein paar E-Mails vorher checken, aber dann geht's los. Chillboard, was sagst du denn dazu? Sich in einem Kühlschrank vor einer thermonuklearen Explosion verstecken? Das ist selbst für meine Verhältnisse minderhirnig. Okay, okay. Es tut mir leid. Tut halt nicht. 512 Meilen können wir vermutlich auch nicht eben so zurücklegen. Da ist das Time-Port. Können wir die Zeit zurückdrehen. Ha! Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal. Moich, moich, moich. Sorry, ihr habt noch 480 Minuten, bis die Explosion euch erreicht. Das sind 8 Stunden. Okay. Ich dachte, fünffache Schleigeschwindigkeit wäre ein bisschen schneller. Aber dankeschön fürs Nachzeichnen. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe die Pumia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Ich bin ganz, ganz kurz verwirrt, denn das ist wirklich original. Die erste Szene aus dem vierten Teil. Wir sind jetzt also wirklich am Anfang des Spiels. Die Frage ist jetzt also, wenn ich jetzt den Ballon verlasse, haben wir jetzt wirklich das Spiel neu gestartet? Oder passiert jetzt noch was? Ich würde es sogar witziger finden, wenn das Spiel jetzt von vorne gestartet wäre. Deswegen speichern wir an der Stelle mal ganz kurz. Ja, unser Schnucki-Hasi Toni. Die nicht Goal heißt. So ein Endlos-Loop. Genau, so ein Endlos-Loop wäre schon echt cool. Der uns einfach selber dazu zwingt, irgendwann zu sagen, okay, an dieser Stelle beenden wir das Spiel. Und sagen, hier passiert nichts mehr. Aber ich will erst rausfinden, ob das wirklich so ist. Heute weiß Türkis, ne Haare. Hallo, Chicano Taurus. Ja, vorhin hat jemand den Catgirl-Modus aktiviert. Und im Catgirl-Modus sind meine Haare so silber-weiß. Und unten dann Türkis. Hui. Sind sehr, sehr schön gekommen. Okay, wir nehmen mal den Schraubschlüssel mit. Den habe ich bisher noch nie gebraucht, aber jedes Mal mitgenommen. Hufus selbst sagt das Paradoxum. So ein Endlos-Loop wäre ja nichts für mich, weil ich irgendwann den Abspann sehen will. Das stimmt, aber ich möchte immer wieder dazu betonen, dieses Spiel ist nur deswegen rausgekommen, weil die Spielereihe Deponia nach drei Teilen beendet war. Und die Zuschauer und Spieler haben sich so dermaßen über das Spiel beschwert und wollten unbedingt einen vierten Teil mit einem Happy End, dass dann als Antwort auf diese Negativrezension dieser vierte Teil gebaut wurde. Dieser Teil ist dazu da, uns zu nerven. Und zu sagen, ist okay, wir verstehen es. Es gibt nur das eine Ende und wir können es nicht ändern. Schall ist mega langsam, circa 340 Meter pro Sekunde ist Schall nur schnell. Okay, Entschuldigung, Fleckig. Ich dachte tatsächlich, dass das ein bisschen... Ich weiß nicht, mir wurde immer so gesagt, wenn jemand die Schallgrenze oder die Schallmauer durchbricht, dann ist das so ultra krass schnell. Ich kann mir einen Endlos-Loop vorstellen, einfach nur um die Leute zu verarschen. Genau, das soll das halt sein. Und bitte denkt nicht, dass alles, was mit Deponia zu tun hat, ausschließlich von Gronkh kommt. Poki hat da schon seinen eigenen Kopf. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Die Frage ist... Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann Elysium. Ich komme. Tony wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Die einzige Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie weit muss ich jetzt spielen, bis mir gesagt wird, ob wieder was passiert oder nicht. Aber eigentlich sollte Mac Chronicle jetzt ja nicht wiederkommen. Also sollten wir ja eigentlich was verändert haben. Knickerfugie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach, egal. Ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Du wolltest damit die Gläser einpacken. Würde mich sehr verarschen, wenn es ein Loop ist. Aber das Spiel soll einen ja verarschen. Es soll ja die ganzen Trolls, die gesagt haben, hier, mach gefälligst einen vierten Teil, so funktioniert das nicht. Ähm, soll es ja verarschen und sagen, nö, ich schreibe hier das Ende, so wie ich das will. Und wenn euch das nicht passt, habt ihr Pech gehabt und nicht ich. So, Einmalhaltung annehmen, jawohl. Die Ponia 4 ist der Beweis, dass die Community eines Spiels das Spiel schlechter machen kann und es nicht immer im Studio liegt. Ja, aber ich finde, in sich ist das Spiel dadurch schon wieder genial, weil es einen verarscht. Easy going. Das Ende ist, dass es kein Ende gibt, weil alles in einem Loop endet, der von vorne beginnt. Genau das will ich gerade herausfinden. Aber wir haben ja McChronicle, der sich auch nach einem Zeitsprung an alles erinnert, dazu gebracht, dass er nicht mehr länger mit Zeitreisen experimentieren will und deswegen vielleicht niemals erst hier ankommt und deswegen hier nicht die Gläser kaputt fährt und damit überhaupt erst alles auslöst. Und Wasser Marsch kommt auch sofort. Ich hätte gerne noch ein Deponia 1.1, wo man Goal spielt. Ich weiß nicht, in Teil 1 ist sie 90% der Zeit bewusstlos. Ich glaube nicht, dass das so lustig wäre. Und in Teil 2 eigentlich auch. Und in Teil 3 ist sie eigentlich auch nicht besonders zurechnungsfähig, so als Baby. Zeitgeschwindigkeit ist in Bezug auf Menschenverhältnisse trotzdem noch mega schnell. Es sind 1235,5 Kilometer die Stunde. Gut. Ja, das ist immer noch fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Wenn Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Lass mal einfach umschubsen. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Na, dann holen wir doch mal die Knickerfolie. So, guten Tag, Knickerfolie. Und dann packen wir die Gläser mal ein. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Aber das heißt doch... Aber das heißt doch, lassen Sie mich durch. Ich bin Imker. Hey, stopp. Sie können hier nicht parken. Sie... Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Danke, Gaul. Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben hab ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Ski-Blucks? Sinsumaclucks. Da ist Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ich hab dich, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Kronokar erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von Neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits vieltausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Time Park klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied, dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey, hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird, und sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solche Ideen? Da war ein T-Rex. Der, der dir gleich den Obuch aufreißt. Du hast unser Umuchs ein für allemal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemals die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja, immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Hm. 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 Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Dino, aber davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Du bist eine Katze, kein Dino. Dino, Dino. Dino, Dino, Dino. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ähm, aha. Und wir sind wieder hier. In unserem Revier. War nie wirklich weg. War nur geschwind in der Zeitschleife gefangen. Okay, wir nehmen mal wieder den Helm. So wie immer. Oder? Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Ihr kennt ja nur die halbe Geschichte. Heißt das, wir machen jetzt... Wir sind jetzt bei der Hälfte der Story? Ich gebe langsam auf. Ja, wirklich. Wie lange will er denn noch, du? Also, für denjenigen mit Fragezeichen über den Kopf, ich versuche es kurz. Der Rufus hier, dieser hier, das ist ein Rufus, der es nach Elysium geschafft hat. Und zwar haben wir uns hier eingeschlichen, direkt zu dem Zeitpunkt, als Goal ihre Abfahrt nach Deponia macht. Völlig unahnt, dass Deponia bewohnt ist, denn sie möchte unbedingt bei ihrem verlobten Cletus sein, der nicht wir sind. Und wir haben ihre Ankunft gerade so verpasst und saßen hier seit ihr auch in der Zeitschleife fest. Und ja, hier steigen wir jetzt wohl wieder ein. Deponia 4, das Zeitparadox im Spiel, die Serie, der Film. Das Spiel. Was machst du denn jetzt hier? Irgendwas ist anders. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erst mal fangen. Hey, stopp! Okay. Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha. Na, das werden wir ja sehen. Sie könnten uns ja auch einfach so verfolgen ohne das Kostüm. Wie sieht denn Zari heute aus? Hallo, ich bin Daki. Schön, dass du da bist. Und ja, Steinskate ist super. Ich habe am besten Steinskate. Mit Kanotaurus, du hast völlig recht, haben wir vorhin auch schon mal drüber geredet. Steinskate ist definitiv ein super Anime, beziehungsweise eine super Visual Novel. Und Daki, bei mir hat heute jemand den Catgirl-Modus aktiviert. Deswegen habe ich heute Katzenöhrchen und silber- und türkisfarbene Haare. Und jetzt trinke ich noch ein Schluckchen und dann versuchen wir dem rosa Zeitelefant zu entkommen. Der versucht uns aus der Zeitlinie zu löschen. Und das wichtigste Accessoire, um das es eigentlich ging, der Katzenknubi. Ist das dann Catfishing? Ne, wenn, wenn, dann angeln wir hier Hummeln. Huch! Ich habe schon wieder die Disco-Lichter an, Leute. Irgendwer hat schon wieder auf den Disco-Button gedrückt. Und jetzt leuchten meine Lampen die ganze Zeit in verschiedenen Farben. Weißt du, Knubi? Ja, guck mal, Knubi ist der kleine Slimey hier auf meinem Kopf. Mit den süßen Katzenöhrchen. Disco-Pogo. Jetzt bist du dran. Nein. Und weiter. Ziegenmilch. Ziegenmilchflaschen. Stopp. Stopp. Okay, wir gehen jetzt hier einfach mal wieder rein. Oh, dann würde ich sagen, wir klauen ihr Time-Port. Aha. Oh. Oh, pack. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Na, dann nehmen wir das. Lass sie weg hier. Ei, ei. Das ist denn jetzt schon wieder kaputt. Eine Art Wegfahrsperre? Äh. Oh, nee, das wollte ich nicht. Miau. Was glitzert denn da? Aber dankeschön, Darkie, für die Glitzerkrab. Dankeschön. Lüppi-di-düppi. Äh. Okay. Wir können die Wegfahrsperre nicht umgehen. Was ist das? Mäh. Nichts wie weg hier. Was ist eine Art Weg? Okay. Das geht nicht. Musikmodus. Wunderschön. Wir verstellen denen einfach den ganzen Sound. Und die Temperatur, die Klima schalten wir auch mal auf. Eiskalt. So. Hey. Das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Dann klicken wir da doch mal drauf. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey. Stopp. Wo willst du hin? Sag ich nicht. Hui. Oh. Das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Baby Goey. Dicker Vater. Das hier ist Goals Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten. Junges Fräulein. Du weißt doch. Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Sehe ich auch so. In meiner Vision musste ich auch eine Baby Goal sitten. Aber die hat sich letztlich als Kuckucksei erwiesen. Diesmal wird mir das nicht passieren. Außerdem hat es hier einen Eimer. Ich habe eine gute Zeit, Pink Elephant. Ach du, ach du, ach du, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus einen leckeren Lolli? Ja, schon gut. Was für einen riesen Kopf sie hat. Okay, mit was können wir hier noch interagieren? Robo Bear lernt Cello. Ulysses Lunchbox. Fernseher. Loses Pendeln. Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Okay. Hey, die Teo Buddies. Nein, bitte nicht. Das wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen. Aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Goal scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Das arme Mädchen. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontrollrat so zum Mittag zu sich nimmt. Na spannend. Ein Apfel und eine Nachricht. Ich habe dir zur Abwechslung mal was Gesundes eingepackt. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Bist du dem recht. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Zu wenig Zucker. Ein Apfel hat doch auch Zucker. Oh, oh. Überraschung. Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xanfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Oh, oh. Leute, ich habe das Handy nicht wieder ausgemacht. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City. Die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Bei einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nichts, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausendmal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Okay, das heißt, wir sind jetzt wieder in einem Loop. Ha, ich bin aber auch direkt ins Bettchen. Gute Nacht, Jackie. Schlaf dir, du träumersüßes. Okay? Ähm, aha. So, kein Wunder, dass Goal so leichtgläubig wurde. Die hat einfach zu viel Tele-Bunnys geguckt. Ja, das wird's sein. Ähm, Brille? Goal hat mir nie erzählt, dass sie Brillenträgerin ist. Sie hätte als Kind nicht so viel vorm Fernseher rumsitzen dürfen. Oh nein, wir haben wirklich den Fernseher nie ausgemacht. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier. Aber ich... Okay, Moment. Das kennen wir ja schon. Das heißt, wir drehen jetzt wieder eine Runde und fahren wieder mit dem Zeitportal. Oh, danke schön, dass ihr das abkürzt. Milch geholt? Check. Mehr war nicht abzugreifen. Wenn wir in Goals Kindheit die Milch hier runterpacken, ist die dann das nächste Mal hier? Weil wenn wir die jetzt runterpacken, wird er ja nicht sein. Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Ele... Die müssen wir doch in der Vergangenheit... ...da hinlegen. Wir müssen also erst die Wegfahrsperre aktivieren. Eine Art Wegfahrsperre? Die ist nicht unsere Königin der Lustigkeit. Ich muss doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Oh, yes. Okay. Hallo, Goal. Wir legen hier mal ganz kurz Milch hin. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check. So, können wir dir noch irgendwie Monsterfüßchen geben? Ich habe leider nicht die Zeit, ihr die Finessen des angewandten Rufismus beizubringen. Aber sie wird ja auch so zu einem ganz passablen Weibsmensch heranwachsen. Dann Prillchen. Ich habe leider nicht die... Aber sie... Okay. Äh. Ich habe leider... Aber sie... Okay. Robo kann mir hier... Es sei denn, ich finde... Robo-Bear-Maniput. Auch wenn das später garantiert ein großes Hallo gäbe. Irgendwie bezweifle ich, dass das einen großen Unterschied macht. Dann nicht. Dann gucken wir uns mal draußen um. Scheiße. Verschlossen. Ich sitze in der Falle. Dann gucken wir uns nicht draußen um. Robo lernt Klavier. Robo kann mir hierbei nicht helfen. Das Robo... Moment. Wir nehmen das Cello weg, weil sie soll ja Klavier spielen lernen, oder? Ja, schon gut, schon gut. Du magst dein Buch. Ich habe es ja verstanden. Ich habe leider nicht die... Aber sie wird... Okay. Dafür brauche ich nur... Und? Meine angeborene Resistenz gegenüber Enttäuschungen. Dann war's das wohl. Miau! Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen! Was für ein erstaunlicher Name mongolischer Zangenbarsch. Hallöchen! Hallöchen, du wirst du wirklich... Hallöchen, du wirst du wirklich... Hallöchen, du wirst du wirklich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht... Und jetzt bin ich dran zu... Willkommen im unendlichen Zeitloop. Wieder falsch, du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir... Schrei. Ja, nein! Ja, nein! Hm. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ähm, aha! gut lassen wir ihn mal weiter duschen ich glaube ich habe ein deja vu irgend okay wir machen dasselbe wie immer wir gehen wieder drehen eine runde kommen wieder hier rein lost in elysium eher lost in time gerade lost in time loop so und jetzt aber jetzt können wir uns doch hier den den käse holen eine flasche voller käse also das hat hier so seltsam gerochen so und mit dem käse können wir uns doch jetzt bestimmt hier irgendwo so ein zeitportal zusammenbauen ich bin mit der zange ich hatte ein am nächsten mir leider ein bisschen zeit druck deswegen lasse ich rufus nicht ganz so gut ausreden eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen aber mir gehen auch langsam die ideen aus solange ich vorsichtig bin wer hat an der uhr gedreht so viele uhrenzeiger warum habe ich nur das gefühl dass sie mich anlachen egal bauchgefühl ist bauchgefühl ohne werkzeug kann ich probieren wir das noch mal schnell was wenn ich mit dem käse beschmieren warum muss ich an das wort tachionen denken das ist doch nur kauderwelsch wie rokokokokotten oder fußpflege so und jetzt bauen wir damit mit den scherben noch eine 4d brille die brille von gold ah wir brauchen die brille um eine 4d brille zu bauen die ist jetzt nicht hier weil wir den fernseher nicht angelassen haben oh gott was für ein rätsel ach du meine güte okay das heißt wir müssen alles noch mal machen hab ich dich endlich was für ein kompliziertes rätsel aber dankeschön fürs beantworten ja wir spielen den vierten teil deswegen ist schon relativ viel relativ viel verrücktes hier dabei sagen wir nur sophie wir sitzen gerade in einer zeitschleife fest die sich immer und immer wieder wiederholt bis wir das rätsel richtig lösen milch geholt mehr wann gut wir brauchen zunächst einmal müssen wir in die vergangenheit denn wir müssen goalie eine brille beschaffen so einmal drauf drücken ja wegfahrsperren und einmal hubsen ich wusste doch dass ich es ohne die gebrauchsanleitung schaffen ja genau die milch muss auch wieder in die nische wir sind hier leider unter zeitdruck deswegen müssen wir hier alles ein bisschen schneller machen da die milch rein verstecken verderblich den fernseher anschalten und nicht mehr ausmachen und jetzt können wir den lolli glaube ich klauen fast richtig und den lolli noch mit der box austauschen er wird es mir dank so dann klauen wir noch das cello buch ich weiß noch nicht genau wieso wo bin ich ja da bin ich ja hinter dir kinder sind schon doof so ich hoffe damit haben wir alles erledigt und den ersten haben angefangen kam dann irgendwie nicht weiter das verstehe ich dachtest du wirklich du könntest dich hier vor uns falsch ok jetzt werden wir wieder weg gelasert und der loop fängt wieder von vorne an in der hoffnung dass wir diesmal an alles gedacht haben so brille mitnehmen haftcreme dann jo wir machen mit euch wieder drehen mit euch wieder eine runde meine güte wie häufig wir das jetzt auch schon machen mussten mit der mit der milch und mit der 4d brille und allem meine güte gut also wir brauchen den käse aus dem losen fennl so wir brauchen die kohlenzange keine zeit heute für blöde kommentare rufus einfach machen vertrau mir sehr gut war sie kaputt machen eigentlich wollte aber mit knauze wir haben keine zeit rufus scherben mitnehmen scherben plus brille scherben plus haftcreme schnauze tu was ich dir sage rufus wir haben keine zeit rufus ich weiß nicht was aber es so dann den zeiger mit der milch warum muss das ist doch wie oder f und jetzt 4d brille aufsetzen wie sie sehen ok 4d brille aufsetzen aufrufus hey ich ecke ein port woher auch immer ein portal dass wir jetzt antiksen aber erst sollte meine ausrüstung komplett sein die ist komplett verflucht was brauchen wir noch da ist noch ein bogen ach so vom cello spielen ein bogen ich verstehe ich verstehe urenzeiger ganz hinten so und so komm schon komm schon komm schon wir haben nicht mehr viel zeit rufus und weniger labern mehr machen wer sagt denn und hopp oh gott war das knapp ja wird einmal geknuddelt folgen die wir jetzt einfach überall gehen ja ist nur recht fleisch und ich freue mich sehr darüber hänge die utopianer an schieße alle portale auf und weiche ihnen aus oh gott moment das machen wir noch mal krass die steuerung ist nicht nicht ganz so simpel ja ok aufschießen aufschießen einmal in die mitte können wir jetzt auch schon aufschießen und jetzt sind sie vorbei ok das war's schon call of roofus modern foretelling er kann diesen sturz unmöglich überlebt haben er ist garantiert am boden zerschellt apropos boden wo ist die zukunft hin es sollte hier keinen boden geben was haben wir nur übersehen wir müssen noch einmal zurück aber lass uns vorher noch mal um diese ecke da gucken na gut sicher ist sicher da ist noch ein timepoint sieh mal einer an das ist doch unser ubums da versucht sich noch jemand in den lauf der dinge einzumischen der macht uns das aber sehr einfach komm ich habe eine idee ok wir müssen irgendwas drücken miau und willkommen im gefolge der dino queen ok pizza mail noch so ein ungewöhnlicher name heute hallöchen und willkommen einen wunderschönen guten morgen oder guten abend je nachdem so warte wir versuchen mal freizukommen clickety click oh yeah ja diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen das war ja auch überfällig schmerzen ich glaube ich will aber vorher noch ins timeport rein krabbeln los rufus krabbeln kraft schaffte ich es auf die rückbank und versteckte mich unter einer decke im staufach dann verlor ich das bewusstsein und nun bist du auch hier gestrandet bravo kommt jetzt der teil wo das für uns von nutzen ist ich glaube ich verstehe es ihr wart doch bereits in kuwak als wir mc chronicle in die wüste geschickt haben dann wart ihr doch genauso da als wir es eben nicht getan haben je nachdem von welchem der beiden durchgänge wir gerade sprechen rufus sitzt in beiden versionen auf der rückbank sowohl hier hallo als auch in dem anderen zeitstrang wo mc chronicle ungehindert in kuwak eintreffen konnte du meinst er kaute also auch auf der rückbank als rufus und mc chronicle das timeport stahl und jetzt volle kraft voraus ups das war dann wohl die pannenshow äh der rückwärtsgang so wie bei eurem abstecher in die ruinen des zukünftigen elysium genau da ist ein feuerlöscher in dem staufach hinter dir könntest du bitte natürlich äh ich glaube du hast egal schon okay feuerlöscher ist feuerlöscher ne er war da als ihr future goal nach elysium brachtet ach das war ein piercing themenwechsel okay das sein muss was stellen wir als nächstes an und verschwand mit ihr in die zwischenzeit krass aber das hieße ja hat hier jemand ein taxi bestellt goal brauchst du eine extra einladung na los nimm meine hand schnell nein warte noch hu tja guck guck überraschung rufus aber wie kommst du denn dahin das ist eine lange geschichte für die wir jetzt nicht so richtig zeit haben oder stimmt genau ich will euch davon abhalten ein ähm oh guck mal berri hallo rufus berri schön ich will euch davon abhalten einen großen fehler zu begehen was auch immer ihr vorhabt es wird nicht gut ausgehen ach denkst du das dann pass mal auf rufus die hand jetzt nein stopp los worauf wartest du hab dich goal ich fasse es einfach nicht wie kann es sein dass du hier bist und wer ist der da also ich bin hier um dich zu retten was er hier treibt weiß der teufel dann lasst es mich erklären ich bin gekommen um euch zu warnen wovor dass du zugenommen hast da hätte auch nur postkarte gereicht ich will euch davon abhalten das ende zu ruinieren halt doch die schnauze haltet beide die schnauze und helft mir endlich dabei euch hier hoch zu bekommen halt aufhören lasst den mann los die männer viel mehr alles muss so bleiben wie es schon einmal geschehen ist wer zum kuckuck seid ihr denn das hat dich nicht zu interessieren wichtig ist nur dass du begreifst was hier auf dem spiel steht wenn du sie fallen lässt werden wir dich in deine zeit zurückbringen wenn du dich aber weigerst bin ich gezwungen das seil zu kappen also zum letzten mal lass sie los wer oder was zur hölle ist das keinen schimmer aber ich glaube sie blöffen nur nein das tun sie nicht gold du kennst mich ich bin der rufus der dich aus deiner zukunft gerettet hat aber diese zukunft existiert nicht mehr das ist ja der sinn der aktion nein du verstehst nicht irgendwie sind wir in eine zeitschleife geraten wir müssen den kreis durchbrechen zukunft ich höre immer zukunft mal angenommen du hast recht hast du einen plan wie wir aus diesem schlamassel wieder rauskommen tja äh haben wir einen plan oder haben wir keinen plan ich meine das sinnvollste wäre gold geht in ihre zeit zurück die beiden rufi sterben und fertig ist das oder nicht wobei er den den sturz ja das erste mal auch überlebt also wobei das war ja nur weil wir zusammen mit dem time pod gefallen sind rufus hat immer einen plan okay natürlich haben wir einen plan rufus hat immer einen natürlich habe ich einen plan dann raus damit ja wir bauen uns spontanen raketenschlitten wir versuchen einen vorbeifliegenden satelliten abzufangen wir bleiben hier hängen und hoffen dass ein wunder passiert ich habe nur eines was du tun kannst du das loslassen jetzt sind wir wieder beim ende von teil 3 angelangt okay wir machen erst alles andere wir bauen uns einen raketenschlitten aus pappmaschee und schöntölzern hey das könnte funktionieren planlos geht der planlos ich habe eine ganze menge pappmaschee in klites hose hat irgendjemand streichhölzer leider nicht und ich habe auch gerade keine hand frei wir waren so nah dran kommen wir also zu plan b wir knoten unsere klamotten zusammen um einen vorbeifliegenden satelliten einzufangen hey das könnte funktionieren aber bevor wir das tun möchte ich dass ihr wisst dass dieser anzug nur geliehen ist insbesondere die unterhose war schon vorher so seid ihr noch bei trost das hier ist bitterer ernst und keine partie strip halma also wenn es um das piercing geht piercing was läuft denn da zwischen euch ach nicht so wichtig das führt uns zu plan c okay plan c wir hängen einfach hier ab und hoffen dass irgendwas passiert wir bleiben einfach hier hängen und hoffen dass ein wunder passiert dann sollte es lieber schnell passieren ich werde euch nicht mehr lange halten können und wir hier oben verlieren auch langsam die geduld lass die beiden los oder mach dich auf dein ende gefasst einen moment noch komm schon wunder lecker wunder töten wunni 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 ja sieht schlecht aus das dazu dann bleibt uns wohl keine andere wahl tja leute und damit sind wir wieder am selben ende wie vorher goal muss uns loslassen ein weiteres mal es gibt keine möglichkeit wir haben so unendlich viele tausende szenarien durchgespielt leute es gibt kein szenario in dem goal und wir zusammen kommen und die erde gerettet äh deponia gerettet wird es geht nicht wir wir haben unendlich viele tausende durchläufe durchgestanden mit dem selben ergebnis es geht nicht und deswegen muss goal jetzt ganz tapfer sein und uns nachdem sie all das auf sich genommen hat um uns zu retten uns doch wieder loslassen es sieht so aus als gäbe es nur eines was du tun kannst du musst loslassen okay das kommt mir ein wenig extrem vor aber solange es teil eines weiteren brillanten rufus manövers ist soll es mir recht sein also was hast du geplant pack dein hoverboard unter der nächsten wolke hast du eine pfeife mit der du das adlerfolg rufen kannst oder nein du hast uns alle durch hologramme ausgetauscht richtig komm schon rück raus ich lasse los und dann wie zum kuckuck willst du denn euren fall abbremsen ich trage einen raketenrucksack unter dem mantel ich kenne ein geheimes portal in die zukunft ein stück weiter unten ich habe ein paar schnab ein paar flugschnabeltiere abgerichtet den finde ich fantastisch aber ich fürchte auch hier wird es auf gar nicht hinauslaufen aber wir wir greifen natürlich nach jedem strohhalm ich trage einen raketenrucksack unter dem mantel so kenne ich meinen rufus immer ein ass im ärmel wenn auch selten im eigenen dann jetzt aber wirklich auf drei du verstehst es nicht oder es gibt diesmal kein fangnetz keinen doppelten boden kein weiteres manöver du lässt los wir fallen das ist der plan du hast recht ich verstehe es nicht wie zum kuckuck willst du denn euren fall abbremsen okay wir machen hier noch zweimal hoffnung und dann zerstören wir sie komplett ich kenne ein geheimes portal in die zukunft ein stück weiter unten na also ich wusste doch dass dir etwas einfallen würde dann jetzt aber wirklich auf drei du verstehst es nicht oder es gibt diesmal keinen doppelten du hast recht wie zum ich habe ein paar flugschnabeltiere abgerichtet wer sagt's denn wäre ja auch schön blöd von dir gewesen hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen dann jetzt aber wirklich auf drei du verstehst es nicht es gibt keinen doppelten du hast recht wie zum Hufus da sind wieder diese seltenen Momente am Ende jedes Spiels bei denen Hufus auf einmal dann doch wieder sich heldenhaft verhält anstelle von egozentrisch zu sein Hufus wir werden dich alle sehr vermissen gar nicht wir werden es nicht überleben was was soll denn das für ein Plan sein versteh doch es geht hier nicht darum ihn oder mich zu retten was wieso seit wann das denn nicht wir sind bereits Geschichte aber für dich Goal gibt es noch eine Zukunft es tut mir leid wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe uns beiden mach drei draus ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen ich wollte ein besseres Ende finden dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht was wir erreicht haben Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife Happy End? Fehlanzeige und das Ende das ihr hier erzeugt ist sogar das Schlimmste von allen ich wollte es euch nicht sagen aber wenn ihr das hier durchzieht wird Goal sterben nein oh doch und schlimmer noch ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen nein du lügst warum lügst du? also gibt es keine Hoffnung für uns? was geschehen ist ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn es gibt immer Hoffnung und man kann allerhand Dinge tun die unmöglich sind das sollte man sogar tonnenweise und mehrmals am Tag man kann den Organon besiegen nach Elysium reisen einen praktischen Nutzen für Hutmode finden und Sterne vom Himmel holen selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern aber wenn ihr all die coolen unmöglichen Sachen die ihr erreicht habt rückgängig macht dann müsst ihr sie alle nochmal machen nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich versteht ihr? wollt ihr wirklich verändern was ihr zusammen erlebt habt? die Welt immer wieder zerstören? nur um sie noch einmal retten zu können? ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft wofür kämpft ihr wenn es einfach niemals aufhört? aber das hier ist euer Moment die Entscheidung liegt bei euch ich habe alles gesagt was ich dazu sagen kann und mir geht die Kraft aus ja das Ruf aus einem Film ist vorgegangen ja nicht wahr? was weiß der schon? es gibt immer einen Weg richtig? komm schon sag es wir schaffen das irgendwie wie ich glaube er hat recht Goal wäre doch blöd wenn alles was wir durchgemacht haben nie passiert wäre habt ihr es bald da unten und überhaupt die Vergangenheit ändern das ist doch Kinderfuf nix ja wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt dich geklont hallo dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt Hä? wann war das denn? ach da hast du geschlafen wichtig ist doch nur dass wir eine prima Zeit zusammen hatten ja die hatten wir nur das unmöglichste von allem das habe ich allein getan dich loslassen vielleicht ist das die eine Sache die wir korrigieren sollten lass es uns zusammentun aber ich kann das nicht ja unsere Geduld ist am Ende wir zählen jetzt bis zugs Ongo Bongo Schnicks Doppelschnicks Ich hatte nie die Chance mich zu verabschieden machs gut Rufus Klobich 2 Es war lässig Ubel Super lässig Rauffang Naso Zugs Ach schön Obwohl Halt mal Ich hab's schon mal gesagt Wir haben das Ende nicht erfunden Es war die ganze Zeit da Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten Natürlich war ich immer noch traurig Aber da war auch etwas Neues Und Altes Hoffnung Ich dachte viel über den anderen Rufus nach Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen Sad Oh, da haben wir unsere Credits Mit Brillen-Goal Und wir können scheinbar die Geschwindigkeit beeinflussen Meine Güte, was für ein gewaltiges Spiel Eine Schweigeminute für Rufus Ihr wisst, ich kann nicht einfach eine Minute schweigen Jetzt Deponia 5 Es gibt keine Deponia 5 Und es wird es nie geben Und... Leute Es war schon ein wirkliches Widerritt Er lohnt sich definitiv Also auch für jeden von euch Es gibt mittlerweile komplette Compilations In denen ihr das komplette Deponia-Erlebnis Als ein Spiel oder als ein Bundle bekommt Die sind regelmäßig im Angebot und kosten dann nur irgendwie 2 Euro oder so Schlagt da auf jeden Fall zu Nicht nur die Entwickler haben es voll verdient Ähm... Auch... Das Spiel selber hat es einfach verdient Gekauft und... Du hast recht Liebes Riese Wie bekommst du gar ein Musik? Wenn ich tief Wenn ich weiß Wenn ich bin Wohnt von Haien Und Ahlen Und Kraken Die tief unten am Kaum Erkunden Nütten Meeresgrund lauern Doch Bimpi... Und willkommen im Gefolge der Dino-Queen Bimpi... Der Clown Hey, Salüchen Wunderschön, Wunderschön Herzlich Willkommen in unserem Wunderschönen Dino-Gefolge Bimpi... Oh Bimpi... Oh Bimpi... Oh Bimpi... Der Clown Durchschöft jedes Triff Wo Aber tausen Und Schrecken hauen Unter Wellen schauen Bimpi... Oh Bimpi... Oh Bimpi... Oh Bimpi... Oh Bimpi... Der Clown Kannst du auf dich behaupten, Baby So, normalerweise schläfst du um die Uhrzeit, aber kann gerade nicht Äh, fühle ich sehr... Wir sind ja auch noch alle hier wach Mach's dir bequem, wobei ich weiß nicht wie lange wir jetzt noch spielen, weil ähm So wirklich was anfangen lohnt sich nicht Wir haben Neponia jetzt auch gerade beendet Also es ist ein bisschen ungünstiges Timing Aber ich suche uns gleich auf jeden Fall wen zum Raiden raus Das heißt, wenn du möchtest Leite ich dich gleich noch an jemanden weiter Der dann für ein bisschen Ähm... Für ein bisschen Unterhaltung sorgen kann Du bist krank, oje, dann auf jeden Fall gute Besserung Tipp auf das Bundle und nicht das Game, wo alle Teile drin sind Warten In dem Bundle sind nur eins bis drei drin und nicht Teil vier Oh, dankeschön Flecken, das wusste ich gar nicht Dann warten wir auf jeden Fall darauf, dass das Bundle mal im Angebot ist Warte, wir loben nochmal unsere gute Fee Ich genieße grad einfach die Bilder noch so ein bisschen Lottie, unsere Süße, unsere Lieblichste Und Toni, unsere Schönste Also die Frauen in Neponia sind schon alle was Besonderes Egal ob Lottie auf der rechten Seite hier bei mir Oder Toni auf der linken Seite in der Latzhose Oder... Äh... June, unsere süße Abwasser-Kanal-Tänzerin Ähm... Alle hervorragend Und hier bekommen wir auch nochmal ein Bild Der Daedalic-Entwickler Und ihr seht, das sind wirklich nicht viele Leute Und... Vielleicht noch als kleines i-Tüpfelchen obendrauf Das ist ein deutsches Entwicklerstudio Das heißt, man finanziert auch noch etwas Aus unserem eigenen... Oh, warte, im... Korrektur Im Bundle sind Teil 1 bis 4 Und das... Die Complete Edition hat 1 bis 3 Nur... Ja, ich hab mir damals alle 3 Teile ein... Nee, ich hab sie mir nicht einzeln gekauft Ich hab das Armageddon-Bundle von Deponia... Äh, Quatsch, von Daedalic damals gekauft Das waren, glaub ich, 15 Spiele für 3 Euro oder so Ich hab keine Augen gezogen, kann nicht schlafen So näher, das tut mir so leid Und die Fee wird bald auch spielen Ich freu mich schon drauf Ja, Leute, also, machen wir noch ein bisschen Werbung Für allejenigen, die es nicht wissen Ähm, Moment, bevor wir dazu kommen Wollte ich noch ganz kurz Diceke hat vorhin gesagt, wie wärs, wenn wir den, äh, den neuen Text-to-Speech-Bot, der bisher noch keinen Namen hat In Gedenken an Rufus edle Tat Einfach auf Rufus benutzen In Gedenken an Rufus lautet mein Name ab dem heutigen Stream Rufus Perfektes Timing, Diceke Also, besser hätte ich's ja nicht machen können Das ist ja, als ob du es vorgeschrieben hast und darauf gewartet hast, dass ich das genau jetzt anspreche Wie episch! Ja, irgendwie fehlt er einem dann doch Obwohl er manchmal auch echt bösartig war Besonders, wenn es um Tiere ging Oder um Frauen Darf ich ihn Rufi nennen? Du darfst auch Rufi sagen Okay, also, dann machen wir noch mal ganz kurz Werbung Normalerweise streame ich ja nur von Montag bis Dienstag Beziehungsweise in der Spä... äh, von Montag bis Dienstag Ah, ich, ich bin 10 von 10 smart Normalerweise streame ich von Montag bis Freitag So, ähm, zu verschiedenen Zeiten Je nachdem, wie es bei mir am besten passt Vom Privaten her Äh, nächste Woche machen wir eine Spätschicht Die ist von Dienstag bis Freitag Aber, wir machen zusätzlich Nächste Woche Samstag Ein Extra-Event Ich hab am Anfang übrigens kompletten Blödsinn erzählt Alles, was ich vor Beginn des Spiels erzählt hab über Zeitrechnen, also über meine persönliche Zeitrechnung Sollt ihr hiermit ignorieren Und das ist absoluter Bullshit gewesen Weil ich habe bereits auf in zwei Wochen gedacht Nächste Woche Machen wir Nächste Woche machen wir am Samstag ein Extra-Event Und zwar habt ihr euch so unfassbar oft Dark Souls gewünscht Wartet, ich wechsle mal Ihr habt euch so unfassbar oft Dark Souls gewünscht Dass wir Ähm Dass ich gesagt hab Okay, vielleicht krieg ich's nochmal hin Dark Souls zu spielen Aber ich werd dabei so unfassbar salty Und hab so keinen Bock Immer ganz schnell auf das Game Dass meine gute Fee gesagt hat Ey, wie wär's wenn ich einfach mitmache Äh, ihr... Moment Wegen der guten Fee Einmal den Namen geben Ich will jetzt schon ein Follow da lassen Äh, das wird ein bisschen anders ablaufen Deiske Und zwar Äh, wird die gute Fee dabei neben mir sitzen Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken Dass das hier mein, äh, meine Capture nicht allzu beeinflusst Aber das kriegen wir schon hin Ähm, das heißt, ihr werdet nur meinen Stream sehen Aber die Hälfte von dem, was an dem Tag reinkommt An Einnahmen bekommt die gute Fee Weil sie macht natürlich mit Und dann hat sie das auch verdient Ähm... So Die, die gute Fee, das ist die hier Seit wann gibt es Feen? Äh, für mich gibt es eine gute Fee Die kennt ihr bisher nur als, als die, die Fee, die Ähm, dafür sorgt, dass bei mir die ganze Technik So halbwegs funktioniert Werd ich mal bitte morgen oder Sonntag bei mir Und jetzt gute Nacht Gute Nacht flecken Schlafstehen und träumt was Süßes Und wird erledigt Ähm... Also, die gute Fee wird dabei neben mir sitzen Und jedes Mal, wenn wir Wenn einer von uns beiden stirbt Werden wir den Controller hin und her wechseln Das heißt, am Anfang spiele ich Und nach meinem ersten Tod Ähm, spielt die gute Fee Solange bis die gute Fee stirbt Dann bin ich wieder dran Und so werden wir uns immer wieder abwechseln Ähm... Zusätzlich Bekommt ihr An diesem Tag die Möglichkeit Per Kanalpunkte Uns beide zu zwingen, den Controller zu wechseln Ich versuche ein Overlay zu erschaffen Bei dem ihr Auch wenn ihr neu dazukommt Noch erkennen könnt Oder wenn ihr eine Weile AFK wart Ihr noch erkennen könnt Wer gerade spielt Also das zum Beispiel Ich hier noch eine kleine Ähm... Eine kleine Fee mit einfüge Und einen kleinen Controller Und immer der über dem der Controller blinkt Der spielt gerade oder so So... So... Das kann ich völlig verstehen Dass die Fee ein Fragezeichen für dich ist, Haze Die Fee ist die Person, mit der ich hier zusammen wohne Deswegen... Ähm... Da... Da sie aber nicht... Nicht erkannt und namenlich genannt werden möchte Ist es einfach nur die gute Fee So... Sodass das Salz unter euch geteilt werdet Genau... Sodass das Salz unter uns geteilt werden möge Und wir beide so richtig hard salty werden Zusätzlich... Habe ich angekündigt Wir werden nur 3 Stunden streamen Aber... Ihr könnt an diesem Tag Das werde ich auch schön ins Overlay irgendwo hinpacken Sodass es nicht zu... Äh... Zu nervtötend ist Aber halt trotzdem gut lesbar ist Ihr könnt unseren Stream Länger machen Ähm... Und zwar... Werde ich das so ausrechnen Ich werde das mit den Bits nochmal gegenchecken Denn ihr habt mir ja gesagt Dass die Bitpreise sich erhöht haben Das bedeutet... Wir werden das... Die... Die Bitmenge nochmal anpassen müssen Genau... Drei Stunden ist sehr wenig Und deswegen könnt ihr Für jeden Sub Oder den entsprechenden Geldwert in Bits Das werde ich dann noch umrechnen Ähm... Könnt ihr den Stream um drei Minuten verlängern Drei Minuten klingt nicht viel Aber das wird super schnell super viel Und damit könnt ihr Bis... Maximal... Nächste Woche... Also die Woche drauf... Freitag... Meinen Stream verlängern Und je nachdem Wie lange das dann wird Nehmen wir entweder unser normales Programm wieder auf Oder halt nicht Gut... Einmal 50 Euro ausgeben Exakt so ist es Wenn du 50 Euro ausgibst Wenn du eine 100er Subbombe klickst Und dafür dann irgendwie... Für jeden Sub gibt's drei Minuten Das sind 300 Minuten Das sind fünf Stunden Ähm... Ich hab bisher auch ausgemacht Dass... Das ursprüngliche Von mir geplante Zwölf-Stunden-Limit Aufgehoben wird Das heißt... Ihr könnt... Bis... Zu... Von Samstag auf Freitag Bis zu fünf Tage Den Stream lang machen Danach ist wirklich Ende Weil... Ich will auf jeden Fall Am Wochenende drauf Zu Animagic Und ich will ja davor ein bisschen schlafen Das heißt den Freitag über Beziehungsweise irgendwann Gegen Donnerstag Nachmittag Oder Donnerstag abends Spätestens ist Feierabend Da ist dann wirklich Ende im Gelände Dann werde ich allerdings Sofern das möglich ist Den Timer so einrichten Dass er ein Maximum anzeigt Und ihr es nicht weiter erhöhen könnt Und ihr dann auch wisst Dass das Maximum erreicht ist Some people are already calculating Macht mir nichts Ich freu mich drauf Ich hab da mega Bock drauf Es wird... Wir werden nicht umhinkommen Wenn der Stream super lange dauert Dass wir auch I'm only sleeping Momente haben Ähm... Mit kochen und essen Haben wir es schon ausgemacht Werden wir uns dann einfach abwechseln Ihr könnt dann in der Zeit Den Controller nicht Ähm... Weiterreichen Denn wenn eine Person isst Dann isst sie Ende I'm only sleeping Werde ich so... Äh... Für euch machen Dass ich euch über... Ähm... Über mein Avatar anzeige Dass ich gerade schlafe Und... Werde in der Zeit Eine Playlist laufen lassen Von Streams Die ich bereits gemacht habe Zum Beispiel halt Den... Ersten Dark Souls Stream Oder... Slime Ranger Oder Subnautica Oder so... Das... Werden wir dann So ein bisschen Noch nebenbei entscheiden Das kriegen wir hin Ne... Keine 10 Jahre Ich... Ich sag euch... Maximal... Bis... Eine Woche drauf Donnerstag Mittag Das ist das absolute Maximum Dass ich gehe Denn ich bin... Die Woche drauf Freitag, Samstag und Sonntag Auf der Animagic Und da möchte ich definitiv hin Und so sehr ich euch lieb habe Das Event verpasse ich nicht Ich dachte dann kommt 5-8 Stunden Die Cantina Band Ne... Wir machen dann schon alte... Alte Streams von mir So... Hahaha... Ich schlafe gleich ein hier Wegen dieser Stimme Dankeschön Haze Das... Das ehrt mich sehr Das freut mich sehr Auf nach Berlin Die Animagic ist in Mannheim Falls... Falls du das damit meinst Minasuki So... Also 10 Jahre und eine Woche Nein Cantina Band Wo jeder dann im Schlaf mitsingen kann Oh Gott, oh Gott, oh Gott Also... Ich bin mega gespannt Wie das werden wird Ich kann mir zwischen Wir spielen 4 Stunden Und wir spielen 5 Tage Einfach alles da dazwischen vorstellen Ich bin... Mega gespannt drauf Ich habe das noch nie gemacht Deswegen... Falls irgendwas an technischen Fails Oder so vorkommt Bitte verzeiht Aber ich habe da irgendwie Mega Bock drauf Das zu machen Ich bin immer noch nicht Der größte Dark Souls Fan Aber... In dem Rahmen Habe ich da jetzt auch wirklich Bock drauf Neun Tage später Zari schläft immer noch Ja wirklich Er will bestimmt nach Berlin Um dann ganz weit weg von dir zu sein Das kann er dir ja auch sein Und wenn es technische Fails gibt Sind die Katzen schuld Immer 3.657 Tage 3.657 Tage So viel schaffe ich auch nicht Nein Ich kann ja auch nicht dauerhaft Also... Ne... Ich werde dann außer zum Schlafen Und dann halt morgens aufstehen Zähne putzen Duschen, frühstücken Und dann geht es wieder weiter mit dem Stream Ähm... Also ich werde versuchen Meine Online-Zeit So lang wie irgend möglich zu halten Aber vielleicht 18.790 Tage Das ist dann wahrscheinlich genau dasselbe, I guess Oder auch irgendwas mit um die 500 Jahre Oder 50 Jahre Ne, wie gesagt Also das Maximum, was ihr erreichen könnt Sind 5 Tage Warte Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Okay, es sind 6 Tage Stimmt 6 Tage ist das Maximum Zahre ich bin absoluter Zahre Ich freue mich jetzt schon auf Samstag Ich auch Bitte bedenkt Bitte bedenkt Dass ich das gerade gesagt habe Bedeutet nicht Dass das morgen ist Nicht Morgen Nächste Woche Nicht morgen Nächste Woche Steht dann auch so im Streamplan Den habe ich schon fertig gemacht Ich weiß nicht mal wo Mannheim liegt Ich habe nur 5 Minus in Erdkunde Da kann ich dir auch nicht sagen Minasuki Ich weiß nur, dass die Animagic dort stattfindet Und dass ich kein Fan-Treffen dort machen werde Denn ich möchte das als Privatperson machen Also heute Nicht heute Nächste Woche Am 30.07 Was ich dummerweise zufällig Genau mit dem 1 Jahre Stream von Turtlepop kreuzzt Deswegen Entschuldigung an dieser Stelle an Turtlepop Also gestern von übermorgen aus betrachtet Ihr macht mich fertig Sie hat gesagt 5 aber es sind 6 Ja ja ist ja gut ist ja gut es sind 6 Tage Es sind 6 Tage die ihr maximal machen dürft So Was ist wenn ich zufällig da bin und deine Stimme erkenne Ich habe tatsächlich überlegt Ob ich irgendwelche kleinen Goodies einpacke Ich habe nur leider keinen eigenen Merge Und das schaffe ich auch innerhalb von einer Woche nicht Aber ich mache irgendwelche kleinen Ähm Ich mache so kleine Zettelchen fertig Und wenn du es tatsächlich schaffst da zu sein Und tatsächlich zufällig im Vorbeilaufen meine Stimme erkennst Oder rumläufst und einfach jede Frau die du siehst Fragst ob sie Zari ist Wenn du mich erkennst und mich ansprichst Dann gibt es einen Zettel Und wenn ich was da habe einen Keks Aber wahrscheinlich habe ich keine Kekse da Aber da kann man bestimmt Kekse kaufen Wir machen sie fertig Ich liebe es wenn dein Plan funktioniert Der Tagsos Stream Event Findet am 30.07 statt Nicht morgen Dankeschön Diceke Mit Megafon auch okay Nee da traue ich mich dann nicht Moment wo findet die Messe nochmal statt? Die findet in Mannheim statt Und ist scheiße teuer Das ist keine Messe die jeder einfach so ohne Eintritt besuchen kann Jetzt schlafe ich ein Ja dann lieber den Chat ausmachen und schlafen Ein Briefumschlag mit Kekse drin Ich druck einfach vorher so Fünf Oder sagen wir mal so Acht Zari Postkarten aus Und wenn mich jemand findet Dann dürft ihr euch eine Postkarte raussuchen Selber ausgedruckt Auf DIN A4 Und selber ausgeschnitten Neun Euro Ticket für die Fahrt regelt Und dann einfach draußen rumlaufen und hoffen Ich warte am Eingang und spreche jede Frau an Oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay Leute Dann mache ich Dann mache ich Zehn Zari Bilder Und wer mich erkennt bekommt eins Das ist dann die Bestechung dafür A Dass ihr smart genug wart Oder mutig genug wart Mich zu finden Und gleichzeitig die Bestechung dafür Ähm Dass ich das Event in aller Ruhe genießen kann Weil ich habe Übelst Bock Auf Die Animagic Noch teurer als meine Rolex Ich habe Ich habe keine Ahnung Wie teuer eine Rolex ist Ich weiß es wirklich nicht Ähm Die Animagic kostet glaube ich 80 Euro im Eintritt Für alle drei Tage Aber meistens werden dann so Ein-Target-Tickets oder so noch verkauft 1000 Euro Also wenn du Wenn du jetzt noch versuchst Ein Hotel zu buchen Für drei Tage Dann vielleicht Aber ansonsten Ne Eine politische Rolex ist kostenfrei Oder kostet so 3 Cent Samstag-Ticket ist immer noch bei 62 Euro Alter ist das viel Genieße deinen Tag Ich werde die drei Tage volle Kanne genießen Scheiß drauf Zari treffen Das ist nur einmal im Jahr Ihr Spinner So Okay Leute Damit Damit wisst ihr Bescheid Was Nächstes Wochenende Und übernächstes Wochenende Ansteht Ich muss auch unbedingt Daran denken Dass ich für übernächste Woche Freitag Keinen Stream ankündigen darf Weil da bin ich ja schon weg Und den Donnerstag Muss ich gucken Ob ich den Abend Als Vorbereitung Oder zum Streamen nehme Äh Und ob ich da vor- oder nachmittags stream Das Das zeigt sich dann alles noch Das ist ja alles noch hin Ja Zari treffen ist das neue Wacken Besser als Wacken Wenn du die Nachbar bist Vielleicht zweimal im Jahr Boah Könnte sein Aber da musst du schon Glück haben Zari kommt auch nur zu Animagic aus der Haus Das ist die einzige Möglichkeit sie zu sehen Genau Wie Daniel sagt Als Nachbar So vom Einkaufen zurückkommen Schaffst du vielleicht auch nochmal Ich geh mir jetzt erstmal aufs Ohr hauen Schlaft alle gut Und Knuddeleinheiten für alle Gute Nachts gar Schlaf schön Träumer Süßes Wir müssen irgendwann mal ein Stream und Mod Zeug auch machen Äh Eher spät als nie Ein Stream und Mod Zeug Das ist dann ein Stream und Mod Zeug Das ist dann ein Stream und Mod Zeug Das musst du mir gleich nochmal erklären Deuske Jetzt bin ich verwirrt So und das doof ist Wir haben hier im Haus keine weiblichen Menschen Das fällt schon mal raus Das ist ja blöd Und als Arbeitskollege jedes Mal Ja das stimmt natürlich Aber dafür müsste man es halt wissen Haze So Gute Nacht Sonja Schlaf schön und träum was Süßes Und vielleicht dann bis nächste Woche Frauen was ist das Sowas spielt nicht auf meinem Server Tja ich meinte das so Wo die Mods und Streamer gegen die Zuschauer spielen oder so Ah I see I see I see Ja sowas müssen wir uns mal ausdenken Ähm wenn wir genug Leute sind Will ich auch mal probieren Ob man so ein Fall Guys Ähm So eine Custom Lobby machen kann Da kann ich ja mal allgemein in Discord fragen Das wird aber wahrscheinlich erst nach der Animatik von der Zeit her passen Ähm wir werden einfach mal gucken Wenn dann Leute da sind Dann schau ich mal dass ich da was organisiert krieg Ähm frag dann vorher im Discord So hey wer wäre denn da dabei Und dann gucken wir spontan noch ein paar Mal Und wenn sich nicht genug Leute finden Dann spielen wir halt so Auch gar kein Problem Okay Dann Meine Lieben Bevor ich euch jetzt noch hier tot Beziehungsweise in den Schlaf quatsche Oder euch ein Kotelett an die Backe laber Wobei Kotelett wäre jetzt auch nicht schlecht Ähm Gucken wir mal wer noch da ist zum Raiden Und dann entlasse ich euch mal für die Nacht Miau Und willkommen im Gefolge der Dino Queen Rebus Dankeschön für dein Follower Hallöchen und willkommen in unserem wunderschönen Gefolge Achtung Musik endet Ich mach euch mal noch Custom Musik an So Und dann gucken wir mal noch wen wir schönes Raiden können Tot quatschen das wäre mal was Kotelett ich hab Hähnchenschnitze Oh ich hätte auch so gern mal wieder Schnitzel Mh Aber seit das Öl so teuer ist Hab ich tatsächlich kein Schnitzel mehr gegessen So Wir haben noch Oh wir haben noch ein Asano da Und ein Asano spielt nämlich Stray Was haltet ihr denn davon Das klingt doch fantastisch Jetzt hab ich meine Fahrstuhlmusik gar nicht bekommen Du hast völlig recht Ska Du hast völlig recht Du hast deine Fahrstuhlmusik nie bekommen Ich erstatte dir die Punkte zurück Und du darfst sie dir jederzeit erneut wünschen Also der großartige Rufus wünscht euch allen eine angenehme Nacht und schöne Träume Dankeschön wunderschöne Rufus Du bist so lässig wenn du vorliest Weißt du das? Ich hab ne Heißluftfritteuse Da kann man auch Schnitze mitmachen Oh da hab ich bisher wenig Erfahrung mit gemacht Ähm also ich Ich kann Tiefkühlschnitze da reinpacken Aber selber frisch panierte Weiß ich nicht Klappt das? Okay bevor ihr mir jetzt Hunger macht Mh ihr Wilden Passt gut auf euch auf Genießt das Wochenende Und äh Bis hoffentlich nächste Woche Ich hoffe wir sehen uns da Egal ob nur als Zuschauer oder als äh Zeitenverlängerer Döner! Soviel zum Thema Hunger Also ihr Süßen passt auf euch auf Und ich wünsche euch jetzt noch gleich ganz viel Spaß Nicht mit Frikadellen Sondern mit ein Asano und Stray Lasst noch ein bisschen Katzenliebe da wenn ihr möchtet Und keine Katzenhaarallergie habt Und äh Bis zum nächsten Mal Ich geh mir jetzt was zu essen machen Denn Daniel hat mich jetzt bekommen Mit Sandwiches, Ramen und Burger Und Wraps von Ska Also schlaf gut Guten Hunger Und viel Spaß mit Stray Okay Jetzt krieg ich's auch angeklickt Bis gleich ihr Süßen Ah Quatsch Bis nächste Woche ihr Süßen Jetzt aber Schluss Bis jetzt Ich probiere mich ein bisschen Tau 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 Vielen Dank.